Ich bin halt ein sogenanntes GENIUS Ich bin ein Profi, bist du so ein Change-O-Modell? Das, das sowieso Okay Ich geh schon mal in Festivalplase Ja, bin auch schon drin Oh ja, jetzt bin ich drin Da war ich zuerst Mann, hör auf mich zu schreiben, die ganzen Leute Achso, du bist live, das... Ups Ich hab ne kleine Idee Ich hab ne Idee Ich hab dich eingeladet Un moment, por favor, un moment Hi Nightwolf Du stinkst Nein, tut er gar nicht Doch, tut er Deferat duschen What? Ja, ich weiß das Ich hab Kontrolle über ihn Verständlich So, ich hoffe das passt So Erster Abend Na, alles gut nach wo? Eingeladen Eingeladen Eingeladen, ja Hey, ich komm grad rein Never met you Schreib eingeladen 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 Woher weißt du das? Äh... Ich glaub du hab Kameras in deinem Haus installiert Hi Asin Okay Okay, erste Runde Wir sagen, machen wir Pokemon Wie wir... Äh... Machen wir erstmal so wie wir möchten Nächste Runde könnt ihr gerne entscheiden Wenn ihr möchtet Ja ne, das ist alles ne Lüge Er hält uns alle gefangen Mh, manchmal Nicht vor viel Ähm... Da... Muss ich jetzt mal neue Zahlen drauf schreiben Eingeladen haben wir das Standard Team hier Team 1 Konfirm Äh... Ich liebe eure Life Dankeschön, Raphael Ich liebe eure Life Ich liebe meinen Life auch Äh... Jetzt, Life, statt zu Regulern Ja, genau so Ähm... Ja, nehm ich mal sagen Als erstes mal ein kleines Anfangsteam Ich will es dir ja nicht zuschreiben machen, ne? Also... Du doch nicht! Also, wir nehmen da erstmal ein ganz normales Team Was nicht so stark ist, würde ich sagen Das verstehst du nicht bestimmt Ich... Ich hab nach der Hälfte nicht mehr zugehört So... Ich nicht... Oha, Neipholz, du enttäuschst mich Ich weine Mach weiter, Neipholz, mach weiter Ich sag doch Erste Runde wollte ich dir doch ne Chance lassen Merk schon Ich mein, das verstehst du doch, oder nicht? Ich äh... Ich versteh... Balu? Äh, Knackraak Das ist alles, dass ich verstehe So mehr bin ich momentan nicht in der Lage Also morgen weiß ich nicht, ob ich live gehen kann, ne? Ja, dafür kann ich ja morgen live gehen, wenn dann Also wenn, dann könnte ich ja später halt, aber... Ja Ein Niklas Wie macht er das, ne? Ja Ja Was gibt's ne Ausreise Nach Malta Ich hab noch mal derer Na? Ich hab noch mal derer Ja klar, auch Nice Ja, das sollte schon so passen Genau Ich gewinne eh Gut Höchste unwahrscheinlich der Herr, aber Lassen wir es drauf ankommen Ey, hör auf damit Ach man, ich hab eigentlich gedacht, dass ich langsam erweizt Du, dass ich meine AP ziehst, dass ich dir, äh... Ein bisschen abzwacken kann Ich hab gestern mein erstes Shiny Pokémon gefangen, in welchem Spiel Okay Raal Systärk Wenn ich überlebe und gemütlich dann... Bin ich Oh, ich hab... Ja, ganz... Da ist so... Kurkur, das ist cool Das ist gut Wie hast du denn gefangen Lieblings Pokémon-Spiel, momentan eher das. Smaragd. Also natürlich liebe ich auch Platin, Platin ist immer nochmal Nummer 1, aber wo man gegeneinander spielen kann, ist immer auch das hier. Ja, da haben wir Z-Attacken, Mega-Entwicklung, alles was das Herz begehrt. Nur noch keinen, äh, ja, egal, doch, die Alga haben wir ja auch. Ah, ich hab's schon wieder, meistens, äh, egal, egal, ich brauch die Alga nicht, um dich zu besiegen. Schwache Leistung, YouTube, oh ja, oh ja, sag ich dir, das ist einfach schwache Leistung. Und? Das war's für ein Knack-Krack. Nein, nicht mal Knack-Krack. Doch, ich hab's gut. Entschuldigung. Das ist so gemein. Wir brauchen halt das, ähm, Hefe von deinem Kanal. Was bräuchten wir hier? Ich will auch's mal hier reinmachen, das Hefe-Pokémon. Oh, so funktioniert das. Was? Oh, ich, äh, stream, ich stream einfach nur den einen Screen. Gerade, ich, also nur den Kampf-Screen. Das geht? Ja. Wie denn? Du kannst die beiden, äh, separat, äh, separieren. Aber siehst du dann überhaupt noch einen anderen? Ja, ja, du kannst die separieren. Du hast auf einer, äh, natürlich, wieso bist du schneller? Ich hätt's scheiße drauf. Ja, wie geht das denn? Äh, du gehst auf Anzeige, äh, Bildschirmanordnung und separate Windows. Anzeige? Dann kriegst du zwei, äh, Dinger einfach. Bildschirmanordnung, separat Windows. Ja, dann hast du zwei Dinger und du kannst den Kampf-Screen ganz, äh, komplett streamen. Ja, 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 ich lach mich tot. Hä, du willst einfach den aus, den du streamen willst? Ah, das ist eine sehr gute Idee, Animento, Leute. Ist das so richtig? Ich hab's auch keine Ahnung. Ja. Ach, du hast nie Ahnung. Ich hab's auch keine Ahnung. So kannst du auch Ding wegmachen, die, äh, Ding. Die Leisten um und unten. Die Leisten um und unten. Die Leisten um und unten kannst du auch vom Herzen bringen. Warte mal, ich muss aber eben kurz nochmal irgendwie meine Kampfanzeige nach rechts machen, was sehe ich, und nix. Ja, ich teste ja auch, ich muss hier noch, ich glaub meine Maus wird noch mit aufgenommen. Oh nein. Scheiße Schlupbuck. Ah, nice. Gefällt euch der Bildschirm so besser? Nein. Huwe auf den billigen. Plätzen. Ey, wir müssen nur eine Einzelne her. Nein, okay, das war dumm, was ich jetzt gemacht hab. Egal. Ja, okay. Du bist schneller und du wirst wieder zu sehen. Okay, ich hoffe es. Nee, tatsächlich töd ich dich nicht. Nein. Ach komm schon. Aber gleich. Und jetzt stream ich den falschen. Mann, no. Was machst du denn da? Ja. Ja, das hab ich mir vorhin aufgefasst, wie ich diese Attacke ausgeführt hab. So, jetzt sollte alles bei mir stimmen. Ja. 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 Aua. Also knapp, aber... Sehr, sehr knapp. Nochmal sind sie Deutscher, denn als sie Knackrack gesagt haben, das hat sie sehr deutsch aufgeteilt. Knackrack. Ah, ein Zuschauer habe ich. Ewa. Hallo. Ich hab Kotzex. Du wirst gleich tot sein. Nee. Wetten, das hast du nicht. Wetten, ich gewinne. Wetten nicht. Wetten, ich verfehle gleich mit High Jump Kick und sterbe. Elendig. Meine Taktik ist nicht ausgegangen. Habt ihr alle Pokémon? Den Spiel haben wir alle Pokémon, ja. Ja. Auch Herzen zurück an dich. Und auch nicht. Und du hast mir keine Herzen geschickt. Soll ich was da machen? Ich glaube auch nicht. Tod meinen Feinden. Ich bin so bei Semper 2 Lima. Wie macht er das? Du wirst mich jetzt wahrscheinlich mit dem Pokémon besiegen. Ich hab doch gedacht, ich hab den 1. Tod der Chance gelassen. Auch nicht. Läuft das mir ja nicht. Ja, das liegt nur, dass ich so ein krasser Trainer bin. Aber bei Infinite Fusion mache ich nicht immer als Rivalen fertig. Ja, ja. Und ich glaube mein Follower-Goal steht über den Namen deiner Pokémon. Egal, da kennt man ja. Ich glaube meiner auch. Ich kann das ja für den Stream hier einfach ein bisschen runter machen. Ne, ne, dein Name ist nicht zensiert, aber... Deiner ist gleich zensiert, wenn du so weiterrede. Ne, das sieht ja scheiße aus. Ne, da kommen die... Ja, komm mach ich das erstmal hier weg. Das kann ja hier... Ich bin mit Hilfe der stärkste Pokémon verdient. Aber ja, mich musst du ja eintauschen. Nein, müssen musste ich nicht tun. Aber ich hab's getan. Oh, äh... Er, Er, Er Turbo 2, danke für dein Follow. Bitte nicht. Logos halt... Logos halt machen. Ja, Logos... Guckst du dir an? Ist das das perfekte Pokémon? Ist das ein... Feuerhühnchen? Was auf die Fresse gibt? Ja. Ah, nein. Na, jetzt ist ein AdWoof bei mir in Chat. Er, er, er weiß eben was Qualität ist. Na, er hat geschrieben, er ist äh... Bei mir auch bei dir. Nein, AdWoof, du... Du musst dich entscheiden. Das ist wie bei einer Scheidung. Ja, entscheid dich mal. Oh Gott, das kann richtig gefährlich sein jetzt. Egal. So, so geh ich auf Nummer sicher. Oh. Was machst du? Oh, ja. Ja, Gott sei Dank. Aber du bist nicht durchgegangen. Ja, das ist egal. Ich, ich... Mein Flair Blitz ist halt nicht sehr effektiv und ich werde... Ah, das ist sowieso dein letztes Pokémon. Egal, High Jump Kick. Weil hätte ich jetzt High Jump Kick gemacht, werde ich gestorben. Und nicht du. Was? Wieso geht das? Jetzt geht das. Ach nein, weil das... Ah, ich denk nie nach. Du bist jetzt tot. Ich hab... Ach, ich hab noch genug. Ah! Egal. Logok hat fast dein ganzes Team auseinander genommen. Ja, ich hab doch gesagt, ihr habt dir eine Chance gelassen. Das... Nee. Nee, nee, nee. D-d-d-d-d Der war gut. Das eine bringt mich um, das andere nicht. Was bringt dich denn um? Selbstständiges Geheule anhören zu müssen. Dir auch. Gengar und Gengar ist tot. Alles noch im orangenen Bereich. Wer von euch beiden hat hier ne anständige Chance? Ich. Nimm das Hefe-Pokémon, der ist grad mal in den Chat. Ich hab Hefe nicht. Nicht hier. In meinem Pokémon Infinite Fusion Stream auf Twitch. Just a regular Georgia allerdings schon. Und wenn ihr auch als eins meiner Pokémon verewigt werden wollt. Ey, das ist gute Werbung, was ich jetzt tue, oder nicht? Total. Ey. Ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Das ist nicht wahr. Das ist wohl wahr. Ist das nicht. Ist das nicht. Ist es wohl. Aber nicht die Augen zu machen, es wäre nichts gewesen. Jetzt pass auf. Ich bring mich jetzt selber um. Ich kenn mein Glück. Ich kenn mein Glück. Oh, doch. Es wird doch getrunken. Es hat mich ja jetzt gewonnen. Ja, Nightwolf, dann geht's zu ihm. Dann brauche ich dich nicht, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Es muss schon komplett von Herzen sein, dass du bei mir bist. Genau. Würde ich nicht streamen, wäre ich immer bei dir beim streamen. Warum streamst du dann halt? Ähm. Das ist natürlich jetzt super von dir. Ich glaube wir machen jetzt, warte mal, das ist ja letztes Pokémon, ne? Ähm. Ich glaube wir machen ein Doppel-KO. Kannst du nicht Protect machen? Nein. Ich glaube ich bring mich mit Fair Blitz, bring ich uns beide um. Nee, ich glaube du überlebst noch ganz viel Kaffee. Attacke. Äh. Los gucken wir mal. Es kommt von der Herzen die Entscheidung, dass du dich nicht entscheiden kannst. Nein, guck, ich bin auch tot. Ja, ich glaube du hast gewonnen, weil du Ding. Hilfe hätte gecarried. Ja, da hat Hilfe einfach recht. Ja, ich hab doch gewonnen. Hilfe hätte aber gecarried. Hätte ich Hilfe in meinem Team? Ja, natürlich. Ja, sag ich doch, weil du mich umgebracht hast. Jetzt hab ich von Controller fallen lassen. Mann, du. Du hast quasi Suizid begangen. Nein. Doch, hast du. Sit. Sitzt du dich erstmal hin, Alter? Wie unverschämt. Ich hab doch Shit, nicht Sit. Du bist Shit. Nein, ich. Ich krieg das Ding da nicht mehr rein. Oh Mann. Das Kabel passt nicht mehr. Ich glaub das ist kaputt. Meine Güte, das ging ja schwerer rein dazu. Egal. Nix. 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 Ich hätte Rockfrogle gespand und irgendwelche Kussattacken. Okay Leute, jetzt könnt ihr wieder uns Pokemon reinschreiben, die wir nehmen sollen. Warte mal, jXp. Warte mal, ich seh dich ja gar nicht, den Stream, ähh. Ja, ja. Tididid. witzig egal du musst ja dann aus deinem stream natürlich sagen welche dinge ich reinnehmen soll kann es auch nun du nehmen wenn jemand was in meinem chat hier bei tue just a regular also schreibt mich dann schreibt mich schreibt ihr gerne rein welchen pokémon der gerne sehen wollt und also ich habe ein bieber ach so mal zu man zu sagen nein bieber auf englisch ist video ich glaube das war ein gen 8 pokémon ich kann ja kurz gucken oder was nur ein welcher pokémon im mobilen dann habe ich mich getäuscht ja tadeos ok da hat einer mein chat ja richtig geschmack dieser neid wolf 1 wie es da ja aber der wollte dass die logo nehmen das käfer das aus der nacht hatte ich recht warte aber wie soll ich das ding ich habe schon wie vor ich habe meinst du rebombie kann gut sein angio was ist das denn ich bin mir unsicher selbst den pikachu leckt mich das allerschlimmste pokémon auf der welt angiro was ist denn das für ein pokémon ich kenne das nicht ich vertraue dir hefe keine sorge ich vertraue dir du weißt du weißt doch alles heiliger team aber wächst an angiro 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 ich meinte an amigento vielleicht angiro anegro meinte er anegro wie ist denn das was höre ich jetzt am ersten mal dieses ding wie wird es denn geschrieben a n e g r o anegro das ist ach das ist die ultra bestie gesteingift die allererste ach dieses komische oktopus ding ist das ja tadeus u b 0 1 ja nicht nicht die lego ein nicht die klemmbausteine natürlich nicht die lego soll ich hilfe das ist die qualle ok zera aura wäre das nämlich gerne ah du kannst totak nehmen ooo sehr gern nämlich zera aura also ich hätte ein pipi aber ich glaube ich habe keinen kleinen stein schreibt dir noch mal pokémon ultra nicht gerne natürlich nicht so schreibt mir gerne ein paar pokémon rein ok aber ich war ich kann dir nicht garantieren dass wir damit wie ich habe drei mega pokémon ich kann dir überhaupt nicht garantieren was ich finde ich gehe weißt du was ich hab noch gar keins ich hab schon drei so was noch eins zählt mir auch noch ok wir brauchen beide noch ein pokémon ok nämlich glurak ok ich nehme pipi okay wir sind fertig hat seine ohren die sind ja grün kleine battle beginn ich gewinne jetzt okay glaube ich nicht was im team für das gut games wenn ich gewinne wollte der liebe die man hier 50.000 rosen wollte ich nicht nein das ist das ist alles gelogen und erstohlen nein was ich gewünscht habe ich damit mega gehen hallo hallo das bedeutet hallo und auf wiedersehen träum gegen mich ich hoffe auch dass ich gewinne aber ich gehe direkt damit oh oh dann habe ich ja was richtiges gemacht und wette nichts was du gewinnst du machst mir sehr hoffnung ich mache jedem hoffnung nicht mal neidwolf ach so eine wieso das ist ja übel schnell was das was war das nicht okay gehe ich noch was was hast du überhaupt eine feuerattacke auf dem gluck irgendwie gerade nicht ich gleich keine sorge läuft oder läuft nicht ich muss hier unendlich alles suchen dann bist du gleich tot wie brot ich habe keine ahnung ob brot tot sein kann was machst du so ach ich habe da vorhin auch reingeschrieben das pokémon genau lass das hör auf nein bitte nicht nein ich bin ein bisschen verpeilt sorry das ist nicht fair fragt bernd das ist nicht fair das ist nicht fair das ist nicht fair ja ich bin ein gottverdammter gott ich gehe leider bei ok ist klar ho rein aber wenn das so ist ich nicht oh oh lass das oooooh das ist so gemein lego wer hätte das vorher an können ich nicht Diese Biene ist so peh. Ich mag diese blöde Biene nicht. Das ist ein Schmetterling, also. Ist mir egal. Kannst sterben, bitte. Nee. Warum nicht? Weil ihr alle scheiße... Wie spielt ihr euch da zurecht? Dieses Team hat uns der Chat ausgewählt. Das tut mir natürlich nicht leid. Ich lass sie doch nicht sterben. Was ist das? Achso. Das ist das Pokémon, was du gerade mit einem Hauch umpusten kannst. Das Ding. Das ist das loseste Pokémon. Okay, weil Nightwulf sich dieses Mega-Pokémon ausgerechnet gewünscht hat. Oh no. Sieht so, wie das nicht ziehen wird. Das Pokémon ist das Pokémon Ultra-Sonne, Ultra-Mond. Äh, Gear-Cruncher, Dankeschön, Apollo. Nee, nee, nicht Sonne-Mond, sondern Ultra-Sonne, Ultra-Mond. Das ist tatsächlich ein bisschen schlecht. Für mich, ja. Egal, ich bin viel schneller als alle deine Pokémon. Du könntest mich auch umpusten. Wie gesagt, das Ding hält nichts aus. Mega! Ich könnte sagen, ich bin schlecht. Ich bin stört. Was sagst du jetzt, du hast du Angst? Ich wüsste ihn tatsächlich. Ach, das Ding. Ich wusste, warum hat... Ich habe mich gefragt, warum hat sich Dürre nicht aktiviert von dem Ding? Ich habe gesagt, dass Pikachu überlebt, dass ich glaube es ja wohl selber nicht. Pikachu überlebt nicht mal, wenn jemand was am Füßen will. Oh, das ist gemein. Du wüsst immer noch Feuer. Oh oh. Ich habe gerade gesagt, Blast Toys. Ich habe gerade gesagt, Blast Toys. Ich habe gerade gesagt, Blast Toys. Blast Toys. Du wüsst immer noch schneller, das ist nicht fair. Ich habe meine Initiative dreimal geboostet. Also ich sollte wirklich nichts wetten, was ich nicht gewinnen kann, glaube ich. Nicht wirklich. Thaddeus. Ja, Thaddeus. Ach, hier darf ich nämlich Beaver gleich nächste Runde wieder mit. Hey. Haha. Ja, vielleicht sehen wir es sogar noch. Wurde gerade zu Mega Blurek Y zu Mega Blurek X, ja. Hä, wieso hast du wieder volle Leben? Habe ich nicht. Du hast einmal gar nichts gezogen. Hast du noch eine Chance? Nicht wirklich. Wann das Kräuche gerade scheinen? Ich glaube schon. Besser. Wer auch immer das geschrieben hat. Nein, das war richtig. Ja, Thaddeus. Das Nikrosma ist auch nicht gerade das beste Pokémon, sage ich dir so, wie es ist. Ist es auch nicht. Das sollte ja auch noch gar nicht, das sollte so auch gar nicht benutzt werden. Natürlich. Nein, natürlich nicht. Du bist den Eisschlag. Und... Das macht Sinn. Nicht mal da tut es. Irgendwie schaffst du es noch. Wäre ganz bestimmt. Ja, meine Initiative dreimal erhöht. Das wird nichts mehr. Mit einer Menge Fantasie vielleicht. Das ist ein Weg. Ultrani Cross mal zu besiegen war für mich schwieriger als Cynthia. Nee, Ultrani Cross habe ich glaube ich... Und nach drei Mal wie Cynthia habe ich locker 50 Jahre gemacht. Also alle sagen auf jeden Fall, dass im Pokémon Legends Arceus das da ist, dass es relativ schwer ist, das Geiger und sowas zu besiegen und Geratina vor allen Dingen. Ich weiß auch, dass in den Gen 4 Remix die Top 4 tatsächlich sehr stark sind. Ich meine, es ist Cynthia auch da als Champion, aber ja. Ah, du bist das tot. Na, von mir aus. Hätte ich mich das gewonnen, hätte ich es nicht getroffen. Der Lucario hat gute Dienste geleistet. Gibt es noch hier ein Leckerchen, ja? Ey, Hefe! Du siehst es doch noch. Nur in der Mega-Entwicklung. Feuerblast. Ja, du hast es gesehen. Du siehst es doch noch. Diese Peike regelt ja. Ja, es wird Zeit, dich zu besiegen. Oh Gott. Also dagegen weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ich habe einfach mit so coolen Spiegelcamp eingesetzt und habe mir Crossmark gefangen. Moment. Na, du blödst. Pathetic. Yippie! Jetzt will ich sehen, dass so ein kleines, äh, Tocke-Pieber, ich würde sagen. Schreibe einfach, das nimmst du von hinten und macht so ein, äh, ein Suplex von dieser Reichweite aus. Okay, ihr Lieben, ihr könnt wieder Pokémon reinschreiben. Von Generation 1 bis Generation 6 war das, ne? 7. Okay, bis zu Generation 7. Schreiben, wir haben alle Pokémon. Schreibt alle rein. Diese Pokémon nehmen wir. Was sagst du? Pokémon. Was ist das? Pokémon Ultra-Sonne. Äh, Pamphlom habe ich nicht. Wir haben nur Endentwicklung. Ah, okay, ich habe schon zwei. Wieder schon zwei. Kommandutan und ein ganz gewisses Pokémon in Shiny. Okay, Mewtwo. Rekwaza. Schreibt rein, Leute, schreibt rein. Na, Scheide, muss doch schon sein. Das sieht schön aus. Xenia ist gerne. Xenia ist cooles Pokémon. Zombie-Player, moin. Giratina, nehme ich auch gerne mit. Äh, möchtest du die normale oder die Alola-Version? Tefe. Ah, Giratina. Oh, ich habe auch mein Mega-Pokémon. Okay, hier sind ganz viele. Also, wenn du noch willst, Felinara, Lugia, Miljask. Äh, ja, was, ich glaube, ich nehme das Felinara dann. Warte, ich habe schon mehr als genug Pokémon. Ne, warte, ich bin jetzt schon so weit. Äh, der E- Warte, ich nehme erst. Alola, ja, möchtest du das Uhr oder das normale Giratina? Also, das Uhrzeit oder das normale? Nehme ich noch ein Mega-Glucario mit. Hab ja noch kein Mega-Pokémon. Erschreckt überhaupt nicht. Und, äh, Ich weiß nicht natürlich, ob die... Ich weiß natürlich nicht, ob es hier Ninjask gibt. Ninjask war dritte Generation, gell? Äh, ja. Ah, ja, jetzt ist es doch. Ich Idiot. Ich nehme, ich nehme einfach hier mal die Uhrform mit. Die wollen sowieso die meisten sehen. So, warte, dann... Okay, ich glaube, ich habe, äh... Durungard, wenn du noch möchtest. Luxrad, noch einmal geschrieben. Äh, Q-Rum habe ich, glaube ich, nicht in den fusionierten Formen oder ich weiß nicht wie. So, dann mein Mega- Okay, ja, ich bin fertig. Ich auch, ich bin auch fertig. Niklas, Bray, danke für dein Follower. Nächste Runde könnt ihr gerne wieder Pokémon heranschreiben, Leute. Zombie-Player, danke für dein Follower. Valera, danke dir auch für dein Follower. Du gewinnst safe. Nehmen wir mal abwarten. La, doch. Wenn er wieder cheatet und er, äh, Gamefix-Tisch-Shits und Saki-Saki macht, dann nicht. Ich bin sehr gut im Saki-Saki-Machen. Oh, ja. Das stimmt. Was? Ah, ja, Kyogre, natürlich. Wer hat das bestimmt gesagt? Oh, ich bin sehr nervös, aber ich fühlte mir sehr viel Angst. Jetzt alles auf die Karte, Megalucaro, wenn wir richtig bedenken, ich weiß es nicht. Habt ihr Schädet oder Sperrt? Die haben wir auch. Können wir, wenn ihr wollt, später auch noch spielen. Genau, können wir später auch noch spielen, wenn ihr Bock habt. Wollte mal die Halt. Äh, Niniask ausspielet alles. Hier, mal abwarten. Hast du Angst dazur? Sogar sehr viel. Hast du? Das ist schon hoch. Wie gesagt, schreibt gleich gerne wieder rein, neue Pokémon, wenn wir wieder im Bildschirm sind, zum Auswählen. Das merken wir uns das eben. Oh. Niniask aus der Wind. Niniask aus der Wind. Oh, mach's nicht fertig. X. Die bist ja immer noch schneller, Alter. Hat gerade Games in meinem Chat geschrieben. Niniask wird alles ausbieten. Niniask ist tot. Ja. Niemann seine Seite zieht mich zu ihm. Okay. Und du Karin, was hat er, wenn ich meine 3DS finde, kann ich mitmachen. Hab nur Son und Mond. Wir spielen immer PC. Warte, wer zieht sich auf meine Seite? Nightwolf. Nightwolf. Aber wir tauschen. Ne, wir spielen auch PC. Also, wir können euch tauschen. Welche Edition ist Ultra-Sonne, Ultra-Mond. Siebte. Wer zieht sich für die Maus? Ich. Jeden Tag. Oh oh. Da gibt's einen Slap. Ich habe eine Idee. Erzähl mir doch eine Idee. Das ist keine schöne Idee. Die gefällt mir überhaupt nicht. Neee. Nein. Dazu gar nicht. Wenn ich das nicht beurteilen kann, hast du nicht mal was sehr effektives gegen mich. Ja, du hast Bullet Punch, du hast Close Combat, Ice Punch und noch irgendeine andere Star-Attack. Oh. Clever. Oh, großer Gott. Nahtkampf. Ich meine, Eisenschweif. Ich wüsste es. Kann man jetzt drüber reden? Nein? Ich glaube, jeder sagt nein. Oh nein, das hast du jetzt nicht gemacht. Ich kann nicht, was guckt ihr eigentlich? So habt ihr One Piece Red, den DB als Superhero geguckt? One Piece Red? Nein. Noch nicht? Ja. Der Superhero ist mein Lieblings-DB-Film. One Piece Red möchte ich noch gucken. Wie macht er das denn nun? Ein Mega-Pokémon mit einer Z-Attackung. Wie geht das? Der Hack. Wie macht er das nun? Tschüss Geratina. Oh, da ist es ja wieder. Ich muss nur kurz sagen. Tschüss Geratina. Ich bin ein Slayer. Ach komm, leck mich doch. Was ist das? Also ich gucke aktuell Jojo, gucke aber auch gerne My Hero. Drag Boy ja sowieso. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ich alle Anime aufzählen müsste, die ich geguckt habe. Und Manga heißt auch, will ich jetzt gar nicht anfangen. So, deine Mute. Und dafür habe ich meine Defensive gewusst. Ich bin nichts im Widerstand. Danke für überhaupt nichts. Ach, Nightwolf. Ich mag dich doch auch nicht. Eeeh, schick. Bei One Piece Red klingen könnte ich, weil ich einfach ein Dragon Ball Watcher bin. Ja, bin ich auch. Ja, bei One Piece, ich mag DB auch mehr, aber in Film Red, da wird Uta von meiner Linux-Sängerin gesprochen und halt gesungen, deswegen. Also es tut mir wirklich leid, dir das zu sagen, aber. Tschüss. Ach, du bist doch an. Hey, du lebst, mein. Hello, my friend. Achso, ja, so Nahkampf. Was hat Bullet Punch nochmal? Ja, Bullet Punch einfach. Ja, Eisenschweif. Ja, Eisenschweif, genau. Und Eis Punch. Ja, ja, ja. Ja, ich hatte das ja auch klar, deswegen weiß ich ja, sein Moose hat. Tschüss. Tschüss. Ah, nee, warte, das ist die Attacke. Ich, ich, ich bin verwirrt, okay? Ja, du sagst. Oh. Ich wollte gerade sagen, du sagst jetzt Schuss, aber. Ja, du machst wieder, ähm. Saki Saki. Saki Saki unter Gamefriks Tisch. Vertronen gibt die Mauer. Tötet, tötet mich zwar, hey. Du bist low. Ich hab doch Black Clover geguckt, und er wäre gesehen, war auch ein Geist. Ja. Also ich nicht. Noch nicht. Weil, weil, welche Szene ist die geilste? Nee, er fragt, welche Szene die geilste war. Achso, äh, meine, ich bin auch Manga aktuell, aber ich würde. Okay, wenn du den Manga nicht gelesen hast, da ist eine Szene, die ich wirklich sehr geil fand. Also das ist wahrscheinlich meine Lieblings-Black Clover-Szene, aber, ähm. Aus dem Anime wahrscheinlich die, wo die den, äh, Teufel da besiegt haben. Äh, 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 ja, 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 da wo Yami sein, äh, Dimension Slash gemacht hat und all das. Die Szene finde ich wohl mit am besten. Ja! Aua! Die größte Gefahr ist weg. Die allergrößte Gefahr. Wie viel hast du noch? Vier, oh Gott. Nee, 25. Ich, ich hole mal die ganze Box raus. Ja. Ich hole halt den Kick-Pick persönlich raus. Okay, jetzt ist die Frage, wer ist schneller? Du, oder? Wahrscheinlich wieder du. Du fragst eigentlich. Nein, nein, du. Das Ding hat ein Move-Set, äh, ein Move, der mich schneller machen lässt, aber, ja. Da ist das Pokémon, worauf zockt man das? Das ist Pokémon Ultra Sonne, Ultra Mond und man zockt es normalerweise eigentlich auf dem 3D, also wir zocken es aber auf dem PC. Wie ist euer Team im normalen Sonne Mond ohne Legis? Äh, ich weiß gar nicht mehr, was mein Sonne Mond gibt. Das ist eine halbe Ewigkeit, fair. Ja, natürlich. Ich kann dir nur sagen, Sylvain, ne, ich, doch, ich kann, glaube ich, mal gleich versuchen, mein altes Team zusammenzustellen, aber ich kann nicht versprechen, dass es originalgetreu ist. Du, du kannst ja wieder so ein Zuschauer-Team machen, ich mach so ein Team, was, das wieder darstellt, oder was ich hatte. Alles klar. Ja, das war's. Ich hab' gewonnen, dann. Ah, ich hab' ganz vergessen. 5.000 Hose, seinen Nacken. Gar nicht wahr. Das waren nur 6. 5.000. Jetzt sofort, Kappi. Kann ich auch in Raten zahlen. Ja. Nico, danke für den Follower. So, ähm, was sagt denn auch Team? Ne, ne, ich mach' wieder Zuschauer-Teams. Also ihr könnt jetzt wieder gerne Pokémon reinschreiben. Er hat das Spiel nie durchgespielt. Und jetzt werden wir sein Team wahrscheinlich, wie irgendwie jeder Pokémon-Spieler, der hat ein Lucario drin, der hat, der, der, das einzige neue Pokémon, was er drin hat, ist immer der Starter. Was anderes hat er nicht. Sag das doch nicht. Weil ich, ich geh' immer originell rein. Ich hab' immer nur ein Team mit, äh, allen, allen neuen Pokémon. Wo eh groß das, äh, dieses komische Fuchs-Starter-Pokémon, ne? Äh, nein, äh, der, äh, Katze, äh, Alola. Ja, meine ich, wie? Ja. Der Starter-Pokémon, aber, gell? Ja, 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 ja. Ich hab' das wirklich, das ist wirklich das Pokémon, was ich wirklich hasse. Ah, ich weiß. Gut, wer war noch drin, wer war noch drin? Und so nehmen wir das. Das braucht man einfach auch gerne mit. Äh, verdammt, ich weiß nicht, wer noch drin war. Äh, Momentum. Mega-Sum-Packs. Ja. Na, ich glaub', du warst noch drin. Mega-Sum-Packs. Hier ist es. My Specs. Einfach gestalten, ey. Flash-Canon. Hä, das ist zweimal dasselbe. Ah, nee, das hat unterschiedliche Fähigkeiten. Levit? Nee. Den Wolf in der Nacht vor mir. Ich hab' keine Ahnung, was du meinst. Du bist ein Wolf. Äh, Wolver-Rock. Ah. Äh, was hatte ich noch? Night-Wolf nicht ausrasten. Ähm, nimm mal Prima-Rena. Das ist auch dieses komische Starter, ne? Ja, du weißt, ja, du wirst das erkennen. Ich sag' halt, diese Edition hab' ich nicht gespielt. Stimmt, dich hatte ich drin, dich hatte ich drin. Deswegen kenn' ich diese Pop-Mann-Aggereien nicht. So, haben wir... Und das schreibe ich dich ja auch noch. Äh, der Wolf in der Nacht. Und Vulkanien. Ich nehm' mir noch den Wolf in der Nacht und Vulkanien, dann haben wir alle. Der war, äh, welche Edition war der? 17, ne? Vulkanien war der 6. Hab's, 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 hab's. Welchen nennen wir denn? Ja, nennen wir den. So, bin ich fertig. Ja, ich hab' auch... Ich bin jetzt auch fertig. So, so, ich... Also, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaub', das war mein Team. Wie gesagt, nicht 100% sicher. Die Musik ist wirklich ein Banger in diesem Spiel. Nächste Runde wieder gerne, okay, Leute. Wer zuerst reinschreibt, der malt zuerst. Genau. Ah. Wir haben nicht mal ein... ...mega-wickertes Pokémon bei mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich auch nicht. So. Weil DJ keine Mega-Entwicklung hatte. Nein, keine Sorge. Ich petze nicht, dass du gerade hier bist. Wer ist da? Wer ist bei dir? Wer petzt? Das kann ich dir nicht sagen, dann musst du wohl nachgucken. Guck ich jetzt auf. Das lass ich doch nicht auf mir sitzen. Ach, guck mal. Die beiden Wölfe gegeneinander. Nein, wohl. Freust du dich, wenn der DDS mit der Mora-Lager weiterläuft? Ah, abwarten. Wie wir es umsetzen. Ach, Dreck. Ach, und du wirst die Scheiße einsetzen, lecker. Ja, taunt. Ja, ja, ich hab's schon gut gesehen. Ich bin ehrlich, ich will an sich einfach wirklich nur, dass es jetzt nach Superhero weitergeht. Ich will jetzt wirklich einfach die Story weiter vorantreiben. Ich bin froh, dass es jetzt immer schneller geht. So Nintendo haben dann jetzt Spielzeit 30 Stunden, oh Gott. Also DBS soll mal endlich weitergehen, aber ich finde, das dauert einfach viel zu lange schon. Ich meine, wir haben ja jetzt schon Dreck-Ball Super, Turnier-Weck-Kraft-Arc. Wie viel Jahre wird das schon vergangen? Drei? Vier? Na, viel mehr, viel mehr. Fünf? Broly ist schon, glaube ich, drei Jahre her. Ne, warte, dann passt es halt. Ja, vier, fünf Jahre waren es jetzt. Seitdem haben wir jetzt zwei Manga-Arcs, zwei Filme. Und auch eine Ruhepause. Also momentan ist es wirklich, ja, na. Also Dragon Ball ist momentan auch echt tot. Normalerweise bin ich eigentlich ein Dragon Ball-Tik-Toker, sagt ihr so, wie es ist. Nehmt ihr auch an meinen Content, den ich jeden Tag poste, aber... Oder an seinem Profilbild. Genau. Aber momentan ist Dragon Ball eher so ausgelaugt, so trocken. Ich muss sagen, heute habe ich auch wieder ein bisschen Legends und Dokkan gespielt. Und ich muss sagen, langsam vergeht mir die Lust an Dragon Ball. Einfach, weil nichts wirklich da ist. Ich meine, klar, die alten Filme und so sind immer mega geil. Ja, es fehlt einfach momentan sehr viel. Ich dachte, das war heute noch dieses Jahr weitergehen. Ich habe noch unsere ganzen... Ja, ja, der Manga hat ja letztes Mal schon angefangen. Aber das ist wieder vor dem Turnier der Kraft. Das ist so ein Vor-Ding. Eine Vor-Geschichte. Ne, das meine ich ja nicht. Gut. Was denn? Das Anime sollte ich noch weitergehen dieses Jahr. Achso, das ist ja auch, ja. Aber ich bin eh sowieso mehr der Manga-Typ. Oh oh. Ah, nicht so schlimm. Broly ist so zwei Jahre her, aber wo zu dir der Kraft war, muss so drei Jahre her sein. Ne, ich glaube, zu dir der Kraft war schon vier, fünf Jahre. Broly war... Warte, ne, jetzt gucke ich nach. DBS Broly. Kam raus. Hier drängen wir uns über Broly. Wiki 2018, ja. Naja, also schon fünf Jahre. Ah, okay, 2008 in Japan, aber ja. Fünf Jahre schon. Ja, das heißt, der Turnier der Kraft ist sogar schon sechs Jahre her. Mr. Hase, danke für dein Follow. Oh, Hanai, Wolf. Das bin ich enttäuschend, traurig. Der Arno. Da muss ich zwei Indies holen. Oh, Mathiel ist nicht komplett. Okay. Guck. It's not very effektiv. Mein Gewaltprophet. 335 Stunden. Oh Gott. Und das? Ich kann mich schneller. Natürlich hast du Erdbeben. Also nicht sehr effektiv. Ach so. Also normal effektiv. Egal. So, pass auf, wie ich jetzt noch jede. Pass auf. Oh, hey. Warum liegst du? Ich bin halt ein kleiner Schlingel. Komm schon, ich muss doch das beste Pokémon aus der Generation rausholen. Was? Ich muss doch das beste Pokémon der Generation rausholen. Was? Wischi, waschi. Waschi, waschi, wischi? Waschi, wischi? Nein, nein, wischi, waschi. Waschi, wischi? Ach, sei leise. Ach, sei leise. Oh Gott. Waschi. 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 Ich bin Taddeus. Ich bin Taddeus. Spiel zu Pokémon Ultra Sonne. Ja. Nein, Ultramond. Stimmt wirklich. Ich glaube, ich habe, ich habe, ich habe doch nicht. Der Eispunch macht mir zwar in der, oh Gott, ich habe vergessen, dass ich nur Hilfe kapier ab. Taddeus. Schwampart! Blastoise! Oh hey, ich bin sogar schneller! Natürlich bist du schneller. Du bist ein mega Blastoise, äh, mega Hythropex. Auch Steroide. Oh nice, Ultrasonne, Ultramund, yes! Bestes Spiel! Der ist schon mehr aus, der hat Z-Attacke holen können. Jetzt ist es jetzt so gemein, dass ich jetzt nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ja, Thaddeus. Doch, ich hab ne Idee. Schwimmst du das öfter? Weil wir könnten einen Traden halt, weil wir mal gespielt haben, aber krass mit Pokémon. Wir haben alle Pokémon. Ich schwimm das öfters, aber ja, wir haben alle Pokémon, aber wir spielen halt auf dem PC. Aber trotzdem nackt das Angebot. So, was machst du jetzt? Hm, auf jeden Fall nicht tanzen. Hm, versuch's doch mal. Hey, kennst du den Move? Kennst du den Move? Kennst du den Move? Nee. Wahrscheinlich, ich stell mir grad vor, wie ein Cyber so auszult und dann wie eines läppt. Fausten Markkern, hallo? Fausten Markkern, die zwei Rosen? Ja, auf jeden Fall. Ich schreib bei uns Grudeln haut ihn so richtig an auf die... Ach, das ist komisch, dass kein Pokémon da macht. Äh, was war das? Das ist das beste Pokémon der Generation. Das macht mir so Angst. What? Das ist der Trick. Das ist der Trick. Wir schauen morgen wieder vorbei. Warum bin ich vielleicht nicht da? Aber, also, wenn er... Aber ich... Ähm, auf Twitch, Justin, Ragnar und Joseph, da spielen wir Pokémon Infinite Fusion. Ich hab' nicht gearbeitet. Das hab' ich hier komplett nicht beachtet. Oh oh. Okay, okay, alles ist im gelben Bereich. Keine Sorge, ich sag nichts. Es ist normal, dass ich gerade in Spitzverschlimpings habe, die nicht getraded sind. Ääh, ääh, kommt ja hin. Auch, dass dieser Mimik mal irgendwie sehr sehr groß ist. Ja, das kommt mir grad aber auch so vor. Das macht mir ziemlich Angst, halt sie noch zu. Digga, was für ne Besties sind unter dem Versteck. Da spürst du bestimmt der shiny Chirogrin drinnen. Ach, Schnauze. Ne. Ist ein Herrscher, ja ich weiß. Ahhhhhhh. Ja, ich hab verloren. Das ist kein Mimikma mehr. Ne, das ist ein Monstrum, ein Clan und das ist... Ja, das hab ich jetzt auch verstanden, dass das Alpha Mimikma ist. Ja, ich hab verloren. Das heißt also Leute, wir haben gewonnen. Das heißt also, der Dima schuldet mir jetzt 100.000 Rosen. Fug ich nicht. Ich nehm das alles auf, ich kann jederzeit beweisen, dass ich das nie gesagt hab. Ja? Auch ein Pizzer, okay schade, wollte ich auch nicht fragen, ob da bei euch jemanden ein Wufferzüge unterstützt habe ich die Charakter... Ne, leider nicht, sorry. Ist der Dima mit dem du grad live bist ein cooler Profil? Hast du ein cooler Profil? Hast du ein cooler Profil? Achso, ja, ja, das bin ich. Ja, ich hab ja das eine Ding. Der cooler, der smoked. Und so, ja. Der smoked. Ja, ich hab nur sehr fiktive oder nicht Dinger, die nix bringen. Ja, das wird's auch gegen Protograuber machen. Bei einem? Ja, da kriegst du erstmal einer. Ah, weil die Valera folgt mir jetzt einfach auf TikTok. Okay ihr Lieben, ihr könnt wieder Pokémon reinschreiben, die wir nehmen sollen. Jetzt habt ihr die Chance, die ersten, die reinschreiben und die nehmen wir. Ja. Wie gesagt, wir haben ja alle Ententwicklungen. Alle. Glaub ich pack mal mein TikTok-Profil-Ding in die Biografie meinen Twitch. Bin dir gefolgt. Dankeschön Games. Die mal rumschlägst und dann deine Leute. Das kann doch nicht sein. Ah, Sven schlage ich? Ja, wurde mir gerade zugetragen. Wer hat gepetzt? Okay, Serra Aura. Leider Gottes, glaube ich, dass Serra Aura nicht den Shiny brauchen wir mal. Ähm... Amphira ist dieses komische... ...Eidechsen-Pokon, sag ich immer dazu. Ne? Was denn mit Shiny so schwarz aussieht. Richtig? Amphira? Ist das nicht das Poison Fire? Ah, ja, ja. Genau, genau. So, ich habe auch schon mein erstes... Ehm... 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 wenn ich diesmal gewinne die markt so gesagt 50 millionen rosen nein das ist alles seine masche habt ihr alle pokémon bis generation 7 und alle erhalten nur ententwickelt nur um sehr wenige vor entwicklung ja das wundert mich nicht du bist ja nicht gerade ganz helle lehrer schreibt könnt ihr mal reinschreiben wir auf zwitschland uns durch geschrieben kommt es durch oder nicht danke für deinen folgen hast du denn noch bock im echten pokémon und ich weiß gar nicht wo mein 3ds am liegen ist dann habe ich das letzte mal den angefasst ich habe anfassen gesagt danke warte kam kann mein name jetzt durch oder nicht auch verdammt okay perfekt typisch mein glück und games folgt mir auch auf titel und adi rogue danke für dein follow ja nein ich will auch niemand schicken also folgt auf jeden fall die man auch auf tik tok damit machen kann ich meine ich würde wahrscheinlich immer auf titsch ich werde wenn damit ich wahrscheinlich auf beiden gleich oder so kannst du schon aber es ist halt umständlich ja scheiß drauf das problem ist halt wenn jemand auf twitch schreibt dann kann dann 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 sind dann der tik tok user so verwirrt so harry labert und er so nach dem motto und ja du kannst halt leider nicht so wie bei twitch und was denn in stream k gibt es ja bei tik tok leider nicht in stream k funktioniert ich auch in twitch und tik tok live stream gleichzeitig dass man dann in twitch und so wie tik tok kommentare das wäre gut aber geht ja leider nicht hast du angst vor zera aura nicht wirklich ja der gute bro lee super seige 4 1 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, ich bin der aus TikTok, bin Saiyaj und Sepp. Das Chirot über Shiny, ja. Von Saiyaj und Sepp. Ja, von Saiyaj und Sepp. Ja, hi, Broly. Oh, was? Let's go. Das ist jetzt schlecht. Das Chirot über Shiny. Ich glaube, ja. Gleich ist hier was ganz anderes Shiny. Er hat mich gefesselt. Perfekt. Thunder, Hilfe, Sepp hat mich gefesselt. Ja, in Dimas Keller. Raus da. Da gibt's ganz viel Energy und Pizza und alles, was das Herz begehrt. Ja, das ist für die Apokalypse. Von den wild entlaufenden Zanders und Nightfall. Nein, nein, das ist danach die Apokalypse. Ich hoffe, ihr habt alle Gold gekauft. Das Gold wird nämlich sehr wichtig sein. Gegen was? Ja, um es dann zu tauschen. Gold verliert sein wird nicht. Menschen werden immer auf glänzende Objekte achten. Ja. Wenn die Regierung fällt, dann musst du dir alles verkaufen. Ja. Sankobob war zu verlockend. Oh, yes. Und wie macht ihr die Z-Attacke? Ich hab sonst keine mehr von den Pokémon. Deswegen hatte ich ja gerade so eine große Angst, dass du deinen Zerrora besiegst mit deinen Schlinking. Hast du... Oder mit deinem Gustlord. Gigavolt Havoc. Komm. Du spielst ja auch Dragon Ball Legends. Ja, welche Sparkings hast du? Ich hab einige, aber nicht alle. Das ist doch jetzt ein Witz, oder nicht? Ich hab auf jeden Fall keinen Ultra-Charakter. Ich schon. Äh, mir fehlen viele Elefs. Mir fehlen noch zwei. Ich hab heute den Tapion gezogen. Der, wo, wenn er besiegt wird, noch Hildegang rauskommt. Ja, der ist gut. Ja, hab ich gemerkt. Hab damit dringend... Äh... Äh, Goku, Vegeta besiegt. Ich hab mit nem Kumpel, hab ich das, äh... Hab ich mal ein Video von dem geklaut. Der hat, äh, Tapion gezogen, hat nur sechs Sterne gehabt. Und ist ja gestorben. Der Gegner hat auch noch drei, äh, Gegner mit vollem Leben, ne? Ja. Richtig drei. Und, äh... Ich sag's dir so, wie's ist. Der, ähm... Hat alle drei Gegner aus dem roten Bereich gebracht mit seinem Hildegang. Broly. Broly. Ah, Broly. Vielen Dank für dein Follow. Broly, go, go. Äh, was ist euer liebiges Charakter in Ultrasonne und Mond? Meiner war, ist Bromley. Ja, er hat das Spiel nicht gespielt. Meiner. Ich hörte auch entweder Bromley gehen, oder, ähm... Zerstören, ja. Ähm, äh, wie hieß's? Kukui, der Professor. Den find ich irgendwie ziemlich cool. Uh, da ist die Megantiklung. Boah, die da... Panzer, Alter. Hast du jetzt Angst? Ein bisschen. Thunderball. Oha. Und wenn du jetzt das nicht töltest, bist du ein Schleckes. Ich glaub's aber nicht. Hahaha. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Lass mein Stolos in Ruhe. Wie groß seid ihr beiden? Wie groß? Na, er fragt mich. Ach so. Also er fragt mich und meinen anderen, den kleinen Set, weißt du. Hahaha. Dann hat er mal schon dich. Äh, 1... 92 glaube ich mittlerweile, ich weiß nicht genau. Also um den 1,90er-Bereich. Äh, Liebnix Mega-Entwicklung. Meine ist Mega, äh, Guard of War oder Mega Rayquaza. Oha. Oha. Er sagt nicht Mega-Logog, was ist denn bei dem falsch? Ja, Mega-Logog ist geil, aber es addet nur dazu, dass Logog sowieso schon mega gut ist. Das wäre jetzt ein Super Saiyan, wo die Haare so aufstehen. Also meine... Aber Mega-Guard of War und Mega Rayquaza haben einfach nochmal so wirklich so ein extra Flair dazu bekommen. Mein Lieblings-Mega-Pokémon ist Glurak oder... 0815 Bitch, was? Wie bitte? Habe ich mich daran verhört? Meine Lieblings-Mega-Entwicklung ist Despot auch mega geil. Godzilla immer. Oh, Nightwolf ist größer als ich. Juckt halt nur niemand. Hahaha. Wie groß bist du, Nightwolf? Shoddots von Hundermann sind auch schöne Pokémon. Es gibt eigentlich wirklich kein Mega-Pokémon, was ich jetzt sagen würde, ist schlecht. Boah, ich finde Flunkkeeper finde ich nicht so gut, kann Garma nicht. Flunkkeeper findest du nicht so gut? Nein. Was geht denn bei dir falsch? Gardevoir finde ich leider Gottes auch nicht gut. Also ich denke, er redet jetzt nur vom Aussehen, ne? Ähm... Ja, ich redet sowieso vom Aussehen. Genau, also finde ich ja Flunkkeeper, Gardevoir. Wie heißt das komisch? Spires finde ich überhaupt nicht cool. Aber so der Rest geht, ganz gut. Ich würde vielleicht sagen, Mega-Galagladi vielleicht, finde ich nicht allzu geil. Ne. Finde ich auf jeden Fall besser Mega, rundherum wegen dem Rock, die mal ganz klar... Äh, ja. Achso, äh, ja, die habe ich gerade beantwortet. Ich kann ja natürlich jetzt nicht genau meine Sparking-Liste nennen, aber ich habe mir... Ich sage, ich habe einige, aber hauptsächlich so Nebencharakter, viele Hauptcharakter, wie auch viele, äh, äh, Elefs habe ich nicht. Bei zwei Metatüren stößt du deinen Kopf an. Panda, was bist du denn für ein Riese? Echt jetzt? Ja, also schreib dir hier rein. Proto-Graudon oder Proto-Kaiogre? Uh. Ihr habt Gengar vergessen, ist doch auch ein Mega... Jaja, aber die haben ja gefragt, was unser Lieblings-Mega-Pokémon ist. Gengar ist ja nicht mein Lieblings-Pokémon. Ist auch ein schönes Mega-Pokémon, Gengar, aber... Also... Proto-Graudon, wenn es nicht shiny ist... Also wenn die nicht shiny sind, dann würde ich Proto-Graudon bevorzugen, wenn die shiny sind... Natürlich Kaiogre. Natürlich. War das Kaiogre denn überhaupt shiny? Ja, war es. Äh, Nightwolf, das schreibt Nightwolf, habe ich nach Panda gesagt vorhin. Was hat denn bei Sevenstream? Siehst du? Ja, Thunder hat halt kein Geschmack. Zander, Zander ist, ähm... Deswegen ist er ja auch bei der Ersatzbank im Pokémon in Final Fusion. Junge, jetzt gerade, wo du das gesagt hast, alle sind bei dir jetzt im Chat, bei mir ist der Chat jetzt leer. Ich werde bei beiden Groudon sagen. Ah, ich mag ja das shiny Groudon nicht. Ich meine, ja, das wird dann auch schwarz, aber es hat noch diese Popelfinger. Ich meine, das ist ganz lustig, aber ich finde, Kaiogre hat diesen, dieser Pferd ist viel besser in diesen schwarzen. Zander ist mir wenigstens treu. Okay. Ähm, genau. Neue Pokémon. Zander jetzt auf jeden Fall auch mir die Pokémon aussuchen, die ich diese Runde nehmen soll. Das Kaiogre wahrscheinlich, genau. Zander, du darfst mir jetzt die Pokémon aussuchen, die ich jetzt nehmen soll. Natürlich darf mein Chat entscheiden, was für Pokémon ich nehme. Du hast ja jetzt auch alle von mir. Es funktioniert. Ich stream nie wieder mit dir. Spaß. Ja, das ist ja schon. Das ist sehr schön, habe ich mit dir gerade verhalten. Oh, ja, schöner Start mit Zagrom. Wir machen das schön weiter. Hier. Wir sind zurückgekehrt, Meister. Scheiße. Moin. Du willst, okay, wir können sogar beide nehmen. Also, als erstes hast du so dieses Pokémon gesagt, ich werde jetzt nicht spoilern, es gibt nur Konter gegen mich. Kapi, kapi, kapi. Und ihr wollt natürlich auch diese beiden Pokémon, können wir natürlich jetzt super gerne nehmen, natürlich. Das haben wir natürlich auch. Jetzt frage ich mich, kann man überhaupt ein Shiny-Ding machen? Aha. Shiny Ashkord, suchst du? Und natürlich extra für Thunder nehmen wir natürlich noch das Pokémon, dann bin ich fertig. Okay, ich brauche noch drei Stück. Ich habe auch noch meinen Mega-Pokémon gerade erhalten. Wenn du einen Feen-Pokémon hast, dann habe ich ein Problem. Mhm, fünf Stück. Oh Gott, war es wirklich? Nein. Requisition. Ähm. Das ist Ultra-Sonder, Ultra-Mond. Ich habe da extra für den Pokémon mitgenommen. Du kannst aber in der nächsten Runde entscheiden, Sander. Versprochen. Wer noch Wünsche hat, auch ein Selbst-Ding? Nö, 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 klauen wir nicht nochmal die letzte Runde. Ich brauche noch drei. Diese Kampfkäfer-Ultra-Bestie. Äh, die Buff oder die dünne? Er hat so, du hast zwei Mewtus? Chabelle, äh. Hehe, du hast zwei Mewtus, du darfst dir gar nicht schreiben. Äh, ach, Chabelle ist die dünne. Life-Off, Life-Off, Fokus, äh, schweiten. Okay. Togedemaru, ne? Ne. Natürlich gibt es überhaupt Togedemaru. Ja, natürlich gibt es die auch. Äh, warte kurz. Ach, Togedemaru war das. Ja, ja, doch, doch, doch. Habi, Togedemaru. Sepp raus! Er kann Togedemaru, nehm ich mit Tristrope. Glaub ich einen fehlenden Counter. Vielleicht, wenn er eine Star-Rat- Ja, oh ja, wow, oh, Gott sei Dank. Er hat eine Star-Rat-Rat-Rat. So, dann, äh, Despoter wegen Knirscher, wegen seinen Mewtus. Gute Idee, gute Idee, gute Idee. Ja, ich hab, das ist der, dass ich der letzte Slot, den wir hier noch besetzen können. Ich hab dir extra so schöne Pokémon reingeschrieben. Ich nehm mal hier... Ah, ne, warte, er hat keine Dinger-Tacke. Dinger-Tacke. Du machst mich fertig. Nehmen wir das hier. Achso. Neidwulf, du bist ja irgendwie immer so gemein. Du hast nie gemein, der ist immer der Allerbeste. Er sagt raus, Meister, er isst dich sonst. Ja, vielleicht doch schon, wenn er heute Morgen schon mich beim Aufwachen gestört hat, als er meinen dicken Onkel in den Mund genommen hat, also meinen dicken Zeh. Nicht, was ihr jetzt denkt. Ja, hast du deinen Zeh, der dicken Onkel, Kinder? Ja, das sagt man doch so, oder nicht? Nicht, dass ich wüsste. Okay, wenn ich... Guck mal, was du hier für Cheat-Pokémon? Regiram, Zekrum, Schabelle, Despoter, Tokenomaro. Drei Mega-Pokémon. Ja, ja. Und zu mir sage, ich bin dir der Cheater, ne? Kann ja mal nicht wahr sein. Aber ich hab extra für Zander, hab ich ein Pokémon mitgenommen. Extra für Zander. Und wenn er wenigstens treu ist. Und zwar, sag's aber keinen, okay? Das schein' die Kaiogre. Also mein Onkel schildt morgens immer, hat er Tipps, das zu geben. Ja, ist normal bei ihm. Das macht er immer so. Ich versuch immer, ähm... Immer schön, so wenig Legis wie möglich damit zu nehmen. Oder wenn es geht, überhaupt keine. Aber ihn interessiert das halt nicht. Und ich... Hallo, das hat der Cheat-Pokémon ausgewählt, nicht? Das hat der Cheat-Pokémon ausgewählt, nicht? Ja, du musst nicht die Mega-Entwicklung direkt nehmen. Muss ich schon. Wenn die sozusagen die Schreib-Mega-Mega-Mega-Mega-Mega-X-X-Y-Land hat, dann muss ich die auch wohl nehmen. Mann, wie sich nennt's Poseidon, da kommst du raus. Aber natürlich... Und... Oder, 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 oder. Was war's? Ja, ich weiß, alle Ultra-Bestien haben diesen Bestien-Boost. Ich glaube, da wird immer der höchste Stat geboostet weiter. Ja, Special-Attack. Ja. Oder was, bei allen Special-... Wie, war's, war immer der höchste Stat oder immer nur Special-Attack? Ach, ist ja auch egal. Das ist eine gute Idee. Eine sehr zu trainieren. Na, das ist, wenn ich mal, Under Pressure. Du weißt, ich bin auch Käfer. Und du bist tot, hoffe ich. Nee, nicht. Ich weiß nicht. Ich nicht. Du überlebst! Nichts. Also, ich bin die Angriffsform. Das wäre jetzt echt traurig gewesen, wenn das Ding das nicht geschafft hätte. Was angr... Ja, okay. Ich war gerade die ganze Zeit überlegen, bist du jetzt Standard-Joxis oder was für die Joxis bist du? Nee. Ich hab lange Arme. Kann man auch kurz was anderes benutzen. Ah, 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 ah. Geht. Hm, das Ding. Ich werde das gewinnen. Low Kick! Scheiße, er wechselt euch nicht aus. Scheiße, ich bin tot. Guck mal, die Joxis. Egal, wer vorhin die Joxis gesagt hat, danke dir. War eine sehr gute Idee. Ich sag einfach Danke, Thunder. Ja, ich hab hier ein Problem. Was haben wir denn ein Problem? Lass dich kurz nachdenken. Okay, du hast eine Kampf- und eine Psycho-Attacke. Ich hab doch vielleicht noch mehr, was da gibt's aber nicht. Ja, das ist ja das Problem. Ich würde sagen, Chaos ist shiny. Ah, okay, muss ich einfach mal den beiden opfern. Geh mal, wenn du ein Drag-Bot-Charakter wärst, welchen würdest du empfehlen? Welcher denkst du, welcher du bist? Wieso wegen der Frisur? Wegen dem Bart. Nee, äh. Wenn ich einer wäre, welcher wäre ich dann? Oh, Gott sei Dank hab ich das Gewaltröhr nicht eingewechselt. Ich glaub, das ist ein starkes Poké. Also am liebsten wäre ich wahrscheinlich Mutten-Roschi einfach. Mutten-Roschi mit der Glatze. Jaja, aber mit der coolen Sonnenbrille. Und 300 Jahre Lebensspanne. Seit mal Löffel, man wäre mein zweitbester Freund. Wer ist dein erstbester? Ich. Wie hast du Deoxys bekommen? Aber ich glaub nicht, dass Gewaltröhr hätte Dinge besiegen können. Alter. Wetten ist es wieder tot. Wir spielen auf dem PC, also Naruto-Sazuku heißt also, ähm, keine Ahnung, wo du es bekommst. Oho, der Krip. Da macht er wieder Lutschi-Lutschi. Ne, seht ihr das? Seht ihr das? Wieder ganz tief drinnen. Soll ich das ausstimmen auf der anderen Plattform? Ja, aber ganz, aber ganz tief drinnen schon wieder. Haha. Ich erinnere mich, dass ich damals Pokémon heimlich nur nachgezockt habe für bestimmte Pokémon. Ja, aber ich war bei Pokémon, äh, an Destiny Dungeon habe ich das gemacht. Achso, okay, ich spiel auf der ersten. Ne, wir spielen auf PC, sorry. Also heißt also, wir können doch nicht Ultron spielen, nichts. Er hat gute Dienste geleistet. Er hat nur Lutschi-Lutschi bei Game Freak unter den Tisch gemacht, wie du. Jetzt natürlich nur Hate. Ich muss doch meine Familie finanzieren, Alter. Immer diese Kritiker. X-Work ist auch Work. Guck mal. Fandavid ist mein neuer allerbester Bolt. Der ist wenigstens auf meiner Seite. Tja. Nicht so wie Night Bolt. Kekerelo, danke für eine Follow. Ach, Korn ist auf der schnellen Beste. Was soll das heißen? Oh Gott, sag Gott. Also Gewaldro wäre wahrscheinlich schneller gewesen, aber da wäre wahrscheinlich genau dieses Szenario entstanden hier. Ach, wie geht das bloß? Wie macht er das nur? Wie geht das bloß? Ein Mega-Pokémon mit einer Z-Attacke? Hier, überlebt du's, überlebt du's, überlebt du's, überlebt du's, überlebt du's ich nicht. Wie mau ist es Tänzchen Hannter, Young Chu? Heheé. Ey, drei Augen, vier Arme. Ich will nicht wissen, was er in der Hose hat. Danke für den Follow. I'm a robber, hä? Ach, Zander ist dein bester Freund. Das hab ich mir schon gedacht. Ich kann ja morgen mal meine Legis sagen. Alles klar, mach das gerne. Aber morgen bin ich, glaube ich, gar nicht da. Also vielleicht erst ganz spät. Morgen muss ich auf einen Geburtstag. Oha. Wie alt wirst du denn? Ich? Ja. Nein, ich muss auf einen Geburtstag. Hier, dein eigenes. Du hast nicht spezifiziert, ach, lecker mio. Guck mal, das ist Togonomaru, kann man auch nach. Wenn du anstubst, dann ist es tot. Deswegen hab ich dir auch gegeben. Weißt du was? Das Spiel können gleich zwei spielen. Ey, Spokémon ist klar, Spokémon Ultra-Sonne, Ultra-Mond. Viel Spaß dort, danke. Und trotzdem scheiß da rein. Hä, wie mein's jetzt? Sarcrum ist so ein cooles Pokémon. Warum kannst du denn mit einem Mega-Pokémon Zitterattacken machen? Ja, Seb, warum? Erzählst uns. Teile der Welt dein Wissen mit. Oh, verdammt. Genau, einfach mit Magie. Mit einer Menge Phantasie. Kannst du alles sein, was du willst. Ein Football-Spieler. Ein Football-Spielender Astronaut. Entschuldigung, was ich gestehen hab, aber die Attacke hat verfehlt. Ähm, also, wir können uns hier Pokémon geben, weil wir auf dem PC spielen, wie wir lustig sind. Und dann kannst du halt auch Mega-Pokémon dir direkt in der Box legen lassen. Und kannst dir halt auch das Item geben. Ähm, Magie, genau. Mit Magie. Die Hochzeit, ja, auf Ladder. Was? Ladder? Ihr drei seid meine besten Freunde. Aber nur wenn ihr mit uns dann beste Freunde-Lied singt, das App steht für Freunde. Was ist das für ein Pokémon-Spiel? Freunde sind Freunde füreinander da. Ja. So, Fanda, jetzt kannst du aber reinschreiben. Welche Pokémon soll ich nehmen? Alle dürfen doch reinschreiben oder etwa nicht. Hä? Alle dürfen doch reinschreiben oder etwa nicht. Ne, 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 ne. Also, ja, schon. Aber Fanda auch. Ne, also, der erste, der wird auf jeden Fall erstmal geblockt. Ich merke schon, alles ganz gerecht hier. Du hast auch nicht das Habitat genommen. Kein Platz. Genau, kein Platz. Nein, das habe ich, glaube ich, auch nicht. Na, komm, aber ich bin ein fairer Sportsmann. All's up. Also, ich bin ein Traum. Ich kann, ich kann das Dreifach-Paket nehmen, wenn du willst. Mach, wie du möchtest. Nein, ich meine, ja. Möchtest du das oder das? Genau, ich habe alle Pokémon von Generation 1 bis Gen 7. Also heißt also alle entwickelten Pokémon. Was? Ich habe das nicht gehört. Pokémon Ultra Sonne, Ultra Mond ist das. Leute, schreibt das Pokémon rein. Welche Pokémon soll ich nehmen? Kannst du vielleicht deine Liege? Ich habe alle Pokémon, alle. Bis Generation 7. Bis Generation 7. So, ich bräuchte auch noch welche. Ich habe nur zwei. Ich habe nur eins. Ja. Das hat mir so ein Schwachkopp im Chat beschrieben. Ja, das können wir gerne nehmen, Zander. Zander, schreib mir gerne noch mehr Pokémon rein, wie du möchtest. Wie wolltest du gerade Vögel sagen? Was, Vögel? Oh, das ist natürlich, weißt du denn, welchen Typen? Auch in Shiny, ich glaube, also manche ja, manche nein. Ja, das nimm ich auch gerne mit. Welche Form denn? Hast du da irgendwie gewünscht? Wolltest du Arzt euch sagen? Ja. Einmal Raw, welches Arzt sagt, möchtest du denn? Also Kampf, wir haben Kampf, wir haben Psycho, Elektro, alle Typen halt. Okay, 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 okay. Nein. Nein, 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 ja, doch. Ja, 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 such aus, dass du willst, okidoki. Okay, dann noch drei Stücken. Mega Pokémon wäre noch ganz cool, wenn euch eins einfällt. Tati, äh, dann nehmen wir noch, für heute nehmen wir das. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, ich habe meine letzten zwei Pokémon und dann bin ich fertig. Ich brauche noch drei. Psst, willst du auch von mir nochmal einen Chat haben? Oh, ne, äh, mir fehlt noch eins, also, tschüss, gart, tschüss, pflex. Und natürlich nehmen wir jetzt noch das und dann, äh, aber im Fall ist es natürlich fertig. Äh, ich brauche noch eins. Geboten oder Fehl sind auf Arz, das ist am besten, das ist leider ganz zu spät. E-Mail, danke für deinem Follow. Ja, Fehl ist halt der tankigste Typ. Kann das mal jemand reinschreiben, weil Kikello fragt, dass du das sechste oder siebte Malwächs Pokémon es ist? Ultrasonne, Ultramond. Anscheinend habe ich doch eine zwei beste Freunde. Herr, wen denn? Erzählst du mir mal, Wolf? Ich habe mein letztes Pokémon, ich muss nur... Ja. Thunder schreibt, Dima, Tantoxa. MAPANDA! Hör auf damit. Der, äh, der andere... Lügen ist nicht in Ordnung. Der andere schreibt, äh, ne, der andere, ähm, tut in seinen Chat auswählen, welche Pokken wir da nicht. Naruto, Sasuke, danke für den Follow. Also, Dima tut auswählen, ähm... Äh, nein. Wieso? Dein Team gefällt mich nicht. Wieso nicht? Diese komische... Also, du hast, ähm... Diese blöde Sandburg mit. Ey, lass die Sandburg in Ruhe. Ja, die stinkt. Du stinkst. Ich auch. Den Zander und... Der andere ist gemeint, so nö. Oh, welcher andere denn? Welcher andere, woher? Irgendwann, danke für das Parod. Hm, also... Das ist natürlich doof. Würde für die Besten. Dankeschön. Ich weiß nicht, welchen Typen das hat. Welches denn? Ne, ich erkenne es dir nicht. Ist es... Pflanze? Welches? Ja, da warst du wohl. Dein Artzois, natürlich. Könnte ich dir leider nicht sagen. Geist? Nein. Zieh nicht so viel. Er ist böse zu mir, warum? Das ist ein sehr gutes Matchup. Der, die U... Ja, die Sandburg, die weiß ich, dass sie in Kamesin Pupa... Der, wir haben ja auch schon ein bisschen schon Kamesin Pupa gespielt. Aber Ultramon, weiß ich nicht... Hab ich jetzt nicht allzu viel. Darf ich dir sagen, was das für ein Typ ist? Ja, bitte. Was denkst du? Oh oh. Was ich Angst habe. Lass uns das so in einer Stunde machen. Ja, würde ich auch sagen, können wir bestimmt noch ein paar Kämpfe reinpacken. Sag mal so halbe Stunde bis Stunde. Ähm... Ich, 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 ich... Es ist normal? Was weißt du das? Du bist schlau. Ich glaube, du wirklich die normale Art, die du mitgenommen hast. Natürlich. Extra für dich. Extra für dich. Mhm. Guck mal, ich lasse dir hier eine Chance und du machst sowas. Ich. Ich zeig dich auch. Sag dir ja auch mal. Das überlebst du nicht. Na. Ja, ja, ja. Okay, warte, du hast Schwertanz, du hast Schattenklau. Was hast du mit mir? Ich kann es nicht predikten. Ich habe ein Problem. Sag dir das Problem. Mein Spaß. Äh... Du machst ja gar nicht. Das ist... Warum sollt ihr nicht? Weil ich jetzt gemacht habe. Okay, nachdem, was du natürlich jetzt für Attacken hast, wird das wahrscheinlich sehr blöd enden. Hm, das stimmt wirklich. Was sei denn, Tau-Boss? Depp und Zander. Der andere verbietet mir jetzt das. Also, wer ist denn der andere? Scheiße. Ich bin ja auch Scarlet und Violet. Äh, spielen wir auch manchmal. Da habe ich zum Beispiel auch ein Quaser, die Alga, Arzois und so weiter. Aber da machen wir nicht mehr viel, allzu viel beide. Das Spiel ist scheiße. Richtig. Es gibt Arzois und Sonne und Mond gibt es, also Ultra-Sonne und Ultra-Mond gibt es alle Pokémon bis zur siebten Generation. Ah, guck mal, ich habe gelernt. So cool. Hm, stimmt wirklich, dass Keogh und Wahrscheinlich. Weiß ich nicht, müssen wir mal Dima fragen. Dima? Nein. Komm, bitte, 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 bitte. Das ist ja so eine Verarsche. Es hat so ein bisschen das Feeling von Generation 5. Gen 5 hat ja viele alte Pokémon eine Entwicklung gegeben, haben die ja jetzt auch mit dem Kammelsie-Pupo. Na tolle Wurst. Nicht wahr? Hey wir brauchen noch zwei Follower, dann haben wir die 13.250 erreicht. Ich glaube du schneller bist. Natürlich bin ich schneller. Guck mich an. Ich bin wunderschön. Wie kommt hier eigentlich alle auf Trump? Das Ding sieht null aus wie Trump. Also der rechte da unten schon. Okay, vielleicht hätte ich gesehen gerade nicht. Aber es gibt doch sogar ein Donald Trump Pokémon. Ja stimmt. Kammelsie-Pupo sind technisch gesehen PS2-Qualität. Aber die Story finde ich mir sehr krass. Die Story war super. Aber die Kamm... Ja, diese Schuh-Bulli-Story. Auch wenn ich... Ich fand es ein bisschen übertrieben, dass es dann in diese Zeit-Story ging mit Zeitreisen und all das. Ich meine natürlich braucht das irgendwo mal wieder dieses große Thema. Aber... An sich war es wirklich sehr nice. Und der Professor Flotto ist sowieso. Achso, okay, okay, okay. Nein! Du hast Gengar getötet. Du Schwein! Deswegen steht man nicht im Boden rein. Als würdest du glitschen. Soll ich in dich reinstecken? Äh Entschuldigung, was? Und bitte was? Also wir haben ja zum Beispiel Arzhaus in dem Spiel. Wir haben zum Beispiel auch... Ähm... Zarkia und San Mazenta dort. Und äh... Leider Gottes sehen die Animationen von diesem Pokémon aus. Ob das wirklich ein Zweieriger gemacht hat. Also... Und die Grafik allgemein. Die Pokémon sehen auch teilweise in Ordnung aus. Aber als... Das Rest des Spiels... Ich meine die Bäume sehen schlechter aus als Schwert und Schild. Und die sahen aus wie N64-Spiele. Welchen Pokémon-Game fand ich die Story am besten? Ich bin immer noch für Platin. Ich würd sogar Smaragd sagen. Im Voraus spielst du auf PC. Evil-Tage. Ich finde die Story-Kreine sieht so unfassbar schön aus. Ich weiß gar nicht mehr welche Story fand ich besser. Die normalen Sonne-Mond oder die Ultra-Sonne-Mond? Gibt noch Leute die Sonne-Mond spielen? Oh natürlich. Du hast Biduri getötet. Du schwein! Du hast Biduri getötet. Ich hab auch mal Bärchen. Lass mal connecten mit der Anzerte das noch spielt. Wir spielen über PC. Also heißt also wir können nicht mit Leuten auf 3D spielen. Ich hab irgendwie das Gefühl ich rede in Spanisch oder undeutlich. Als ob das Ding schneller ist! Ja natürlich. Oh der hier hat äh Ding. Games aus Timestream. Also hier heißt er Fern egal. Er hat Sonne-Mond und Ultra-Sonne-Ultramond durch gespielt. Okay. Also alle Spiele der siebten Generation. Da ist es natürlich. Hier mal dasselbe Spiel durchzuspielen. Ja wenn es Spaß macht. Wird denn das seine? Uh ah ne warte. Entschuldigung. Entschuldigung. Zack. Ist das Sonne-Mond oder was? Das Ultra-Sonne-Ultramond. Ey der Steven der lebt ja auch noch. Das ist ja nicht zu glauben. Okay ich muss jetzt. Was ist dein letztes Pokémon? Ähm. Wo? Wieso? Äh. Ich muss taktisch vorgehen aber. Offquake. Ah scheiße. Das war's. Geh mal taktisch vor. Ich will es sehen. Die Taktik war zu sterben. Kein Plan hatte nichts zu tun. Fand es damals echt nice. Hm? Ich meine ich habe fast eine Lego-Spieler als Kind auf 100% durchgespielt. Unterprüfen von Schlotzen. Das hat ehrlicherweise nichts zu meinem Content mit Pokémon. Ja das verstehe ich. Wie gesagt bald kommt er wieder aus dem Dragon Ball. Also am 13. Kommt er aus Kakarot DLC. Das Streamy das auf jeden Fall wieder. Aber momentan ist Dragon Ball echt. Trockener als äh. Als ich. Das musst du mir nicht sagen. Ich weiß das es hätte Schwede hätte. Welche Fähigkeit hat denn das? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Magnetwolf mal auf. Oh Leute wir werden wieder Pokémon reinschreiben. Welche soll ich nehmen? Ich würde sagen eine Runde machen wir hier noch. Dann können wir eigentlich rüber wechseln. Zu Schwert und Schild oder nicht? Äh. Ja von mir aus. Okay. 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 Ich suche es wieder mal. Ich finde dieses blöde Pokémon immer wieder nicht. Dach. Werden Schild sind auch auf PC. Trockener als mein Humor. Trockener als mein. Egal. Wir wollen es wirklich nicht hören. Aber wieso Ultramont und ich kann mir sie nur pro pur. Weil kam mir sie nur pro pur scheiße. Was scheiße sind. Aber richtig. Gön mal Negroßen aus Säugaleoformen kann ich. Mooooommmmmmmm. Ultranekrosen haben wir auch. Warte. Was hat denn das Ding da für Moves? Haben wir. Das wird schon wieder ein Brigaron. wird das hier weißt du das briga briga und briga und das ist das gen 6 pflanzen starter der richtig dreckig aussieht du hattest nicht denken ja dann sagt diese komische schlangen ding meinst du den meinst du ding die fossile pokémon das andere das ist diese ding schlange nein nein der nächste gen ist der pflanze kampf also hier schreibt doch dann nach nach generation 4 war bei ihm vorbei war genau so nach generation 4 war so eins brauchen wir noch das meinst du einfach ich brauche noch drei ach so das meinst du ok habe ich alle ich weiß nicht welches das von dem ist ich glaube es hat keiner von denen doch das das streamer erst hilft auf twitch und auf tik tok xy ist sechs und sonne und sieben ich warte wie viel brauche ich noch drei ja ich nehme eins was ok jetzt fehlen mir noch zwei nein du hast es glaube ich ja das war mir aus wenn man hab ich doch nicht so weil ich hab ich ja möchte wieso möchtest du Habitak, dann nimmst du den Seinbild. Ibitak meine ich, sorry. Welche Gen war das Ding jetzt? Eins. Nein, das weiß ich. Ich meine das, was Stefanie Geil reingeschrieben hat. Und dann möchte ich noch gerne, wenn du noch einen Platz frei hast, dann Bluebella. Nee. Aber ich nehme Bluebella lieber als Habitak. Nein, 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 nein. Ibitak. Ich kann das nicht, oder hat er das schon wieder? Was habe ich? Hast du zwei Mega-Mewtwo's? Nein. Ich dachte, dann kann man am Ende selber in die vergangenen Zukunft reisen. Das wäre ein cooles Feature gewesen eigentlich. Ich meine, wenn Gen 1, wenn Gen 2 dich, wenn du Gold und Silver sogar nach Kanto reisen könntest, könnt ihr auch einfach mal wieder ein großes Spiel sowieso rausbringen. Hm, stimmt. Ich meine, Legends Archie, ich hatte diesen äh, äh, Twister mit all dem, dass du Gießigkeit wirst. Oh, naja. So, letzte Runde, dann gehen wir gleich rüber zu Schwert und Schild. Oder ihr könnt entscheiden, ob wir dann vielleicht zu Schwert und Schild rübergehen oder zu Karmel, dann gehen wir zu Schwert und Schild. Aber ihr könnt entscheiden, ob wir zu Schwert und Schild gehen. Ja, ist auch besser so, oder? Schreibt doch mal 1 in den Chat für Schwert und Schild und eine 2 für Karmel, und sie nimmt Popur. Wer Karmel sie in Popur nimmt, hat keinen Geschmack. Wer Schwert und Schild nimmt auch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. 1 für Karmel, äh, was hab ich nochmal gesagt? Ich hab's vergessen. 7. 1 für Schwert und Schild und 2 für Karmel sie in Popur. 1 war jetzt Schwert und Schild. 1 war Schwert und Schild, glaub ich, ja. Und 2 war Karmel sieben. Ich besame dich. Witzig. Mach mal. Das Mayonnaise auch in den Frömmeln. Ey. Sind meine Samen jetzt weg? Ja, ich, alle sind die Schild, wie ich das sehe. Sprich, die mal Sprachen lernen, Babbel. Das ist wieso, weil ich die Sprachen lernen. Genau, Lernung in Sprachen. Hm? Ne, jetzt mal ernst, aber sag ich mal, falsch gesagt. Habt ihr falls auch nicht. Ich hör dir mal lustig, auch Karmel sie in Popur zu sehen. Ach, ja, naja. Hier gibt natürlich, also in Karmel sie in Popur gibt es natürlich ein Pokémon, was Sepp liebt. Das, nicht wahr, Sepp? Mirai Don? Nein. Doch, Mirai Don litte. Das war ironisch. Da hast du ein Hibitak. Äh, da warst du ein Hibitak. Denk mal nach, ein ganz bestimmtes Herrscher, äh, nicht Herrscher, ein ganz bestimmtes Pokémon, was ein Herrscher darstellen soll. Und echt cool ist. Achso. Delfin. Nicht Delfin, Mann. Die Weiterentwicklung von Cesurio, Gladi Imperio. Ach, ich hasse das. Das ist ja Gladi Imperio, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Kann man das sterben lassen? Nein, das ist ein cooles Pokémon. Nein, das ist kein cooles Pokémon. Ich will es nicht. Ach, das ist ein verdammt cooles Pokémon. Ich will das nicht, ich mag das nicht und damit habe ich dich nicht mehr zufrieden. Ach, es ist pink. Der ist ja. Ich mag pink. Und ich bin jetzt rot. So schöne Farben. Komm, wir danken am Follow. Wir haben dir 12, äh, 13.250 erreicht. Gib ihr, yay, danke euch. Happy Birthday. Hab ich Geburtstag? Genau. Ja? Ja, Tag, das Leben ist wie Geburtstag. Also mein nächstes Pokémon. Komm, Prim, Mann, so welches war Prim, Mann. Ah, das waren die, äh, Ding. Ja, ja, ich weiß, welches du meinst. Ich bin gerade nur überlegen, welches Pokémon ich gegen den Scheiß wieder nehmen soll. Mein favorite Pokémon aus der Gen ist entweder die Tinkertoon, also das Ding mit dem Hammer, oder der Delfin, Mann. Delfin, Mann ist so Premium. Ich mag es ja wieder. Aufquake. Rot, meine Feinden. Ich kann sterben. Ich kann keine Gälder werden. Rot, meinen Feinden, hab ich gesagt. Ich sagte, tot, meinen Feinden. Aber dann wird der Rubin schon einen neuen Lebensvolle Pokémon-Liga. Nice. Prima hat mich perfekt gemacht. Das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Ist das der Cremando oder Azuglados? Azuglados finde ich persönlich besser. Äh, Cremando einfach, weil es ein Final Flash machen kann. Ich wollte noch nicht sterben. Der Tod ist im Alltag von uns, Sepp. Du kannst nicht einfach sagen, ich wollte noch nicht sterben. Wenn es passiert, dann passiert es halt. Und wenn ich halt das kleine Kind überhaupt war, ist dieser Elektro-Vogel denn so gut? Also Maske Regen, weiß ich. Er hat ja nicht so Kolossant sowieso. Aber diesen Elektro-Vogel, ich kann mich irgendwie nicht mit dem einen gründen. Mit dem Voltrien. Nee, auch komm schon. Ja, jetzt musst du erstmal Musik spielen. Das ist so traurig. Hi, Danny. Hi. Ja, das ist mein Stream. Das ist mein Hi. Nee, nee. Mh, wird mir schicken, wenn ich tu wäre. Wie geht's uns beiden? Ach, mir geht's gut. Und dann dir, Sepp. Wie geht's dir mit nur deinen drei Pokémon, die du noch übrig hast? Mir geht's super. Ich könnte am liebsten, äh... Oh, okay. Ach, jetzt! Äh, der Elektro-Vogel ist der, das drittschnellste der Generation. Nur hinter Koraidon, Miraidon. Das ist krass, das ist krass. Welches Spiel ist das? Welches Spiel ist das? Pokémon, Ultrasonne, Ultramond. Sorry, wir haben noch mal eine Frage. Zack, direkt. Nein, wir zacken, direkt. Ah, ich hab' ich aus Versehen noch mal... Ach, Mann. Absolut, aber schon da ist er. Anders kann man doch mal einsetzen. Okay, von mir aus. Okay, wenn wir aus die ganze Zeit Spam kommen. Ach, scheiße. Danke. Mega-Knock-Knock-Knock for the win. Nichts verstanden, also super deutlich gesprochen. Welches Spiel? Immer noch Pokémon, Ultrasonne, Ultramond. Das hab' ich ja schon zum fünften Mal gesagt. Du sollst dir einfach mal ein neues Internet anschaffen. Nein. Nicht du, er. Wieso? Weil er nichts versteht. Und weil ich gemein bin. Ah, ah. Zarqian oder Zama-Zenta? Ganz klar Zarqian. Äh, Schwert im Mund oder Schwert mit... Oder Hund mit fetten Schild. Ich mag beide. Ich geh mit Wurfels. Ja, die mal... Äh, genau. Ja, die mal hat das neue Mega-Pokémon erfunden. Mega-Lucci. Ey, Mega-Lucci ist das Beste. Mega-Lucci. Wie heißt das Game? Pokémon Ultra-Sonne. Ach, der spielt immer unfair. Knack-Knock ist dein Pok-Knock, das hat mir Cynthia damals beigebracht. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich hab erstmal deine Daten gedownloadet. Ja, so gar nicht. Ich fand Hund mit fetten Schild besser. Red ich halt wirklich so undeutlich? Ich verstehe hier nicht jedes Mal. Jo, welches Game ist das? Ich dachte, ich frag auch mal. Ja, welches Game ist denn das, Sepp? Sag mal. Das ist, äh... Hello Kitty ist Insel-Spaß. Sieht man das denn nicht? Inersekt war eine sehr gute Wahl. Genau, das ist Strike-Butt-Breakers, Hello Kitty, Techno-Spaß. Dad. Ich glaube, Roar hätte das Knack-Raketen-Könne runtergeleist. Na egal. Hat er halt verloren, was wir werden tun. Richtig. Äh, wo spielt's auf PC? Und wo in meinem Zimmer? Ich hab vielleicht doch ein bisschen ein Problem gerade. Ja, total ist ein Problem. Äh, ja, weil ich hab zwei Kampf-Vokomman mit. Solga Leo oder Lunala oder Necrozma? Solga Leo, ganz klar ist Solga Leo. Ja, ja. Solga Leo und Lunala finde ich auch besser. Die beiden haben halt Unterschiede zwischen sich. Die anderen beiden sind halt Hunde mit jeweils dem anderen, äh, Titelnamen. Ja, haben wir eigentlich, haben wir eigentlich den Hashtag heute schon benutzt? Och, Gott sei Dank, ich bin schneller. Lass es. Tu's nicht. Haben wir das Pokémon nicht benutzt heute mit Shiny-Kairoge? Äh, das Kairoge war Shiny. Ja, das Kairoge war Shiny. Das war der letzte Mal. Et, das Kairoge war Shiny, genau so. So würde ich das lesen, Sander. Genau so. Aber jetzt würde ich doch noch eine Runde machen. Schon wieder? Okay, von mir aus. Aber diesmal gewinne ich. Alles ist besser als Schwert mit Schild und Kammelsing-Pupu. Na gut, nicht alles. Doch. Na. Also Leute, ihr könnt wieder Pokémon reinschreiben, welche soll ich nehmen? Wir haben alle Pokémon, also alle Endentwicklungen. Bis Generation 7. Bis Generation 7. Also sowas wie Mirai und Kurai haben wir natürlich leider Gottes nichts. Sag jetzt, der Prozente auch nicht. Sander, die kommt vielleicht Talken. Talken. Sonder oder Ultrasonne. Ultrasonne. Die Ultrasonne. Da ist es. Das haben wir. Ich habe eins. Ich habe schon eins. Ich habe schon zwei. Ey. Ich habe schon drei, du Loser. Ey. Ich bin halt der aller Coolere. Merkt schon. Jetzt muss ich nur dieses blöde Pokémon finden. Ich habe es wieder vergessen, wo das ist. Da. Oh, du hast mir die Gedanken gelesen. Nice. Ja, nice, 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 nice. Okay. Das nehmen wir noch rein. Zag, Jan. Haha. Haha. Ja, nimm mal Summer Center mit, dann nehme ich Sazia. Warum so genervt? Ich bin nicht genervt. Alles gut. Mann, äh, Seb. Weißt du, diese ganzen Emotionen in sich reinzufressen, das ist einfach nicht gesund. Sag doch einfach, warum du genervt bist. Ich bin nicht genervt. Ja, nochmal würde ich eher vermeiden, das nochmal mit reinzunehmen. Was denn? Ich bin mehr so der Typ der Pokémon immer nur ein... Ja, ich werde hier gefragt, ob ich nochmal ein bestimmtes Pokémon mitnehmen kann. Oh. Galadarmanitian, was ist das denn? Was ist ein Monagoras? Das kenne ich auch nicht. Marcel, danke für den Follower. Necrozma oder Schlingking. Das sind Pokémon, die ich kenne. Es gibt denn was, das nennt sich Google. Ab Generation 4 war es bei mir tot. Ich habe keine Ahnung, was es da gibt, weil die anderen Editionen haben mich null interessiert. Auch wenn ich dieses Spiel gerne spiele, aber die anderen Editionen, die waren für mich wie... Als ob sie gar nicht da gewesen wären. Ah, okay. Jetzt weiß ich, welches Pokémon es ist. Ja, das nennt ich. Na, warte, Pokémon. Ich muss es nur suchen. Ich nehme eins, was ich persönlich mitnehmen will mit. Oha, du cheatet einfach. Sagte der mit seinen Drecks Mega-Pokémon. Ich habe nicht ein einziges mit, ich schwöre es. Doch, ich habe eins mit, aber eins, was ich verwandeln kann in ein Mega-Pokémon. Ein Pokémon brauche ich noch. Oder brauche ich noch eins? Ich brauche noch genau eins, ja. Unterstehe dich, Sepp. Unterstehe dich. Du kannst das Monagoras mitnehmen. Ich bin schon fertig. Ah, ne, 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 das da mal, da mal... Ich bin schon fertig. Ach so, du bist schon fertig. Scheiße. Hör doch mal zu. Kann ich zu haben. Das merke ich. Sepp, ihr, dann ist es schlimm, wenn ich dein Energy-Rudel getrunken habe. Okay, dann musstest du aber richtig in Durst gehabt haben, weil ich den ganzen Kühlschrank voll habe. Nicht, dass du uns hier noch schlecht abkratzt. Ich bin bei Hauskirchen. Das ist jetzt mal Salzcracker. Also kleine Hunde, Katzen und niedrige Vögel. Ey, das ist jetzt letzte Runde, danach gehen wir gleich zu Schwert und Schild rüber. Wäre es besser, eine Crossbow oder Schlingking? Oh, gute Frage. Wirklich gute Frage, keine Ahnung. Magst du mein Team? Nicht wirklich. Warum nicht? Einfach so. Wieso? Fühl einfach so. Wieso? Verstehe ich nicht. Die Mann hatte mich zu lange im Keller gelassen, aber ihr ändert sich wirklich doch nicht um. Sein Dialga ist halt nur, äh, Ding, Vorbereitung. Auf was? Ja, auf alles. Das hat Stealthrock und all das. Warum weißt du das? Ich lecke. Hast du bei mir geguckt? Hast du bei mir Attacken geguckt? Ey, ich kenn doch das Dialga. Nö, das kennst du nicht. Katagami oder Kaguran? Katagami. Warte mal, soll ich dieses komische Scheißding, was du ankapiert? Nein. Hä? Why? Wondergard. Was ist das? Deine Fähigkeit. Irgendwas macht das? Mann, muss man dir echt alles erklären. Aber natürlich. Nur sehr effektive Attacken können das Pokémon treffen. Ah, verstehe. Können ja mal falten. Könnte gar nicht auf Votrian. Werner Votri. Wieso hast du Toxic? Nur sehr effektive Attacken hinten. Ja, Toxic ist nicht so effektiv. Toxic ist Toxic. Ja, siehst du. Das ist ja so unfair. Und ich hätte es eigentlich so kommen sehen sollen müssen. Da denke ich mal, einmal man outplayt alles. Da reibe ich mir die Hände. Wollt rein in ein Moskito. Moskito. Hallo, der aufgepumpte Moskito. Der Dima in eurem Schlaf verfolgt. Stell dir einfach vor. Du schläfst nachts in den Sommertagen. Auf einmal kommt da so ein riesiges Moskito zu dir. Mit Oberarmen. Wie Heike. Wie die stecken. Ich würde es anbaggern. Moskito oder Schabelle? Ich bin nicht Schabelle. Schabelle fern mich gar nicht. Moskito. Ich würde es immer noch anbaggern. Schabelle? Weide. Weide. Du kannst gar nicht auch. Und wenn ich bei dir vorbeifliegen würde? Ganz schnell weg. Bruder, kann zu K. Moskito oder Nego? Moskito. Gute Nacht, Nisson. Ja, das ist für ein Heiterer normal, so viel K.P. zu haben. Hier bitte erklären, warum er Ultra Mond zockt. Weil das Spiel gut ist. Und es aktuell keine besseren Pokémon Spiele gibt. schwert und schild ist nicht mehr ansatzweise online spielen kann schwert und schild ist nicht mehr ansatzweise so gut wie das hier und von kam es in der purpur will ich gar nicht erst anfangen die ich dieses spiel haste also ich würde schlinking von den ultra bestem kurzen ja bin ich eigentlich auch so dass meine schlinking sieht echt heftig aus ich glaube ich gehe mit naga nabel du bist ja auch ein sogenannter loser und zurück die kommunistische moskito samantha moskito ich lass es bei kam es in der purpur so schlimm hast du dir mal die kampf angeguckt dass wir das spiel mal angeguckt du kannst direkt zu beginn des spiels gesoft blockt werden du kannst du an der stelle nie nicht mehr rauskommen du musst dann das ganze spiel neu starten eine warte du kannst du nicht aber zu dem du kannst mit dem handy zwar weg kommen durch die importation aber zu dem zeitpunkt wird dir im spiel nicht mal gesagt dass du das kannst das heißt ein kleines kill wofür das ja auch eigentlich ausgerichtet ist sitzt da fest und kommt nicht raus und das ist eigentlich obwohl die spiel anfänger immer perfektioniert werden müssen jedes level 1 ist immer perfekt weil die da alles auslösen weil das eben der anfang des spiels da darf sich kein fehler erlaubt werden gamefreak scheiß darauf unter der kristallisierung ist mit absolut das schlechteste gemik was sie bis jetzt hatten der kristallisierung ist der russisch muss dafür nicht giga deiner max tausend mal kaputt ja weil giga deiner max noch diese dualität teilweise hatte ja ich habe darauf gebrochen dass du nicht mit noch mal vier machst ich habe drauf gebrochen dass du nicht noch mal vier machst ja aber wirklich alle moskitos schlinking das schlinking also wie gesagt wir können ja gleich mal wirklich zeigen wir sieht ja wie cool das hier aussieht mit der ganzen verwandlung die ganzen attacken und blablabla wir können euch gleich mal vorführen wie kam es in der purpur aussieht wir haben da zum beispiel auch quaiute es kann sie nicht mehr verwandeln die fähigkeit wird zwar angezeigt aber das game sagt man so du kannst hier aber einfach nur die ist jetzt geboostet ich würde das gewinnen hast du das mega wicklungen waren beste das sowieso pokémon ist ja persönlich guckmann wie mein hat man ja ja es ist so und wer das ist ja das ist klar viel spaß dir ich verstehe es nicht Zander ist jetzt live, hat er gesagt jetzt. Seid ihr die Abdi-Brüder? Klar. Was sind wir? Die Abdi-Brüder. Sag einfach ja. Nein. Ah, sogar ein Crit! Oh, irgendwas stimmt bei meinem Spiel nicht. Irgendwas stimmt bei meinem Spiel ganz und gar nicht nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht. Das ist das Nummer du verlierst, du wirst dich nur drücken. Nein, ernsthaft. Das Spiel ist gerade ein bisschen am Rumbang. Es geht kurz schneller, kurz langsamer. Ah, ich glaube es hat sich gefangen. Mosquito oder Es-Kriutsu? Ach, okay. Ich bin halt nicht so wie du. Ich habe halt verständliche Gedanken. Das sage ich lieber nicht, so am Stream. Ich meinte nicht nachher, alles klar. Ey, wieso ist das nicht mehr vergiftet? Beat. Why? Äh, die Runde liegt mal ganz und gar nicht für mich. Die 50.000 Rosen gönn mir. Ich kann halt nur einen Attack einsetzen, deswegen mache ich auch keine andere. Hey, ich habe gerade mal eine 6 Pokémon. Das ist ja schön. Das weiß ich auch. Ach komm, jetzt ärgerst du mich aber. Hör doch auf. Niemals. Machst du doch noch mehr, du. Ah ja, Pokémon. Ash Pikachu und Ash Kajutsu. Ich hasse Pikachu über alles, außer natürlich Ash... Ich hasse Pikachu auf übelste, aber ich nehme Ash Kajutsu. Ash Kajutsu natürlich. Ja. Hey, komm zurück. No. Kann ja wohl nicht wahr erscheinen. Belasto. Ash Kajutsu oder Necrozma. Ash Kajutsu. Ich verstehe das nicht. Das Ding hat Ultra Necrozma Dinge zerkicken. Und er macht das einfach nicht. Das funktioniert... Ne, nein, das muss... Necrozma soll gar nicht oder Necrozma Ding sein. Weiß er nie. Ja, ich weiß jetzt auch, dass Necrozma Psycho ist. Habe ich nur gefragt, ob es noch Stahl oder Gestein ist. Zweifel hat. Verletzt ihr Ultra Moons dann dann sicher ein Gottes Game? Äh, ja schon. Also... Ja, da haben die... Von der Qualität her übersteigt das... Alle anderen Pokémon Spiele. Ja, man will ich alles aus dem 3DS raus holen. Alles. Und was haben die in Schwert und Schild und Kale sind Pupa gemacht? Nicht mal das Mindeste. Wow. Dein Highteras ist schon wacht, das wird mir nichts ziehen. Jetzt so tot. Ja, mehr gezogen als ich gedacht hatte. Oh, jetzt muss ich dich aber angreifen und sterbe ich. Waaaat? Nein. Mh, doch. Witz. Witzboot, danke für dein Problem. Oh, Heiliger. Mantags reiten, gut oder unnötig? Ich stelle die andere Frage. Misti reiten, gut oder unnötig? Entschuldigung. Bitte? Bitte? Die Spirit Bomb. Wenn du heute machst du noch ein B dazwischen, dann ist es die Spirit Bomb. Lieber noch Earth. Aua. Äh, Poker Alex hat mich dann verlob. Als ob das Ding das überlebt hat. Jetzt kommt der Lusttropfen. Ich lache mich zu. Ich lache mich zu. Ich lache mich zu. Ich lache mich zu. Kein Humor heute, der nur Bediener. Ich lache mich zu. Ich lache mich zu. Ich lache mich zu. Böse. Ich lache mich zu. Ich lache mich zu. Ich lache mich zu. Was ist das mal? Ich lache es einmal starten. Dann habe ich das Spiel mal gleich auswählen und dann kann es losgehen. Das dauert immer ein bisschen bei denen. also nicht wundern alles perfekte screen tatsächlich oder ist alles so gut ich frage hier bei mir im chat ob ich lautstärke oder so erhöhen soll oder weil es passt und all das so, das Spiel startet jetzt macht das Schwert und steht Doppelkämpfe oder Einzelkampf wir können jetzt mit Einzelkampf starten und dann können wir wieder Doppelkämpfe machen Lukas, vielen Dank für dein Follow gerne du heißt nicht Lukas ich hab doch ja so ganz wichtig wie du willst okay so, ich bin schon auf der Suche mach was wir können halt nur mit uns wir spielen quasi den lokalen Modus was für ein Passwort ja dasselbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 also weiter hättest du auch nicht machen können sonst hätt ich auch nicht weiter zählen können du hast Einzelkampf gemacht ne ja ein Trainer wurde gefunden time for a battle kannst du Opposing gerade nicht übersetzen ne 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 nur mit Emulator also das funktioniert nur wenn wir alle wenn wir abgestimmt drauf sind ah ja was genau restrictions gemacht ne also jetzt müssen wir gucken wir 100 nehmen ups ja warte wir können nichts drücken change rules da ist wenn du zurück ins normale menü gibt es da gibt es ding da siehst du so für erst das auch nicht hey hey jetzt entscheide ich die mal einfach ne vielleicht ein bisschen gut dann würde ich sagen also Leute schreibt uns gerne Pokémon wieder rein beziehungsweise mir beziehungsweise mir wir haben hier viele Pokémon schreibt rein gewinne gewinne hopplo oder jimpepp du meinst diese entwicklung ist doch hopplos doch ne feuer starter ja genau und jimpepp ist der Plan dann nämlich der pflanzen starter ok ok oder nämlich noch das wasser starter wenn du erlaubst ok naja von mir aus erlaubst du es mir? ne ja voll gemein ich weiß voll der voll der Arsch keine kraftausdrücker will ich niemals toten äh ich will ich glaube schon gibt es Fernherst in dem Spiel? natürlich du hast es doch schon benutzt stimmt äh ich bin mir sicher dass es das gibt wir müssen es nur finden mach mal ein Thema aus Fossil-Pokémon und heute noch Feuergrün ich glaube nicht Feuergrün können wir das nächste Mal wieder streamen aber ich werde mich da sowieso wieder aufregen weil ich zu dumm bin da ist ja ein Suchding wie bekommt man ich weiß nicht ich bin auf dem PC ja doch hier kann man äh ich werde ein Schild oder kamen sie in Popur ganz klar Schwert und Schild in Fernoport was hast du schon wieder ja sagst du mir mal die mal äh in Fernoport ist die äh der 1000 Füßler glaube ich so warte nochmal weil ich dem nicht bin der 1000 Füßler ja aus dieser generell der ist auch Schwert und Schild da ist es ich hab keinerlei Ahnung ja ich weiß nicht ich kann mir das Pokémon einfach direkt geben so warte jetzt habe ich zwei Pokémon auch ich bin so produktiv keine Ahnung bekommt man Maitan ich weiß es nicht wie gesagt ich spiele das Spiel auf PC ich hab's auf Switch es ist in der ach dieses Ding 23. Box ja ja ich hab zwei Pokémon ich brauch noch vier weitere ich brauch noch äh eins ja redet mit dir nochmal ein Prankster Moon rein was ist das denn das kann ich aber jetzt auch nicht sagen alles klar der gute alte Godzilla ach komm ich nehm jetzt einfach noch das nun bin ich fertig mal wieder am hacken sag das doch nicht ein Pokémon Prankster als Fähigkeit ich hab keine Ahnung welche Pokémon hier die Fähigkeit haben weil äh wir haben uns wie gesagt ein Safe runtergeladen spielst du gerade Pokémon Schreibt am Schild das sieht danach aus also ja ich dachte das ist äh Ding schwarz und weiß drei eigentlich müssen die die Gen 5 Remakes schwarz und weiß drei nennen wenn nicht bin ich so enttäuscht das sollte hier eben nur sein aber ich glaube hier da ist es oh das sind sogar die letzten Worte dann müssen wir schon hier zack warte warte ich hab ne Idee ich hab ne Idee oder war das die Gen? ne ich glaube das war nicht die Gen oder? ne das ist der nächste Gen okay ne dann mein Fehler Sonderspiel Dragon Muslim Breakers oh der arme ups das war falsch äh äh ich muss mich erst wieder hier darin an als gewinn ok jetzt können wir ich da schon 500 Jahre wartet ach sei leise was würdest du von deinem Pokémon Game mit einem Pokémon halten? da gab es ja bis Ultra Sonne, Ultra Mond und danach nicht mehr und danach nicht mehr dann meinten sie ja den Move zu machen so nach dem Motto wir keinen Bock mehr brauchen wir nicht brauchen wir nicht ach eigentlich war das dumm das so zu machen egal schau' da schau' da da schau' da schau' da schau' da schau' da schau' da ach mag das pokémon kannst du das bitte weg machen wieso denn da war ich jetzt habe es ist mir tatsächlich extremst egal okay das ist mir auch egal was sonne dann ist mir nicht egal ich sage doch das war dumm das war ja gar nicht nur das vorteil hat mich verarscht er ist ja dumm weil ich hätte irgendein anderes als nicht in unlicht typ macht das tut mir jetzt im herzen weh nicht danke tschüss ja darauf warten wir noch nutzen wir erst mal das hier ich hätte ich ja auch schon damit wir haben ein pokémon mit einem fähigkeiten z kraft weniger weg und dana max wäre bestimmt auch dinge zu dabei also ich meine da wäre dann bestimmt auch der dach kristallisieren kristallisieren dabei und da bin ich gar keinen von absolut ich will gar nicht wissen wie der ganze screen dann aussehen muss auf einen mega wickeln dann die zettattacke dann ja gerne muss man nach die feier des pokémon selbst dann entscheiden ah nee das war dumm du bist doch schneller egal heraus ein stück scheiße wie bitte habe ich nicht gerade gehört nein hast du nicht aber du brennst du weißt du bist gemeingefährlich ich ich zeige ich zeige dich an ich zeige dich an äh bkan eimann danke für den du weißt schon dass ich dagegen auch was hab netten wieso hast du über was ist denn das tut so ja oder wunderschönes und schneller kein pokémon schneller als deins schneidobo bitte überlebt es überlebt es überlebt wieso hat das ding auf was ist denn das du ein zeraora brenn du ein stück scheiße ich wäre schon zufrieden wenn die mega wickeln benutzen würde ja welche genauso aber mehr pokémon das hat zum beispiel auch sowas wie tonopto und sowas die generation mega hoho ich weiß bei mega hohe müssen sie schon einiges rausholen damit das gut aussieht mega lugia mega dima kennst du mega dima ist einfach mega lusho king mega lusho king was einfach ganz normal bleibt warum machst du das denn bei der macht des mondes da braucht es um gespielt ganz ehrlich aber ich kann wirklich nichts gegen dich machen gerade ich bin in einer sehr 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 verzweckten lage was ist der pokémon deiner mann und nach äh süßeste dima picho das süßeste hä was was der spotter ist weg hä was der spotter ist weg ja seien hast du es weg leider so ja eins der baby pokémon togepi oder das süßeste evoli evoli ist schon recht cute aber ich denke mal ja ich muss leider gottes immer noch mit blamander gehen nun lässt es stärker als zauber schein dahin kam er sie nun pur war da macht er nun backflip und da kommt wird die kurzen judgment cut rausholen ja naja moonblast ist die stärkste fehlen attacke ab ausgenommen glaube ich hyper voice aber dafür braucht es ja dieser äh fähigkeit fixie tail wir können ja in diesem kampf ja der backflip er macht wirklich nur so ein backflip wir könnten rein theoretisch gleich also ich sag halt ich mach jetzt noch gleich eine runde pokémon schwer zum schild und dann können wir diesen kampf gleich rein theoretisch nochmal wiederholen und kamen wir sie nur pur pur und ihr seht was das enthalten können wir nicht warum viele der pokémon gibt es da dort nicht die wir haben achso ne aber sowas zu zackern ist da mit center und eine quark steckste pokémon dann rein und nach steckste die alger ja dann weiter die alger ganz klar die alger und das coolste glorock glorock und die mal das coolste einfach hilfe welches das mit dem schlag oder das mit den augenblauen wobei auch mit den schlaglängen hat er auch so stahlaugen und das mit den augenbrauen natürlich wenn schon denn schon ja das ist jetzt nicht so gut nun saug ich dich mit meinem pokémon bei da kommst du in einen einen tonnen bei und mein trainer ist so fucking stark er kann ihn einfach 10 meter in der höhe werfen mach das mal nach wo du musst du jetzt können wir da steht das jahr des haus noch nicht so und fußball so schöne farben und jetzt kommt der v rangers effekt alles explodiert wir fragen du kannst mich fragen alles gut was ist das hässlichste pokémon der welt ein sowei schock ist süß äh hässlichste pokémon oh gott das stimmt einige gefällt das ein dieses komische Feuerball Prokma lange nicht das Feuerball Prokma das haben das Müll Prokma heißt das Ding nochmal er hat er hat sich der aufgeplatzte Möbel der die Mülltüte die zu aufgeplatzen Mülltüte wird ja das war's immer zurück in Ehre man verlobt da er Logok mag dann Logok muss man die Pizza Popen holen Ehre Ehre Logok Beste also wir können jetzt noch mal ein Kampf machen dann lasst uns gleich mal rüber geht zu Kamer sinopropo und dann zeigen wir die gleichen Scheiß Eponytox so hieß das dann kann man die gleichen Kack hier nochmal machen also danke Slimer oder Unratytox nein ich glaube er meint was er als hässlich ist aber das hat auch eine Giga Deine Max äh Sandro danke für die Hose nix danke für die Follow schreibt wieder Pokémon rein Leute welche Pokémon soll ich nehmen ja ich meine es ist ein aufgeplatzter Müllbeutel was soll man davon halten ich man halt nicht viel davon aber es ist in Ordnung das bin ich auch nein bist du nicht Psst sag doch nicht so was Alola oder normal Slimer Lola Nimmst du den krassen Drachen? Alola gibt's das hier? Euuuuuh Nimm den krassen Drachen okay ich weiß es gar nicht ich sehe es nicht habe ich mir gerne ich glaube ich bin ja echt blind mittlerweile das stimmt bei der kohle dann nehme ich kornospa beider hat er geschrieben ok ich suche nur schnell mein pokémon hier woher hast du deine pokémon das ist hier liberlo ist das komische kick pokémon ja das ist der feuerstarter in der grad schon so was war das was was sollten wir beide nehmen die beide kornospa den jetzt aber die habe ich schon du kannst gerne liberlo nehmen wenn du willst oder katagami dann nehme ich das liberlo diesmal hat das katagami ok erstmal ding zurechtfinden hier da bin ich ja schreibt auch gerne pokémon rein ich habe noch kein giga pokémon gegen eine max ich muss hier das mit so magiana nehme ich gerne okay das ist eine gute wahl ich weiß dass katagami sehr mächtig ist das habe ich schon ein paar mal benutzt den katagami silvian welches wird über das ist das ich glaube ich glaube ich glaube ich habe auch noch platz für 1 das habe ich doch schon also zwei pokémon brauchen wir noch ich habe schon ein ding das fehlen da nehme ich ja noch mit okay dann sind wir fertig oder nämlich dass mein murack ist leider zu spät das hätte ich gerne genommen aber warte wo ist dieses broccolus jetzt was ist besser die drei legendären vögel normaler galah form also ich sagte ja ich finde die normalen vögel sind rein theoretisch besser weil die mal wieder schwächen haben die sind ja auch ding einfach ikonischer wir haben weniger schwächen desto mehr typen pokémon desto mehr schwächen die ich bin zu dämlich so muss leider battle beginn ist es so mein team will nicht sag das ist wunderschön will nicht ich bin gespannt wenn ich davon von den beiden deinen giga deiner max wird das sage ich dir nicht ich denke ja ich bin ich bin auch gespannt gerade jetzt sofort weine und du hast auch die situation ab okay macht es doch gut was sagst du zu diesem pokémon hast du angst nicht wirklich hab angst warum nicht wenn was so der frog wenn du dir ein pokémon auszusuchen könntest du hast dann irgendeine form bekommt und ich glaube ich gehe mit galah mit der dinge aloda alola und wenn ich mir so hizui akkani anguckt das sieht wunderbar aus fast so gut wie die mal der stecke schleim überhaupt nicht kapper welches pokémon in vormen natürlich die weit es ist doch ein easy easy broccolos einfach glück das war kein glück das ist purer skill und hundertprozent wusste das ist der die hat was sagst du kalirex wenn wir schon zum viertel tot traurig woher hast du solgaleo das pokémon ich weiß es nicht wie gesagt ein save die wir runtergeladen haben welches pokémon innen am meisten giga chat giga chat sigma keine ahnung jetzt sag mal alle pokémon innen alle lieben die bau b auch bei niemandem hast dich selbst ich habe gesagt weil es ist das magiana Nein, das wäre jetzt eine ganz tobe Idee. Kennst du noch das Kyogre? Das ist eine gute Sache. Eine gute Frage. War das Kyogre den Schatten überhaupt scheinen? Nein, war es nicht. Nein. Flash Cannon. Das glaube ich auch. Okay. Welches erlebt ist Pokémon Generation? Äh, die vierte. Das war zwar shiny, das Ratscher zwar in der Tat nicht shiny. Guck mal, hier sieht die Attacke so aus. Und jetzt guck mal, wie die Kamera sieht aus. Weißt du was noch? Ah, ja, ja. Ich weiß es noch. Und das ist nicht fair. Relaxo oder Bisa Floor? Was mögt ihr mehr? Natürlich Bisa Floor. Auf jeden. Auf jeden. Obwohl ich Relaxo auch gerne mag. Das Pokémon mit der schlechtesten Design mit irgendeiner Form Alola Galar ETC. Guck mal mit einem schlechtes Design. Nein. Möchte ich jetzt auch aus dem Stehgreif nicht. Sonst dann ist es dann deinem Ex-Pokémon. Ja. Oh nein, bitte nicht. Kalamauzi, ja gut, okay, da kann ich zustimmen. Kalamauzi ist ein hässliches Pokémon. Fast so hässlich wie ich. Der Wikinger? Hä? Der Wikinger? Ähm. Ich glaub, was? Du bist Kalamauzi, war das der Wikinger? Ich glaub, ja, kann gut sein. Und du hast grad zugestimmt. Ich hab auf jeden Fall den ganzen Kopf, das sieht aus wie... aus wie mein Fuß. Sei cool, danke. Aber cool ist doch voll out, du musst sagen. Ihr seid Korall. Ja. Ich glaub, ich geh sogar hier mit. Womit? Oh nein. Warum machst du das? Äh, nach der Runde geh ich einmal ganz ruhig an Hand rauf, ne? Aber danach wechseln wir uns dazu, kam so ein Popo, richtig? Ja, leider. Ihr seid Korall. Genauso würde ich das lesen. Genauso würde ich das lesen. Ja. Ich glaub, ich geh sogar hier mit. Womit? Ich bin trotzdem in der Lage. Der Annemar ist Kanone! Und... Bleh! Wie gesagt, Leute... Ja, aber Sarkar Penchi hat ihn auch nicht getötet, bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, Leute, merkt euch. Merkt euch einfach, wie die Attacken hier aussehen. Merkt euch das. Wie vorst du bei Igninalos, bei Zarkian, bei Koronasopa, wie das Ding heißt, bei Dima. Und jetzt guckt euch gleich die Scheiße an, was den Kamen und die Popo damit gemacht haben. Das ist traurig, bitter und... Das sieht doch schlimm aus, als das Maut sind. Glaubst du es mir? Habe ich recht? Da ist los. Wer? Margeny Saum. Und dagegen habe ich was? Ja, natürlich, das stimmt bestimmt. Ja, Lambo. Katze oder Hund? Ich habe einen Hund. Und die Maut auch eine Katze. Dieses Tor habe ich mir gemerkt. Schwer beeindruckt. Ja? Nee, nicht wirklich. Boah. Das Blatt Papier, das feige ich jetzt zusammen. Ich glaube, ich gewinne. Soll ich... Ja, warte mal. Kriege ich einen Krabbenberger, der richtig korall aussieht? Ja, macht dir Dima fertig bestimmt. Ja. Maroto oder Son Goku? Ganz klar Son Goku. Ja, Goku auch auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich keine Frage. Komm, stirb! Na gut, das war knapp. Ich lebe noch. Bist du keine Giftattacke drauf? Nein. Wow. Und ich lebe hier in Angst. Ich hätte das eigentlich auch schon viel früher rausholen müssen. Ich habe mich doch jetzt selber umgebrannt. Pokémon oder Son Goku? Ganz klar Son Goku. Wer oder Son Goku? Pokémon. Achso, ja. Thaddeus, Tentakel, 21. Was ist dein Lieblings Pokémon? Thaddeus! Ja, du hast ja eine Giftattacke haben. Pssst! Sag das doch nicht! Danke Thaddeus, Tentakel! Thaddeus Tortellini? Das heißt Tennis bei er. Ich mein Tentakel. Thaddeus Teelwurst? Bäh! Also jetzt kommt dir den Design von Megaganger schon ein bisschen nahe. Ein bisschen? Das ist quasi 1 zu 1 Megaganger. Lapras oder Gengar? Gengar. 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 Als ob du das überlebt hast? Ja, pass auf, wie mein scheiß Filidara dich doch unbedingt, Alter! Nein! Nein, 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 nein! Ey! Nicht fair! Das ist nicht fair! Scheiße! Okay, nee, das war's! So was sagt man nicht! warum hat er jetzt nicht verwirrt das ding hatte sold west was halt nur erlaubt kampfattakt also angriffe zu machen die schaden nimmt aber es hat halt dieses typische felinara muss also will schon protect und so was zeigt das scheiß ding das sind wir die nahrer das wahrscheinlich mit das tankigste pokémon wird das größere design wie geht da gott oder wie geht da blut wie geht da gott auf jeden fall der gott 100 prozent also wenn wir geht da du sagst ja weiß ich auch nicht wie geht der mag die farbe kies also wie geht da bloß schon cool aber wie geht da gott einfach andere leute tausendmal besser so okay lieben wir wächst rüber noch zu pokémon kam es hier nur purpur ich gehe in der zeit einmal mit meinen hund raus die man bereitet gerade noch was vor sein hat er hat schon gladi imperio bei deinem ding ja dann bin ich zufrieden ich starte jetzt schon mal pokémon purpur wir kommen da wieder die man unterhält euch in der zeit bestimmt ich kann die kommentare bei dir ja komm bitte nie wieder wie geht es uns denn allen hier heute an diesem tag na gut das freut mich doch wunne maio nezl wunne maio nezl wunne maio nezl warte bin ich jetzt wieder selber ich bin so dämlich na ne bin ich nicht egal so läuft das eben ich dachte ich hätte ein fehler gemacht aber ich habe gar keinen fehler gemacht ja ja weil es selbst eigener ding ist was sind denn drei linix pokémon logo gade war und rei quasi mein mein chr ist besser so als mein charakter so dass der konzept wichtig man hier sagen ich versorgen hier immer gewalt oder zum text ja logok im lebendig spockmann dann würde ich sagen dann ist ein klaus match zwischen gewalt und zum text das ist nicht mein spiel aber das läuft auch bei mir ganz gut ding das läuft einfach ich weiß nicht weiß auch nicht wenn du ein wenn du ein aus allen pokémon erstellen könntest welche würdest du nehmen wenn du ein aus einem pokémon erstellen könntest verstehe ich nicht hallo tadeos tentakel ich habe kann man sehen ich bin auch mit der kam es in typ ja auch wieder mega logo und da auch zwischen gewalt und zum text auch wieder so ding wieder so ein close match up weil gewalt doch kriegt halt den drachen typ und zum text ist auch steroide ja also team ja wenn ich mein dream team werde also was ich wenn ich selber zusammenschen könnte logok gade war taubos knackrack genga fully purbar ne online auch nicht auch wieder du musst hier wie bei scheitern schnell wirklich aufeinander abgestimmt sein groß neu ist ja auch nicht groß neu ist die auch sechs tage drin ich mag persönlich die urzeit pokémon deutlich lieber als die zukunft das kann der sepp leider nicht tun mit dem download link weil das einfach dann ich meine emulator so ja aber die die rom selber ist halt wirklich so eine wirklich dunkle zone legal gesehen deswegen geht das nicht da bin ich wieder ganz wieder gehen ich habe mich ja gerade so schön unterhalten im skala oder team jährle werbe ultra scheiße nein das kann ich nicht 1 2 2 4 ist wieder der passwort so wie früher halt team ja team jährle ultra scheiße team skall war bis auf bromble auch wirklich nicht gut also ich kann darf keine links oder sowas von spielen darf ich nichts verlinken ihr seid meine neuen idole ich bin auch mein eigenes 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 so das freut mich nick du kannst du kannst du kannst du auch gerne auf twitter ich war dann das regler jordan nein 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 verboten wird den chat cover so ob die button ist schön so alles sitzen hey die kennst du ich vermisse meine eigene carrier ich hätte ich hätte auch einfach ding alles kopieren können und dann auf meins ja egal mach ich irgendwann anders so team bearbeiten so leute jetzt könnt ihr wieder gerne pokémon reinschreiben die wir nehmen sollen ich wollte nicht umbenennen kannst du schon wenn du sagst welche prognose wir haben fast alle ab ab wir haben viele kinders abbox box-box viel sind du bist wahrscheinlich dein eigenes team da drin dann seit nie mann so Libello gibt's ja nicht. Oder? Doch, nein, Libello gibt's ja nicht. Doch, ich glaub schon. Warte mal, äh, D, F, G, H. Dann kann ich dein Shit ja wieder Ding machen. Kannst du ja irgendwas labern. Und ich will die Box nicht drum benennen. Nein, Libello gibt's ja nicht. Ah doch, gibt's wohl, Entschuldigung, natürlich doch. Meine Güte. Irgendein Legi, du musst mir schon sagen, welches. Rote Arctus. Rotes Arctus. Für die rotes Arctus. Ja, du hast es nach dem Alphabet gemacht. Ich war kurz verwirrt. Gut, oder? Ich mag's auch gerne, dass du... Des, das, 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 das... Schreibt uns Pokémon rein. Jetzt habt ihr die Chance. Ja, hast du Desbutter nicht? Äh, doch. Ja, wahrscheinlich nicht hier, da müssen wir kurz rumgucken. Ja, Desbutter? Ja, ich find's grad irgendwie nicht. Auf D, natürlich. Ja, auf D ist es nicht. Warte, wo ist D? Die Regi Gigas. Ich glaub, das gibt's ja nicht. Nö, da muss ich das wohl wirklich vergessen. Uh. Eieieiei. Doch, wo war's? Ich bin blind. Und taub. Und dämlich. Also ich hab dieses komische Eisendorn-Ding jetzt da. Ja, Eisendorn, aber... Hier wird ein... Reihe... Zweite Reihe, vierte Box. Box 8. Ach, Down. 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 Desbutter. Desbutter ist neben Pikachu. Und dem Pflanzenstaat da. Erste. So, ich brauch auch noch vier Stück. Diesel Donfang? Du hörst? Ich brauch jetzt meinen eigenen Safe. Da hatte ich so schön fehn Dinge. Okay, mal Profi, danke für den Follow. Maske Regen. Ich hasse Pikachu. Bitte tut mir das doch nicht an mit Pikachu. Tut es ihm an. Nein, ich hasse Pikachu. Ich hasse nichts mehr als dieses Pokémon. Darfst du Maske Regen? Ja, ich glaub, das hab ich aber noch nicht. Doch, 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 hab ich, hab ich, hab ich. Musst du immer gucken. Ich guck ja schon. Aber ich bin blind wie ein Thunfisch, da. Das Recht in den Glurak. Ihr müsst mir schon Namen reinschreiben, Leute. Ich kann nicht raten. Wieso nicht? Raten geht... Ich will... Weckspiel. Alles zu kurz. Oh, ja, das... Das nehm ich sehr gerne. Lucario. Geh. Alles. Ich weiß, was ich da würde ich finde. Ja, ich hab gewonnen. Wie hast du gewonnen? Warte, ich nehme auch noch eins, was ich will. Ja, ich hab gewonnen. Nee. Doch. Ah, du hast keinen Sucker Punch drauf. Buh. Ja, das musst du beendern. Äh, Zukunftssonnenfall und die Alga. So, den haben wir alle. Come on. Oh, ne. Ach so, das Ding, das Ding. Okay, dann sind wir fertig. So, ihr Lieben. Und jetzt guckt euch nochmal einmal diese Animation in diesem Spiel an. Äh, hat sich mein Spiel aufgehauen? One. Mein Spiel hat sich aufgehauen, toll. Wirklich? Komplett? Ja, ich kann nichts mehr machen. Ich hol mir kurz einen Snack. Während du neu startest, bis gleich. Toll. Gerade Team fertig. Spielschützer. Beste Leben. Das ist natürlich das. So wie wir Pokémon kamen, wir sind und Popo lieben und kennen. Dreckskacki hier. Hey Leute, wir müssen nächste Runde. Könnt ihr wieder neue Pokémon reinschreiben? Äh, das ist ja zum Katzen. Das, ich sag ja, kam ein bisschen und Popo ist auf den Stand von einem Spiel, was 2000, was sozusagen 10 oder sowas rausgekommen hätte werden sollen. Das Spiel ist einfach Trash. Ich sag es so, wie es ist. Danke, Loki, für das GG. Hab gewonnen. Ja, finde ich auch. So, ich hoffe, bitte lass uns den Scheiß gespeichert haben. So raste ich aus. Wahrscheinlich nicht. Ich mach 1, 2, 2, 3, ja? 4. Nein, jetzt hab ich 1, 2, 2, 3. I'm sorry. Gut. Was? Warte, hast du jetzt gemächtet oder nicht? Ja, 1, 2, 2, 3 hab ich jetzt. Okay. Welte lass das Team gespeichert haben, aber dass du, wie ich dieses super tolle Spiel kenne, hab das wieder nicht. Keine Anschränkungen. Natürlich nicht. Welche Pokémon hatte ich gerade noch? Ich weiß auf jeden Fall Liberlo. So, das weiß ich auf jeden Fall. Das erste hatten wir ja drin. Das kann ich ja gleich drin lassen. Kennst du das? Das ist Karmesino Propor, wie wir es lieben. Das ist ein Dreckspiel. So ich doch gar nicht. Also das hatten wir auch. Vorher ich es vergesse. Nein, ich hatte ja die letzte Runde schon ausgewählt. Ich nehme diese Runde keine anderen Pokémon. Ich weiß nicht mehr welche. Was ist das Schlimme? Die 3 wusste ich. Achso, ja stimmt. Das eine. Ich weiß nicht, ob ich das hier finden würde. Richtig. Das auch, leider Gottes. Und welches hatten wir noch? Ach stimmt das. So, dann bin ich fertig. Wirst du? Ging schnell. Okay, wofür fragen wir dann an? Dieses Ding fällt eh beim Pusten um. Ja, jetzt kann ich es noch. Wie lange spielt ihr schon Pokémon? Meinst du jetzt, ähm... Im Allgemeinen oder jetzt, wie lange wir das streamen? Was spielen tue ich? Ich keine Ahnung, ob ich... Achso, allgemein. Ja, ich spiele Pokémon. Schau, Mann. Smaragd habe ich gespielt. Also, ich habe Rubin dann Smaragd gespielt. Das war... Da war ich, keine Ahnung. Neun Jahre alt oder so. Also, seit fast zehn Jahren spiele ich es. Monster Shiny. Wie kommt man diese Pok... Pikachus, die bekommst du aktuell noch gar nicht. Die bekommst du halt nur, weil du so weiter auf PC spielst, wie wir. Also, wir können uns halt mit einem extra Programm können wir uns halt alle Pokémon geben. High-Quality-Animationen. Yay. Na, guckt dir allein mal den Hintergrund an, Alter. Weiß jemand von euch, wie man die Arena wechseln kann? Nee, das geht glaube ich nicht. Natürlich geht das. Wir haben doch gesehen, in dem Video, dass die in anderen Arenen kämpfen. Das dachte ich auch, aber dann habe ich ein anderes Video gesehen, da... Oh mein Gott, mir fällt mir das ein, was ich machen kann. Ich fände so dumm. Ah, nein. Ja, das habe ich jetzt schon gesehen. Ich habe gerade einen Geniestreich. Nächste Runde. Hoffentlich wird es krass. Hoffe ich, wenn du alles hast, was ich für diesen Plan brauche. Wie viel kommt man dieses Video? Kann ich das so was... Sorry. Mann, bist du nehmlich. Tatsächlich. Ach komm. Ach komm. Feuerball. Ja, und ein Schwert und Schild, da kickt der so einen kleinen Stein hoch bis zum Feuerball und kickt den dann nicht in die Fresse. Hier schießt er einfach direkt so ein Feuerball richtig schlecht in die Fresse. Ja. Ich will aber gut in die Fresse bekommen. So, warten wir die High-Quality-Animation. Das ist wahrscheinlich eine Kampfattacke, wie ich mich kenne. Psch, sag das doch nicht. Aber es ist auch ein Sandsturm. Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe das. Wetten, ich habe Glück. Wetten, ich habe wieder Glück. Ich schwöre, ich habe wieder Glück. Ich wusste es. Ich wusste es. Hat das nicht. Wenn ich mal lesen kann, ja. Es hat zu lange gedauert. Hat es nicht. Da stand, dass es seine Fähigkeit aktiviert. Das Ding hört sich mal wie so ein richtig dicker Furz da reinkommen. Kennst du die Attacke? Kennst du die? Nein. Das ist meine. Was das? Fläche macht. Ja, ja. Funny. Ich weiß, ich weiß. Das war ja auch mein Gedanke. Guck mal. Aber kaum spielen bekamen wir so eine Purpur-Honey-Nachse-Zuschauer ab. Verstehe ich. Ah. Los. Also ich und Fanny sind wie ein eingeschmiertes Team. Oh, nicht. Fanny erstellt mir aber eine ganze Team. Ich dachte, wir sind ein gutes Team. Warum hast du deine Stimme so erhöht? Naja, das weiß ich auch nicht. Nein. Oh, ich wollte gerade mein Final Flash machen. Tja, war aber nichts. Weißt du, wie schön ich das editiert hätte können tun? Die Scheine Animation, aus welcher Gännis besser. Ich finde die hier schon ganz in Ordnung. Kam es in den Purpur zu die Scheine Animation und kam es so schlecht. Oder was sagst du? Ich habe nicht aufgepasst. Die Scheine Animation. Ach so, das da, ja, das ist, ja, das ist wahrscheinlich hier am besten. Natürlich hast du das Cheat-Pokémon. Sag ich doch, Fanny und ich sind ein eingeöltes Team. Ich wortwörtlich, aber das ist eine andere Geschichte. Ich, 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 ich schaffe das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Dust du nicht. Wir schaffen das. Dust du nicht. Dust du nicht? Scheiß Cheat-Pokémon. Egal, das ist mein Ass im Ärmel, ist ja noch da. Das da? Nein, das doch nicht. Du bald. Nein. Ich will, ich, ich mag die. An sich ist das Pokémon bestimmt ganz, also es sieht ja ganz in Ordnung aus. Aber sie hätten so viel mehr aus diesen Mimikri machen können. Okay, ich kann nichts einfaches machen, da ja. Los, Rec. Warte. Omega-Wikro. Naja, soll ich? Ich hab's in den Stimmer drauf. Ich hab noch was Besseres drauf. Ah, fuck. Das sag ich dir aber noch nicht was, das siehst du jetzt. Als ob du schneller bist. Los, Wegenerator. Gut, you. Jetzt hab ich vielleicht doch ein kleines Problem. Na, vielleicht doch nicht. Ja, und sehr unwahrscheinlich, dass ich ein Problem hab. Medina, danke für deinem Follow. Jetzt Zeit für meinen Assam-Armel. Was sehen wir denn Assam-Armel? Smiley, danke für deinem Follow. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wo steht seine Fisch... Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Ein Moment, ein Moment. Ja, leider Gottes schon. Du misset! Der macht mir mein ganzes Ding kaputt. Es tut mir so leid. Ich hätte das nie tun sollen. Ich weine gleich. High-Quality-Animation. Gessere Quase. Ja, hier. Sitz, Kusten. Ich bin... Du... Mein Tag ist hiermit offiziell ruiniert. Es tut mir so leid. Mein ganzer Tag. Gessere Quase. Ich spiele auf PC. Und da können wir uns halt jegliche Pokémon geben. Und nein, wir können online spielen. Du kannst... Doch, können wir. Er nügt euch alle! Mann, das wirkt mich jetzt echt ein bisschen auf, muss ich sagen. Monkey G Max, danke für dein Follow. Nee, den Kampf will ich nicht mal mehr gewinnen. Mit der Scheiße, die ihr hier abzieht. Ja, ich habe mich selber besiegt. Nee, ich habe mich selber besiegt. Ach komm. Das macht dich unironisch wirklich ein bisschen mad. Ja, da kann ich doch nichts. Ich habe das letztens erst gemerkt. Und dann haben wir ja Kamasino Popo nicht mehr gespielt. Und dann... Keine Aufschwung. Ja, ja, ja. Okay. Nee, das ist egal. Das ist klar die Imperium. Einfach nicht... Okay. Chat, ihr könnt gerne wieder Pokémon reinschreiben, die ich nehmen soll. Welches Boss-Pokémon ist am besten? Äh, die mal. Ah, nee, warte. Nee, das funktioniert doch nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Schade. Ja, stimmt. Beide oder nur eins, Alex? Nehmen wir Super Saiyan. Nein. Falsch. Okay, dann habe ich mein Team schon fertig. Ja, so... Was? Ich habe ein Pokémon. Ich kann dir... Schreib doch noch ein paar rein. Nein, nein, ich habe schon, ich habe schon, ich habe schon. Er hat dir eine ganze Kategorie reingebracht. Muss ich jetzt nur ausfindig alles machen. Hättest du nicht nach Generation machen können? Ich meine, ich verstehe ja, warum du es so... Nee, warte. Ich habe das natürlich nach der Alphabet gemacht, weil das wird ja so... Ja, ja, deswegen. Keine Sorge, keine Sorge. Ich verstehe das schon. Verstehe ich nicht, du bist ein Stück Scheiße. Du kannst ja... Du hast doch auch noch das Programm auf dem PC. Denn dann tust du einfach die Attacken von Gladium Peria umändern. Digga, ich nehme dir ein Safeset nie wieder in die Hand. In den Mund. Jetzt hat dir auch mir schon die Wörter im Mund, Alter. Ich glaube, es war... Creo Gros ist noch nicht im Spiel. Kann man die tauschen? Nein, wir können weder online spielen, noch tauschen, noch sonst was. Also ich kann nur mit euch tauschen, falls ihr halt auch auf dem PC spielt. Na, dann könnt ihr auch selber euch die Pokémon holen. Aber dafür sind die meisten ja zu fauler Raum. So wie ich. Habe ich mit dir geredet? Ich dachte... Ja, das... Das wird gleich... Vielleicht ist das ein mystischer Pokémon. Ach, was weißt du nicht. Ich weiß nicht. Ich kenne halt die ganzen Namen nicht. Einfach nur als verbillt. Ja, ne... Ich sagte gerade, ich kenne die ganzen Namen nicht. Meine Güte, Alter. Einmal mit einem Profi. Ja, da bin ich richtig. Hi. Ja, du hast einen Profi. Ich nicht. Ja, die man ist Profi. Ja, ja, ja. Komm, scheiß drauf. Weiß auch was, scheiß drauf. Das sind theoretische auch Vergangenheits-Pokémon. Ich geh für Spaß bei Capcom. Ich hab dich gespeichert. Oh Gott, ich bin so dämlich. Das sind wir später gar nicht mit da, aber... Ach, ne, das ist... Ne, das ist Team 1. Oh, ne, keine Kompromisse mehr. Ne, wir haben ein Gladium Perio kaputt. Oh nein. Darauf werde ich mich jetzt einige Tage... Ding. Das wirst du noch monatelang zu hören bekommen. Ja. Ja. So wie du mit Capcom gescheinigst. Ganz genau. Also, Goresh hat geschrieben... Ach so. Hä? Ja, ne, ne, ich war kurz verwirrt. Ich dachte, ja, ja, aber jetzt... Goresh hat geschrieben, Here's my idea von 8th Anniversary Line Up. Also eher Part 1. Dokam Fest LR Super Vegito. Karneval LR Wuhan. Ja, ja, Wuhan, 2. Äh, äh, Dokam Fest Kid Buu, Karneval, Goku, Vegeta. Ja, das kann ja auch... Funny, hör auf damit. Äh, und ich glaube, was war da noch... Äh, wie sehr ist für... Gogeta, Vegeta, 5-Jährige? Und, äh, noch irgendwas, glaube ich, aber das weiß ich jetzt doch nicht mehr. Ich meine das dann sicher nicht, dass, 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 das geht mir ziemlich, äh... Ich... 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 Ich sterbe. So, jetzt guck dir haben wir Blizzard-Lanze hier aus. Jetzt guck es dir mal an. Ach, wegen Schwächenschutz. Ups. So, hier ist das Blizzard-Lanze. Wow. High-Quality-Animation. Natürlich habe ich jetzt mein... Korinus Sopa und dann... Oder Polaros habe ich jetzt auch falsch geschrieben... Oder gespielt. Weil wir... Ich hätte ja jetzt Pizarro-Raum einsetzen müssen. Jetzt ist Pizarro-Raum, also sie müssen. Soll ich da schein' die Kyogra wiederholen? Hält dein Maul. Bin ich so kacke, ich klar die Imperio nicht. Also ich schätze... Ich hatte heute das Video gesehen von Osaru... Und der sagte... Ähm... Part 1 schätzt ja wirklich... Kit... Goku GT... Mit Spirit Bomb. Gegen Omega. Gegen Omega. Und... Ja, das vermuten die meisten. Ja, wegen 8... Kann der gut passen. In der 8 sieht ja aus, wie 2 gestapelte Gengi-Damas. Weißt? Boah, wenn wir wieder da... Boah, das ist die Attacke hier. Der 8 sieht aus, die 2 gestapelte Gengi-Damas. Die sieht gut aus. Ja, ja, doch, klar. Guck dir das an, wirklich so. Ich verstehe es dir, aber das ist ja das Witzige. Lacht er mich einfach raus. Ich bin zwar immer dann der gestapelte Gengi-Damas. Ja, so sieht doch die 8 aus. Corona-Soma ist wahrscheinlich gelockt, wie hast du es bekommen. Ich habe auch Scheinig-Kajoge. Das muss ich lachen. Ich habe Scheinig-Koge, aber wir müssen nicht ausrichten. Kann ich nicht einfach so eine Klatsche geben? Könntest du? Also, ich kann nur das einsetzen. Okay, hast du Glück gehabt. Safe-Sheet, also wir spielen auf dem PC. Das heißt, wir können uns halt nieklapp-Pokémon geben. Aber wir können auch wieder online spielen, oder sonst was. Guck mal, jetzt kommt es auch noch das Donner. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das habe ich nicht mehr erwartet, bin ich ehrlich. Ja, die Algorithm-Zeitform ist ein bisschen schwächer als das normale. Leider Gottes. Ich zähle alle solche Dinge als Vergangenheit. Denk dran, denk mal drüber nach. Ja? Nee. Was ist das Scheinig? Boah, nicht mehr Scheinig-Version. Boah. Ja, weil das Kampf-Terra hat. Timo, danke für eine Follow. Ich kann doch die anderen Attacken ansetzen. Ich habe gleich keine Attacken, ne? Ich bin so arm, ich habe nicht mehr Attacken. Siehst du deswegen nicht, Koraidon-Pani. Okay. Mein Koronisoper ist jetzt so was von... ...op. Hi, Gustav. Ja, und vielleicht hast du keine Attacken mehr. Stimmt. Einmal kann ich noch. Benjamin, du dicker Elefant. So, schöne Farbe. Ihr kämpft so ganz normal. Ja, warum denn auch nicht? Oh, wie findest du die Animationen, Alex? Trash, oder? Ich will wieder wechseln. Du musst das wechseln. Ja, das gesamte Spiel. Ich hatte doch nochmal einen Attacken. Hui. Die haben mich eiskalt angelungen. Wie haben... Es tut mir so leid, ich wusste das nicht. Also, du machst dir heute einen sehr, sehr großen Fein Sinn. Wirklich? Nee, nicht wirklich. Das ist es mir nicht wert. Ich verstimmel einfach alle seine Familienmitglieder und fertig. Ach, das macht nichts. Okay, Leute, ihr könnt wieder Pokémon reinschreiben. Welche sollen wir nehmen? Welche sollen wir nehmen? Gewinne, gewinne, gewinne. Gleich verliert über den Kopf. Gewinne, gewinne. Damani-Time, was ist das denn? Mann, wo sind wir denn hier? In Faschisten-Deutschland? Was haben wir da mal nie getan? Du hast das Alphabet, nicht ich. Aber das habe ich noch nie gehört, dieses Ding. Je nach dem Alphabet. D und A. Niemals besser als alles. Und Pikachu ist besser als die Animationen. Alles klar, Fanny. Gute Nacht dir. Wie hast du diese Pokémon bekommen? Äh, er hat cheated. Er hat hackt. Nee, voll gefunden. Glaubt mir doch einfach. Glaubt ihr nichts. Er ist geisteskrank. Stimmt wirklich. Du hast nur einmal ein Miep-Miep, aber die anderen beiden Vögel hast du zweimal. Zorko-Leo gibt es nicht. Genau, Koraydon. Ich habe das, glaube ich, gleich ein voll legitim, wenn es so weitergeht. Ich habe ein voll legitim. Echt? Ja. Du bist doch voll cool. Ach, Gengar. Und so ein Schlittscheiß. Was? 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 Haben wir gerade verhört oder wie? Nee, eigentlich nicht. Boah. Ich suche Gengar, wo es jetzt ist. Habe ich Gengar vergessen? Gibt es hier Gengar gar nicht? Doch, klar gibt es hier noch Gengar, oder? Keine Ahnung. Stimmt, du kannst ja Quajutsu nehmen, wenn du mal möchtest. Ich weiß gerade nicht, wo mein Gengar ist. Vielleicht habe ich es vergessen. Vielleicht gibt es hier auch gar nicht. Ach, Krippok hat vorhin noch einer geschrieben. Hier ist es. Dann nehmen wir noch Paikia und dann nehmen wir noch das Quajutsu. Wo hast du das jetzt genommen? Nee, das guck ich. Ich hatte schon Team fertig. Wo ist Paikia auf diesem Bild? Boah. Der One Piece. Der One Piece ist real. Da schon mal das Quajutsu mit dem Freundschafts... Akt. So, jetzt noch mal kurz Paikia und dann fertig. Dort ist illegal. Das ist noch illegal. Illegal ist gleich. Wie lange Game Freak dich hinguckt. Ich meine, als allererstes sollten die jetzt mal auf Ebay gucken. Die verkaufen da allerhand illegale Pokémon. Gengar ist in Box 12. Oh, habe ich nicht gesehen. Aber dann schreibst du mal nächste Runde rein, ja? Ein Trunks wäre ja theoretisch auch möglich, ein Ding. Tauscht du auch? Ein Sort of Hope Trunks. Ja, was? Ein Sort of Hope Trunks wäre ja theoretisch auch möglich für das Achtjährige. Ja. Da hast du das legit gemacht. Ich bin auf dem PC und wir können halt nicht tauschen. Wir können weder online spielen noch was. Alles legit. Warum kein Ambigento? Wie gesagt, ich habe ja alle Pokémon, also fast alle. Die wir ja normalerweise auch bekommen könnten. Und da muss man halt jetzt auf DLC warten, was da noch für Pokémon kommt. Nur darf man nicht den kompetenten Online nutzen. Also wir spielen ja nicht online. Wir spielen ja über Low-Kill. Wir haben das nicht legit geschafft. Ach, dann nutzen wir es halt online. Was willst du denn tun? Nein, nein, nein. Wir spielen nicht online. Ich bin wirklich sehr pissed über das Scheiß-Garadie-Imperium. Du glaubst gar nicht, wie piss ich bin. Das tut mir so leid. Danke. Hast du halt nicht den Home importiert? Nee, haben wir nicht. Und? Was habe ich denn von dir bekommen? Flink-Klaue. Hört sich gut an. Also ich kann auch, wenn ich will. Könnte ich meinen Grip-Book auch Zeitlärm geben. Das ist... Ne, ich schließe das Spiel jetzt. Ja. Der Orkana hat gerade zweimal verfehlt. Ja, ihr habt ja schnelle Poké-Hacks. Genau, genau, genau. Is Scarlet or Violet? Violet is Scarlet. Das ist scheißegal, das ist zweimal dasselbe Spiel. Arctus, wo gibt's denn den? Kann man aktuell nicht bekommen. Wenn du möchtest, kannst du es der auch eben noch ändern mit den Gladie-Imperium. Gib ihnen einfach die Fähigkeit, gib ihnen kurz die Attacke und dann können wir wieder... Dann mach ich einfach mein Safestick, ganz ehrlich. Nein, 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 nein. Na, da, 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 da. Okay, kannst du machen, wie du möchtest. ich weiß gar nicht ich weiß nicht ob ich über nicht den abgespeichert ob ich habe einen aber ich weiß nicht wie weit der in der vergangenheit liegt wenn dann wechsel ich halt einfach wirklich der ich habe doch gerade unsere dinge zergetauscht und trägt betrug wieso habe ich dir jetzt wieder mal wahlscheu weil du scheiße bist das war doch gar keinen sinn das ist ja trotzdem scheiße jetzt auch machen müsst ihr das wird checken das würde ich aber nicht empfehlen denn das ist wirklich egal ich bin so arm ich hab nicht mehr attacken du bist tot das stimmt ja gar nicht nur dass ihr die unlegit bekommen wir spielen über pc also heißt ja mein programm könnt ihr euch auf mein discord downloaden und da könnt ihr halt jedes beliebige pokémon euch geben ich wollte gerade ein tap im hintergrund schließen und habe fast mit dem emulator geschlossen zum glück hat er gefragt ob ich das nicht machen will oh mein gott wir in dem fernsehen leute drückt auf das plus für cool content dankeschön und folgt mir ich könnte ja rein theoretisch rein theoretisch kann ich das ja verlinkt ins intro aqua luka dann kann ich natürlich machen natürlich du kannst du kannst wenn du wust wenn du wust geld dafür bekommen kannst ich habe das ich liebe mich auch ich habe das so gemacht wie das dabei bei poké wiki mal angezeigt worden ist wohl wahrscheinlich nicht gedacht dass man es gegen wasser pokémon nutzen soll ich bin glaubt ein emulator genau richtig falsch wir spielen auf nintendo 3ds und das wird schon hängen solange nicht die spielung dass ich zu besitzen aus dem internet holt ok so dann ist das legal das ist mir egal es ist eine grauzona ich meine ich habe so gelacht hätte ich mir noch gefühlt versuche für kukui oder 40 punkten zu ziehen bevor ihr fertig seid was du machen du bist tot also ich habe eine save file habe ich auf meinen discord geteilt aber auch nur aus dem grund weil das ja mein eigenes so heißt diese ganzen pokémon die ihr hier seht könnt ihr halt auch benutzen hier eure eigenen save jetzt mache ich die macht des freundschaft nun seht ihr wie gut dieses spiel ist denn ihr seht jetzt eine coole kai jutsu verwendung guckt euch das an kai jutsu verwendet sich jetzt zu ash kai jutsu so sieht das aus kai jutsu verwendet sich die frauze die frauze die frauze ist für meine normale also nicht mit das mit 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 shit Ich nix gut englisch. Man merkt's. Das ist kein Lübschen-Spiel, ist das noch nicht. Jetzt werden wir wirklich wechseln, jetzt kommen wieder die ganzen Fragen. Du weißt doch. Mir nicht, mir geht alles auf die Nerven. Aber hier sind gerade 116 Leute, hallo 116 Leute. Ach du heilige. Was macht ihr alle hier? Geht schlafen. Nächstes Tag gibt es noch Verlust. Es ist ja Freitag. Kommt alle zu mir! Das ist der Regular True. Periode zu einem Freundschaftsaufgang. Ja, aber er kann sich hier halt nicht verwandeln. Vielleicht noch nicht. Ja, man muss dazu sagen, er ist nur in Daten. Er ist noch nicht wirklich da da. Genau, er ist halt nur nicht da. Kann es sein, dass er sich irgendwann mal verwandelt. Man weiß das halt nicht. Was hältst du hier von? Vorfiguradon coming? Ach. Wie heißt die Mouth Twitch? Das ist der Regular Jojo. Das kann sich keiner merken. Natürlich kann sich das keiner merken. Einen Moment, ich schreib's kurz rein. Ja, natürlich. Ich hab meine eigene Stimme. Ich bin so wunderschön. Willkühlen und sein scheiß Relax. So, das ist für süß. Was für Kajutsu? Ja, wie gesagt, ich bin auf PC. Er hackt. Er hackt. Er hackt. Ich bin auf PC, bekommst du halt jedes exklinige Pokémon geben, wo du bist dann. Plastik Territide. Ja. Okay, jetzt reicht es. Echt? Was ist Kajutsu? Ja, wir spielen auf PC. Ah ja, Zaken ist aktuell der zweitbeste Monde, Competitive. Also würde ich dir empfehlen, zu benutzen. Zaken habe ich hier tatsächlich. Aber die Animationen sieht hier schrecklich aus. Es juckt nur halt keinen, was Kompetitiv hier. Drehung und... Toll. Leben. Und... Was steht? Verlangt. Ist jetzt keiner gesagt ein? Stimmt, das ist... Du bist ja Drache. Ich habe nur daran gedacht, dass du Kampf bist. Wie hast du Graudon bekommen? Ähm... Hackt. Wie gesagt, wir spielen auf PC. Wie gesagt, wir spielen auf PC. Und wir können uns halt mit Poké hacken, können wir uns halt alles geben. Er hackt. Wie sieht eigentlich, sollte ich gewinnen, aber er hackt halt. Bist du. Deswegen hat er auch so ein geschältes, äh... Lavados. Ne, das ist dein Safe, nicht meine. Ich halte Korall, dann sieht sie gut aus, oder? Sehr gut. Er hackt halt über Discord-Codes. Das ist schon mal richtig falsch. Ähm... So welche Mühe würde ich mir gar nicht machen. Oha. Pupsi, danke für dein Follower. Luki, danke für dein Follower. Erdnausputter, danke dir auch für dein Follower. Ähm... Also... Ich kann euch auf jeden Fall sagen... Wir beide haben uns, äh... Früher hatten wir ein Programm, da konnten wir Shiny Pokémon in Freeroam fangen. Da haben wir ja noch alte Videos von. Und, äh... Ja, dann haben wir von jemandem im Chat gehört, dass es Poké hacks gibt. Und mit Poké-X können wir uns halt jedes x-minimige Pokémon geben. Oh, du brennst. Egal ob Shiny, nicht Shiny, egal ob mit, äh... Was weiß ich. Also hier können wir uns alle Pokémon geben, die es in der Garten gibt. Und jetzt guckt euch mal die High-Quality-Animationen von Raumschlag. Boah... Das sieht aus wie ein Judgment Cut. Mhm. Arcadia... Wer ist die Mord? Dann kann ich voll hier. Wir sind... Hackers... Oh nein... Pickerman... Na hat uns Hackers beleidigt. Sollten wir jetzt aufhören unsere Save löschen? Ne, halt! Ich will raus, du bist ein Idiot. Nein, 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 das ist doch gut, das ist doch gut, das ist doch gut. Warum? Gladimperio. Ach, willst du das eben ändern? Ja, ich mach das jetzt. Das bedeutet mir alles. Ne, warte, das ist doch... Änderst du den Save oder änderst du nur das Gladimperio? Ich ändere nur das Gladimperio. Okay, das ist wahrscheinlich wieder drin. Safe habe ich keinen Bock. Dann, äh... Kann man sich schon ein Kampfteam auswählen? Geht das? Ja. Ja, kannst du ja schon... Genau, da könnt ihr mir ja schon mal ein Team auswählen, dass ich dann gleich schon mal Pokémon habe. The Champ, Ehre... Ich bin immer einmal mehr Champ als du. Danke für den Follower. Ja, du bist der Allerbeste. Wie keiner von mir war. Raubschlag, Sand, Jammert und Perf, hier bist du aus. Oh ja, ich bin Champ. Das allein schnapp ich die mir. Pokémon Kamosine Popur. Leute, schreiben Pokémon rein, welche sollen wir nehmen? Hoopa, welches denn? Wir haben... Also ich habe da einmal zur Auswahl dieses Kleine und dieses Große. Das kleine Popur hat einfach mehr Spezialangriff als das... Okay. Ich wollte gerade sagen, das Kleine soll besser sein. Das Kleine? Nimm bitte Alolaraichu. Warum? Alolaraichu geil ist. Oh, jetzt... Jetzt habe ich die Schwert und Schild drum hier. Zum Editieren. Die ist natürlich falsch. Kyogre und Groudon. Warte mal, Groudon habe ich ja. Und Kyogre habe ich. Vikui, danke für den Follower. Rode, danke für den Follower. Giratina, welches denn? Die Uhrzeitform und die normale? Also ich habe hier einmal die Uhrzeit und wir haben hier noch irgendwo hinten die normale Form. Und Rigidrago, dann haben wir beide, haben wir eine Pokémon. Soll ich für dich noch welche reinschreiben lassen? Äh, ja am besten. Ich bin hier gerade ja ein bisschen im Ding. Die Uhrzeit, alles klar. Dann schreibt mal noch 6 Pokémon rein für Dima. Also für meinen Kollegas. Ja, ich bin zu dämlich um gerade hier irgendwas zu machen. Ähm, Rigidrago. Und dann Daddy, danke für dein Follower. Wo ist es denn? Wo ist Rigidrago? Ich habe ja, also irgendwie habe ich, ich dachte eigentlich, ich habe alle Pokémon auf der Reihe sortiert, aber irgendwie fehlt dir so die Hälfte, wenn ich so durchgehe. Ja. Ja. Und ich kriege es einfach nicht gerade mit der Safe-Pro-Wacken. Was ist denn los hier, Alter? Bei wie? Na Digga, der wechselt einfach nicht Ding. Ich sag ihm, ich will die wechseln, aber der will einfach nicht die Safe-Directory ändern. Hm. Warte. Machen wir das halt im unständlichen Weg. Ich such gerade Rigidrago, Leute. Ich bin blind und ich bin es wieder nicht. Oder ich habe mir die vergessen zu geben. Das kann auch sein. Zigarre gibt es hier, meine ich nicht. Warte noch, wo habe ich denn dieses... Ach, Rigidrago, da ist es doch. Meine Güte. Gut, das Team nehmen wir dann gleich. Das kann ich ja mal zeigen. Genau, das Giratina hat das gleiche. Aber jetzt, wo ist Gladi Imperio? Wo ist Gladi Imperio? Mein Schatz, ich komme! Das hat er dir nur angesagt. Wollte ich vielleicht Doppelkämpfe machen? Hm, ne. Also können wir gleich auch gerne noch machen, wenn du möchtest. Bleibt mir gleich weiter mit den Kämpfen, nicht wundern. Wir müssten nur auf den Dima warten. Weißt du, was ich dir noch erzählt habe wegen dem Ding? Weißt du, das Ding? Äh, das eine... Du weißt schon. Warte, welches ist denn jetzt zu pre... Definitiv? Welches ist das beste Zigarre? Oh, das ist zu nehmen! Weißt du, Giratina hat? Ich bin auf PC. Smiley, danke für dein Follower. Kaiju, danke für dein Follower. E-Boy, Maximus Prime, danke für dein Follower. So, wie war bist du? Äh, ich weiß jetzt nicht wie seine Fähigkeit 2... Supreme Overlord, ja. Ich, äh, such dich dann schon mal. Ne, warte, ich muss ja noch hier... File... Export Save... Hast du ihm auch die... Tiefschlag-Attacke gegeben? Das ist... Ja, das hättest du mir 5 Sekunden vorher sagen können. So, statt... Hier, zack. Warte, ist Giratina? Äh, wir spielen auf PC. Sag mal, Pokémon mach ich gleich. Er hackt. T-Bass, danke für dein Follower. Nein. Glaubt ihm kein Wort, er ist ein Psychopath. Jetzt klebst du, danke für dein Follower. Jesus sucht dich auf jeden Fall schon. Ja, ja, äh, Passwort 1223? Ja. Oh, Einzelkampf erstmal, ne? Ja, ja. Dann machen wir gleich noch Doppelkampf. Wie kann man auf PC spielen? Äh... Hacking. Also, Tutorial findest du genügend auf YouTube, aber alles, was du brauchst, wie den Emulator. Meinen Save findest du auf meinem Discord. Aber das Spiel musst du halt selber suchen. Das darf ich... Das teile ich nicht und kann ich auch nicht teilen. Das ist eine Grauzone, die wir nicht bereit sind zu gehen. Besser nicht. Was gibt's denn auf der Fresse? Ja, dann gibt's kein Sacky Sacky mehr, dann gibt's Punchy Punchy. Pokémon oder Mario? Ganz klar Pokémon. Äh... Kommt drauf an. Ich kann nicht auch für allgemein sagen, aber... Äh... Ja, kommt immer auf das Spiel an. Ne, ich bin grad zudem nicht da. So öffnet man das. Also, allgemein kann ich's nicht sagen, aber wenn du mir eine Entscheidung zwischen zwei Spielen machen kannst, dann... Zelda oder Pokémon? Auch ganz klar Pokémon. Da, dann Zelda. 100% Zelda. Also, bei mir Pokémon. Ich bin nicht so der Zelda-Fan. Ich sag ja, von Nintendo war ich noch nie so wirklich der Fan. War auch von den ganzen Spielen, die da rausgekommen sind. Das Einzige, warum ich mir immer Nintendo gut hab, war allein wegen Pokémon. Ich war nie so der Mario-Fan. Ich meine, Mario Kart ist lustig, keine Frage. Aber, äh... Loser. Also, du solltest vorhin das, ähm... Galar-Atmo reinnehmen, wie das heißt. Jaja. So, ich schreib noch ein paar Pokémon rein von meinen Kumpeln. Freundesappart spürt ihr auch. Äh, ja. Der ist euer Lieblings-Pokémon-Teil. Mann, das ist Platin. Spadakt. Nein, ich will die Box nicht umbenennen. Ich such das... Mann, dann ist das alles so umständlich immer hier. So, Admo-Rai-Gal... Admo-Rai, Admo-Rai, Admo-Rai. Liberlo. Rayquaza. Wenn du willst, kannst du dich auch gerne auf Detroit, wo ich gerade in diesem Moment streame. Just the regular Jojo. Warte, ich schreib's einfach noch mal rein. Einfach, weil ich's kann. Mario. Mario Odyssey oder Zelda. Oh, äh... Ja, Zelda BOT... Ich glaube, Zelda BOTW. Okay. Aber Mario Odyssey ist so geil! Hm, ich weiß es nicht. Ich war nur... Also, ich weiß es nicht. Blurak oder Gengar? Ganz klein Blurak. Gengar. So, was brauch ich noch für Pokémon? Haben die schon reingeschrieben? Rayquaza, Liberlo... Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Blurak oder Gengar. Oh, ich hab ja auch noch zwei bei mir. Äh... Erstmal Rayquaza. ABCD. Adliberlo war ja auch noch. Das, das... Äh... Ein Arzheus. Dann wird jetzt das alles so umständlich. Von mir ist das ich umständlich. Doch, natürlich! Du gewöhnst dich dran. Nein! So, warte. Das wollte jemand... Was denn das für Pokémon will auch? Du musst dir PC zulegen. Scheiße. Egal. Das, das ist eh besser. So... Mario 3D Land oder 3D World? 3D World. Auf jeden Fall. Das können wir nochmal zusammen streamen. Äh... Ich kann dir auf jeden Fall soweit sagen, dass wir keine Pokémon tauschen können und auch nicht online campen können. Wir können halt weder online gehen noch sonst was. Wir können nur mit euch tauschen, wenn ihr halt auch auf dem PC spielt. Ja, aber lass... Wir holen... Wir suchen uns so einen schönen Raum und dann spielen wir das gegeneinander. Oder... Miteinander. Mario 3D World. Das wird super lustig, weil ich dich die ganze Zeit umbringen werde. Oder es versuchen. So, warte. Ach, Knattertox. Knattertox. Ja, ich war grad ein bisschen... Da ist es. Hm... Nehmen wir das hier. So, äh... Noch irgendwas? Nein, eins. Eins fehlt mir noch. Eins fehlt mir noch. Okay, dann nehme ich da einfach... Äh... Ah, ja. Ah, das ist auch... Das ist nicht das, was ich habe. Oh... Egal. Wo soll denn das Pokémon? Meist Lurak. Äh... Lugok. Gut, wir können... Endlich. Übelang mir. Ja, das ist... Ah, das ist... Okay, du hast das... Atmorai... Liberlo... Requaza... Autobrum... Kapilz... hast du das letzte habe ich nicht gesehen nicht knattert da ich dieses pokémon mehr als alles andere hast du das ist so cool ja guckst ja an das findest du etwas weiter oben auf der map ich weiß aber auch nicht genau wo super high quality ich habe es aber noch nie so hässlichen anspiel aus ja du bist tot heck Ich habe das gerade im Video zergewechselt, aber ich bin immer noch so stinksauer. Ich habe nicht einen fucking Giff-Pokémon. Ich hätte vielleicht überprüfen sollen, überprüfe ich vielleicht mal. Los, Giratina. Es ist so schön. Na, hier sieht sie aus wie so ein Wurm. Also wirklich, die meisten Pokémon, finde ich, sehen aus wie so Knete. Kennst du diese Pokémon-Karten, wo die Pokémon aussehen wie so Knete? Ah, ja, ja, ja. So sehen die Pokémon jetzt zum Teil aus. Guck die Giratina zum Beispiel. Sieht aus wie so eine Knetmasse. Ah, in dem Gebiet von dem Stahlherrscher kann man die Vorenwicklung von Knattertocks finden. Schreibt Luki bei mir rein. Vielen Dank. Hier hast du eine Switch mit der PC verbunden. Wir spielen direkt auf PC. Aber wenn du das machen willst, brauchst du eine Capture-Karte. Aber die sind echt teuer. Also echt teuer. Die Schlag daneben. Also nicht daneben, verdammt. Wie schlag geht die daneben, du Idiot? Grakommittier, oah, sieht so toll aus. Echt? Sieht so toll aus? Mhm. Oh mein Gott. Wieso? Ich bin der Beste. Hm, weil du hackst. Ich mein, woher hast du denn diese Giratina? Hä, willst du das vielleicht mal auf den Preis gehen? Ja, hab ich gefunden. Ah, das ergibt natürlich Sinn. Wer Glomander braucht, muss was sagen. Ich hab noch welche. Guck mal, Kaiju tauscht auf Glomanders. Braucht jemand noch Glomanders von euch? Ich will ein Shigi. Ich hoffe, dass wir zum DSV auch die anderen Starter-Pokémon mit reinbringen. Oh, das soll ja sowieso. Terra-Kristallisierung mal machen, dass man zum Beispiel spezielle Terra-Kristallisierte-Pokémon gibt. Nee, das wird nicht kommen, das wird nicht kommen. Nee, warum auch Mür geben? Richtig? Ja, natürlich. Siehst du. Na, das wird nichts, aber ich versuche es. Jetzt ist es vergiftet. Woher will auch? Möchte auch ein Requaser? Ich hecke. Wie geht das los? Ist das ne Flugattacke oder Flugattacke? Ist ne Flugattacke, ja. Ich hab keine, äh, Dingerattacken auf dem Ding. Nein, bist du schlecht. Ist dein Safe? Das ist halt ne Mod, äh, also wir haben uns selber die Pokémorte gegeben, das ist mein Safe. Snack. Ich sag Poker-Exonal, du kannst mir nix sagen, nix verbieten. Du kannst mich nicht wundtot machen. Hab ich das gesagt, dass ich das mache? Also, das Safe könnt ihr so auf dem Discord downloaden. Das Spiel müsst ihr euch selber suchen. Und ihr braucht halt ein PC dafür. Ein Spiel. Oh, was? Egal, du bist tot. Ich nicht. Ein KP. Es ist so ne Verarsche. Ah, Emulator, richtig. Okay. Hm, du hast die Wahl. Eins, zwei oder rum nur drei. Ich ne, ich nehm, ich nehm, ich nehm die eins. Ich nehm die eins. Die eins? Hebedi, hebedi, hebedi. Die haben gewählt. Shiny Kyogre. Hebedi, hebedi, hebedi. Habt ihr Pokémon Schwert oder Schild gespielt? Haben wir vorhin, ja? Das hier neue Teil? Ja. Leider. Es fängt an zu nieseln. Vielleicht nieselst hier was ganz anderes. Backmax, danke für ein Follower. Ah, hier Aqua Pokeheads. Hm, ist das denn schlau jetzt ein Karpitz gegen einen Kairo reinzusetzen? Ich glaube eher weniger. Hm, du wirst es verstehen, wenn du mein letztes Pokémon siehst. Ein Goldschild? Natürlich. Ah, das ist so schön. Aber du wirst es jetzt verstehen. Ich fühle dich ja Schwert und Schild auf jeden Fall deutlich besser als dieses hier. Deutlich besser. Und Schwert und Schild waren schon kacke. Ich hasse es. Verstehst du es? Verstehst du es? Aber du hast Kreativschlag drauf, ne? Vielleicht. Ich seh es hier jetzt. Oh no. Ich mein, guck mal. Sein Model ist nicht mal komplett ausgearbeitet mit der Terra-Krustelisierung. Die geht voll da durch. Ne, ich hab auch nicht... Mann, ich mach einmal nicht diese Scheiß-Ata... Ich mach einmal nicht Saka-Fancho, weil ich denke, du hast ein Ding drauf oder so. Ähm, wie hieß'n das? Ich hab mich einfach selber besiegt, so schmult bin ich. Wie hieß'n das? Wie findest du, dass Regidrago wie Glorakopf aussieht? Egal. Weißt nicht, war Schall? Nein, kein Item, äh, Ding. Ah, Ding. Äh, leck mich. So, Leute, ihr könnt wieder Pokémon reinschreiben. Welche sollen wir nehmen? Ja, na, Tacke, die Spezialangriff für Verteidigung erhöht. Äh, Gedankengut. Ich dachte, du machst Gedankengut, weil du weißt, dass ich Saka-Fancho mache. Ach so, ne, hab mir mein Ding jetzt ja gar nicht. So, jetzt könnt ihr Pokémon wieder reinschreiben. Welche soll ich nehmen? Wir kamen Popo zu Weihnachten, aber brauche Tipps. Welche denn? Was für Tipps? Das ist Pokémon! Apollo. Hab ich nicht. Nehm mal bitte Arceus, ja. Mach ich liebend gerne. Ja, das glaub ich dir. Galar Arctos, nehm ich auch gerne. Ach stimmt, ich hab mir noch gar nicht alle Alzheimer-Systeme zurückgegeben. Passt schon. Was ist denn Femi-Peps? Hey Freunde. Iwital, gab's die Iw... Jaja, Iwital gab's hier, ne? Garnadom, Hoppa. Ne, Iwital hab ich hier doch nicht. Gab's die Iwital gar nicht? Ah, diese Familie-Maus. Okay, okay, okay. Äh, Iwital, glaub ich, gab's nicht. hier gab es die nicht hier sollten die da 8 fami piepst kann man die wirklich finden meine katze nicht finden so ich möchte noch mit dem komischen vier weiß ich ob das die schnecke war oder der ding hat jenpao jenpao genau rabigato kannst du auch gerne nehmen wenn du möchtest ja gerne ok dann bin ich voll gibts da wiskogon was war das rabigato hast du gesagt okay dann bin ich fertig einmal in die richtung jedoch nicht ich hasse dein system leute gewaltig gibt es ja nicht ich habe es keine vierte generation strafe gewaltig das dritte ja mann ich ja i'm so sorry ich glaub's mir glaub ich nicht warum wir noch nicht fertig ich hab noch das war quasi gesucht weil es nicht bei seinem platz war wo er steht wie findest du mein team mache ich genauso wenig wie dich das war böse das tut mir ein bisschen leid aber nur ein bisschen das war so böse dass das team zu langweilig werde wo man einen neuen einstellen musste ich gehe auf die orange academy hat mich an ich bin kurz davon diesen raum zu verlassen und nie wieder zu kommen nie wieder das ist nicht wahr das ist halt einfach nicht wahr als ob ich instant vergiftet wurde du weißt ja mit dieser einstellung sowieso hat mir mal jemand gesagt wer das nur sein könnte und der bis heute nicht diesen drecks piccolo bekommen hat natürlich immer noch nicht wenn ich den bekommen hätte ich das geschickt hätte ach komm wie lange wollen wir das denn ziehen so lange bis ich sterbe ich bin von pc wenn du das machen willst brauchst eine capture card aber die ist sehr teuer und dafür habe ich nichts geld stellt euch vor wie würdet ihr jetzt finden pokémon sonne ultra sonne bekommt remake ja wenn das wenigstens vernünftig umgesetzt wird und nicht so trashig wie das hier mega sonne wenn es vernünftig umgesetzt wird gerne aber wenn das so wie das hier dann bitte oder wie die gen 4 remix woher jetzt gesehen wir sind mitten im kampf hatte gesehen dass wir liegen der da frage ich mich hat auch und wir wir sollen aber diejenigen sein die hacken oder was dieser kampf der wird stunden da und ich sehe es schon was bin ich bin doch komplett dämlich ich bin wirklich komplett dämlich ich kann ja austauschen macht und es wird nichts passieren schlimmes ich kann ja wieder matschbombe einsetzen dann ist das pokémon vergiftet nein tu es nicht das andere oder so die katze ja scheiße ich habe wir keine wirkung auf gary weil nächstes mal nämlich champion auf versprochen ich mag den strecke sowieso am liebsten von ich bin krank warum aber dann gute bessere und jj dann kommt abschlag dass ich nicht so viel schaden machen 4 kp 4 das ist nicht mein spiel ich will wiederholen und das war mein spiel da gab es mega wie es gab zett attack und ich diese tera kristallin da habe ich gewonnen das einzige was es da gibt was es hier was es hier gibt was es da nicht gibt ist glad imperio genau holla gerne das gerne gerne dann kurier dich aus wenn du krank bist solange du nicht so krank bist wie ich kennst du dieses wunderbare pokémon ne was denn das ultrasonne oder ultramond ja es ist beides das gleiche fast oder es ist beides das gleiche ach komm es gibt zwischen den momentanen generationen keine unterschiede die haben keine berechtigung zwei spiele rauszubringen das ist nämlich zweimal dasselbe spiel nur die müssen dann nur ein paar code um codierung machen und boom warte 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 kannst du sagen warum was hat sie dazu veranlasst zwei pokémon spiele auf einmal zu machen moneten moneten warte ich werde immer mehr zu pokémon hate alter verständlich wir sind die spiele doch so scheiße ready gator wie kommt das nicht mal da raus wo es raus kommen sollte hehehehe that was he said nintendo einfach mit der kraft was hat sie dazu gebracht zwei pokémon spiele nee was hat sie dazu gebracht noch ein pokémon spiel in den hauptspiel zu machen moneten oh der disrespekt mit der magie flamme alter der disrespekt wenn die neue spiele wie sie verscheißen kann ich richtig zu gut zustimmen das finden wir leider gott das auch aber wir wollten heute mal wieder ein bisschen karmel simpropor spielen naja du lass mich da drauf ne aber auf meinem Twitch channel da spiel ich pokémon infinite fusion banane.com ich nix verstehen außer jetzt jetzt spiel ich das hier mit dir aber das ist eine andere oh ich glaub das war's noch ein quasi findest du ne jetzt nicht mehr das war's jetzt mit dem finalos das war's so wie er jetzt überlebt ja glückstreffer du hast all die nanos getötet du schwein wo sind wir denn hier faschisten deutschland in pokémon propone schon hängt das immer ok ok ja nicht nur hängt ich mein co sie sie ok warte ich weiß nicht wie es bei dir aussieht aber bei mir diese bäume sind so unendlich hässlich lass die bäume entfernen ja bei dir auch ich seh's grad ja aber ich seh's ja gerade bei dir ist ja wirklich immer nur zum kratzen diese bäume ja man ich hab jetzt im kamen sehen mein deck ist auch voll purpur habe ich schon Anfang Dezember und Decks voll ja wir haben das spiel ja schon 5 Tage vor Release spielen können das ist der Unterschied zwischen Nintendo und Mr. Krabs mit der Homes die Einnahmen der ist gut der ist wirklich gut der ist wirklich gut Fahim Keller dankeschön wieder follow ja diese Pokémon weg zugesprochen super kitchen ja witzig und ich hab einen Backlick auf PC die fangen mich halt so cool dass die einmal gekommen sind also wir spielen wir auf PC und wir können uns halt jedes Pokémon geben wie wir lustig sind aber wie gesagt diese Frage kommt halt jede zwei Sekunden aber niemand fragt sich das bei Ultra sondern Ultramund oder was ne ne gibt es ein Pokémon Spiel für 4V Erdbrille keine Ahnung nein also vielleicht denkt ein Fan Ding aber so würde mir jetzt keins einfallen und sollte mal so ein Yu-Gi-Oh! äh Spiel geben mit Fanbrille ist wirklich schon cool gibt's doch ja ja klar gibt's das aber das ist nicht so nice das ist das klingt nach einem du Problem das klingt nach einem echt Problem wir sind ganz viel Spanier drin ich verstehe kein Wort hey Gohan Biest hey ich bin mit dem Übersetzen sowieso Ding ja ja also ich bin jetzt ziemlich sicher der äh Koma ist da Donde esta la bibliotheca das weiß ich was ich kann ich werde dir wir können weder online spielen noch tauschen oh nicht du schon wieder oh jetzt sind auch noch Russen da was ist die Karmusin das ist ein Emulator genau so hast du es jetzt gehört? was was ja ja das hab ich gehört aber ich bin verwirrt das ist nicht Karmusin das ist dein Emulator man Monetium Z ja das ist es wie ja hat doch gerade Poldi beschrieben das ist Karmusin sondern ein Emulator und dann nochmal mit zu schreiben wie gesagt wir spielen auf PC und wir können uns halt jedes Pokémon geben wie wir lustig sind das ist hier halt wirklich ähm in den Daten in dem Spiel auch gibt und äh ja ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe die Sprache wenn man sie spricht aber ansonsten ich kann deutsch auf Spanisch ok mal hier warum schreifst du dann Spanisch? dann haben wir ein Besetzungshaus die ganzen anderen weuchten bitte ach komm russer wir sind halt äh wir sind halt äh alles Hacker ja ich weiß wir sind auf PC über PC können wir uns alle Pokémon geben im Inneren sind wir doch alle Hacker wenn wir ehrlich sind ganz ehrlich würde jedes Spiel habe ich schon äh hat jemand schon mal gecheatert da kann ich sagen was du willst äh ne das kann man nicht in meinem Pokémon vorbekommen leider nein leider gar nicht ich zieh das so lange wie meine Strümpfe ich sag's dir ja und die gehen sehr hoch erzählst du mir zeigst du mir ein Foto? nein warum nicht? das musst du dir verdienen ich verdiene mir das schon die ganze Zeit wie denn die du mich abpacken? gladi imperio ach du ach aber sich bei mir beschweren oder was? ja keine Müssen da kann man offiziells ab März bekommen wenn das wen interessiert genau also ich schätze mal irgendwann wenn das DLC kommt hab ne Idee ok und Pokémon Home verfügbar ist ja doch ich hab ne Idee erzähl mir deine Idee das ist ne sehr gute Idee das tue ich mir nicht an ganz ehrlich ok ik danke für den Follower ok Leute ihr könnt wieder Pokémon wählen zu den Cheaten dass jeder schon mal gecheatert hat sag ich nur sei da BOTW mit Crocs ja ich mein was heißt er da gecheatet jeder hat nachgeguckt ok ich hab mein Team schon Hizuizorak hab ich das überhaupt? ich glaub nicht ne Hizuizorak hab ich das überhaupt nicht warte hast du das? ich weiß nicht ob er das hat ah doch hat er aber keine Sorge jaja ne nicht die Suizorak sondern das was hier einer bei mir im Chat gewinnscht hat ah ich weiß ich weiß ich weiß Selimbrim hab ich das? äh solltest du das ist gar der Warfake was ne hab ich nicht ne ne ich hab alle nur bis S ja Selimbrim ist doch S ja aber S ist es noch nicht ne Selimbrim gibt's ja dann gar nicht ich hab ja alle Pokémon mit dem S äh ach sooo ok ja dann ja da versteh ich das mit den Crocs da natürlich die wollen natürlich es ist da anstrengend die zu holen Regi, Elektri, Dingi ok muss ich noch Regi, Elektri schieß mich tot finden da so Alex ich ich äh Ding Greninja ich ich hab noch nie Subwayster vergespielt ich sag's wie es ist Greninja ist doch Ding ist so ne das sprich jetzt so Riesenzahn wünschte ich auch jemand solch bei dir mhm ich such ja schon alles aber meine Ordnung ist ja super ja nicht wahr? nicht wahr? ich hab nur 10,2 modded hab ich auch guck mal gerne auf meinen Kanal damit äh Pauli wenn du möchtest der ist Gottserver ne ne auf mein TikTok ach stimmt ja da hast du ja ganz viele Videos aufgeladen ich dachte kurz sowieso denn das interessiert mich ich brauch Subwaysterver nicht ich hab ich hab ne Nintendo Switch ich hab ne Playstation 2 ich hab ne PC warum hab ich Subwaysterver spielen auf dem Handy spiel ich nur äh Durkamp Battle und DB Legends ne das hat besser aber das auch nicht so ähm ja schreib noch weitere Pokemon rein gibt's da Solosa Pokemon zum Beispiel Alola Kukowai leider nicht das gibt ja nicht normal Kukowai ich glaub das eine was ich habe ist ein Lamus aber ich glaub wenn's die Alola Form gibt dann gibt also wenn's die normalen Pokemon gibt gibt's auch die Alola Form oder? mh nicht von allem ich bin so ich bin so ein Tanupto da bin ich mir echt sicher dass ich das hatte oder nicht du hast das auf jeden Fall ja das Spiel Pokemon Kamen sind Pupo wie lebst du hinterm Mond großer Faker? ja ja du weißt ja diese typische Frage wie die heißen also jetzt mal ehrlich wie kann man nicht wissen wie dieses Spiel heißt ich hab nur das zu das ist ich mein das ist das mit Abstand größte Pokemon Spiel was bis jetzt rauskam ne ich hab das Tanupto nicht ne ne Tanupto ist ja auch jetzt bei Tee das hab ich noch nicht Kreogra nehm ich gerne mit nimm Ditto ok von mir aus können wir bitte einfach wieder das Spiel wechseln ne ne die geht sowieso gleich schlafen mach hoppa aber diesmal nehm ich das große damit ok mach ruhig ne ne also wie gesagt Poidi wenn du ähm wenn du möchtest schau gerne auf meinen äh sich verarschen schau gerne auf meinen Discord vorbei dort hab ich ganz viele Zinnovers 2 Mods ja cool 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 die sind war das große cool ich will nicht mehr ich kann was kannst du da hat soll ich hab dich haben was ist das für film warum ja ja hörst du's nicht das haben wir schon oft echt ich höre nicht hin nochmal wenn ich nicht ich hab ich fang jetzt mit dem Stream an so hab ich das immer gemutet und äh 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 Spotify woher kennt ihr euch ähm er hat irgendwas ich hab ein paar Mods für ein altes Dragon Ball Game gesorgt ich kam halt ein Streamer und hab geguckt ne nicht Sinneres ich glaub das war Budokai Takaichi 3 Mod irgendwo das kann auch gut sein ja ziemlich doch doch ich bin ziemlich sicher da hast du ja immer gefragt welche Charakter er und so und der dann äh hat er Pokémon gestreamt weil es rauskam und Drang Ball halt trocken war dann hab ich ihnen halt geholfen äh sein Xerox zu entwickeln ja und dann hat er eins zu anderen er hatte mit ewige Liebe gestanden also ich glaub das war ja andersrum äh ich glaub ich zweifle ich aber ganz stark hallo hallo und kann andere Legis in Pokémon Pokémon bekommen? Nein ich bin auf PC also du kannst du Po pur kannst du aktuell eine 4 legendäre Pokémon fangen ja Dragon Ball die trocken wir hatten für ne kurze Zeit war ja nichts in Dragon Ball nichts ja momentan ist Dragon Ball sehr trocken fast so trocken wie mein äh egal die verbrauchen viel zu lange um den Anime weiterzumachen und ich mein die haben ja jetzt schon genug äh genug Shit um den äh naja nicht genug würde ich jetzt nicht sagen die werden den ja ok doch Moro geht schon länger Moro geht schon länger also kann man Moro eigentlich Moro, Granola aber ähm aber ähm Ding äh jetzt hab ich vergessen was ich sagen wollte mein FCD ach so ja die werden den Anime äh den Manga wieder so schnell einholen und dann ist es wieder diese Kontinuitätsgeschichte und ganz ehrlich ich mag Dragon Ball Super einfach nicht ich bin so ein Idiot du hast wieso ach nur so wie auch immer äh Lieblings Anime äh Josephine Adventure Dragon Ball How is it possible the Hacks yeah the Packs One Piece Ended nie One Piece Ended natürlich wieviel Unheilsdinger Krippok und Cover Pokemon Krippok? du kannst Krippok irgendwie empfangen achso ja Riff Spawnter ach so ach so zählt an was bereits in den Spielen nein Lieblings Paradox Pokemon Donner sicher Paradox Oda hat gesagt man Piers Ended Anfang 2025 hat er nie gesagt Oda hat gesagt das einzige was Oda in dem offiziellen Letter zum äh nach der nach der einmonatigen Pause gesagt hat ist dass äh wir uns im Finale befinden es gibt keine offizielle Tatum aber ich schätze ich schätze mal ganz ehrlich der Typ wird doch nicht auf One Piece verzichten auch wenn One Piece jetzt schon so ewig lang gezogen wird wie so ein Kaugummi wird er trotzdem Film okay das war's Tschüss hoffa wird er trotzdem irgendwie trotzdem One Piece weiter melken irgendwie das wird trotzdem noch kommen Film äh Toy Animation auf jeden Fall Ichiro Oda nicht Ichiro Oda ne der will nur seine Geschichte das ist wirklich ein Autor nach meinem Geschmack äh du musst mich zum Patschen mit Dragon Ball hab nochmal ja Dragon Ball Classic und Set sind großartig also das ist wirklich großartig gerade ein Manga finde ich so endlos geil von den beiden vor allem wenn die Kaka auf DLC bei Dragon Ball ja oh mein Gott ich bin so also wirklich ich überleg mir wirklich das Spiel extra nochmal auf meinem PC zu holen für diesen äh Burokai Tenkaichi äh DLC du holst sie halt das ist doch ein Angebot ja ja deswegen es wird wieder locker am Angebot und äh ja ich musste halt das ganze Spiel nochmal spielen und bis zu Freeza sag jetzt ist es immer mega langweilig für mich wieso ja es ist halt einfach so ich weiß ich 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 bis der Super Saiyan halt kommt bis dahin weiß ich nicht ist irgendwie so mehr als die Hälfte von MomPiece ist Phil im Anime auf jeden Fall der Anime ist schrecklich von MomPiece der Manga ist extrem gut aber der der Anime ist ab äh Indies Lobby wirklich komplett äh schlecht hast du die Pokémon bekommen ich bin auf PC und kannst halt jegliche Pokémon geben ich gewinne grad ein bisschen ja wie fühlt sich das an hä wie fühlt sich das an ach schön ist jetzt zu sein Mr. Tendo ganz in der Versorgung tja das heißt aber ich habe jetzt äh immer noch nicht gewonnen Hydropompe Hydropompe fass auf ich finde die ganze Z-Story werden bisschen langweiliger als immer das gleiche ist als 50 Spielen ja ja die melken die ja okay die haben ja Ding die hatten ja äh nach was war das mit Upsino jetzt hatten die ja ein paar Spiele die von dieser normalen Story weggegangen sind also immer diese Parallel-Story dann Kakarot einmal zum Wiederkommen aber ja Kakarot war das letzte Spiel das wir bekommen haben oder? von Dragon Ball ah Breakers Breakers aber Breakers ist scheiße Breakers ist das absolute Trash-Spiel aber ich sage ganz ehrlich wir müssen ja nicht mal ein Spiel machen da wo man äh wie Dragon Ball äh Super-Story machen kann Banane danke für deinem Follower ich war auch mit bei Jutsu Mann äh an sich würde ich dir wahrscheinlich zustimmen dass der Dragon Ball Super Anime besser ist als der von Z weil der Toy Animation ist halt einfach immer so ein bisschen hä aber ich finde Dragon Ball Super im Allgemeinen halt einfach schlechter ja auf jeden Fall ähm ja ich habe das schon lange nicht mehr angefasst bin ich ehrlich so wenn man eigentlich was hat Schuriken dreimal treffen so korrekt mit Absicht zweimal trifft jaaaa ich dachte dass der Dragon Ball Fighter spielt noch ähm ich habe es auch länger gespielt aber leider Gottes haben die das Spiel ja auch sterben lassen keine neuen DLCs mehr ich sag mal so die hätten das Spiel auch wirklich gut machen können mit Omega Shenron als Beispiel das Spiel war schon wirklich und das ist das mein absolute favorite Dragon Ball Game aber ja klar dann aber äh Fighting Games haben halt immer eine bestimmte Legende Zeit du kannst nicht du kannst nicht viele Fighting Games bringen die mehr als eine dritte Season bekommen von DLCs guck dir Tekken an ja Tekken ist eine andere Geschichte Geschichte Iris Des Moines ja Kat ist richtig schön geführt okay ihr könnt wieder Pokémon reinschreiben die wir nehmen sollen Tekken hast du auch sowas wie Negan von The Walking Dead und noch äh Ding Howard von äh Fatal Fury du guck dir Smash an das ist eine Nintendo IP und hat trotzdem Ding zwei Seasons bekommen Zahude 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 kann sein dass er es gelöscht hatte ja für das Team brauche ich halt nur eins davon ja Zahude habe ich hier nicht mehr weil der funktioniert nur so aber Zahude gibt es hier in dem Spiel Shirachi gibt es hier nicht was ist das Spiel was sich am besten hält Hoppa hatten wir gerade das nämlich nicht wieder äh das Spiel was sich am besten hält ich weiß es gar nicht ja Gatchagame würde ich irgendein Gatchagame bestimmt die kannst du halt melken wie sonst was ja wenn du das machst dann kannst du wirst euch gar nicht von bei Idioten da so viel Geld bezahlen na wenn dann so wie ich will okay zack das will ich mal probieren das funktioniert mit dem Doppelkampf was ich da vorhabe die Alga ja ok die Alga nicht ja ja aber die Alga kannst du immer nicht locken die Alga ist schon der Beste Groudon 6 Pokémon die ich die ganze Zeit hintereinander nehme Groudon, die Alga Hoppa, Geratina ich bring mal ein bisschen Abwechslung das ist ein Chiwu Марge ok stimmt Minecraft natürlich Minecraft ist dabei Das ist ja Chiwu das ist ein Kiwan oder wie die Kacke da heißt Geratina habe ich auch schon öfters gehabt Donnersichel nehme ich gerne mal Hatten wir noch gar nicht Ich hatte Donnersichel Willkommt man für nächstes noch gar nicht Juri, danke für das Follow Max Sachs Ups Baldor und Arzais Du meinst das hier Juri ist der Fisch Der Fisch ist Chiyu Ja? Ja Wieso habe ich diesen scheiß Fisch nicht? Weil du kacke bist Welke Box ist der? Wer soll ich denn das wissen? Das ist deine Box, nicht meine Kann sein, dass ich es ja noch nicht habe Ich habe ja viele Pokémon gelöscht Aber ich weiß nicht warum ich die Hälfte immer ausgelassen habe Egal Ne, die habe ich nicht mehr Lunala gibt es nicht Wir können leider nicht tauschen 20. Box Äh, Monsti Monster Was ist hier? Ich werde jedes Pokémon Spiel über Also Pokémon Kamenzen oder Legenden Arzais Ich werde alle Pokémon Spiele über Kamenzen und Popo nehmen Alle Ja Ich habe ihn gesehen Der sagt mir wo Ja, wobei Ne, die Gen 4 Remakes Vielleicht nicht Die Gen 4 Remakes Ja, ok Doch, das schlimmste Pokémon Spiel Sind die Gen 4 Remakes Weil die einfach langweilig sind Dann kam sie in Popo Tim, danke für den Follow Du hast hier noch eine Quacks zu tauschen Ich kann nicht tauschen Box 15 ganz unten Also hier ist ein Dictri Ein Dianzi Ein Delfinator Ehh, ihr schlägt mich hin Ja Ich glaube, ihr habt das Beste 29 Hä, was wollt ihr denn alle von mir? Nein 24 Aber wisst du was? Ich nehme es einfach in Pokémon Also ich möchte und es ist gut jetzt Kompromisse Ne So, ich nehme es, dass das Hysi Akane gut ist So Reicht das aber auch Nehm Kurail aus Pokémon Level 5 Und du meinst das Kanzer Krasovic Das nehme ich aber nicht ins Team Ist doch rassistisch Also nicht wirklich, aber Hier haben wir Katja Dieser Beidorfisch, weißt? Naja Dieser aufgepumpte Kata Krasovic-Fisch Und die Tiel Du trittst mein Graud an Gar nicht Ich mach's, was du machst. Ach, was hab ich mir das gedacht. Wie, woher wusstest du denn das? Wie wusstest du denn, dass ich das mache? Hä? Ja, das wusste ich. Woher? Habt ihr geladen. Allstate. Donner. Oh, Lübe. Ey, das ist nicht nett. Guck mal, er schreibt Hacker dreimal und dreimal falsch. Viermal, viermal sogar falsch. Fünfmal falsch. Ey. Das wird so geschrieben. Das wird das sechste Mal falsch. Was spielst du? Ähm, Pokémon Kano Sinopropor. Siebte Mal falsch. Achte Mal falsch. Ob er es jemals rauskriegt? Louis, danke für die zwei Rosen. Neunte Mal falsch. Komm, zehnter geht noch. Ein Zehnter geht auch noch. Big Mac Bunny weg. Ach, kaum als ob. Was für ein Modus mäßig das ist. Ach, das ist ein Lokal-Online-Kampf. Also ein lokaler Kampf einfach. Genau. Warum Hacker? Nein, er hat mit C geschrieben. Das wird immer schlimmer. Warum er ja Hacker schreibt, weil wir halt über den Emulator spielen und wir uns halt, und ich halt ein Save habe, den könnt ihr übrigens auch auf den Discord downloaden. Der zu dumm ist, um das selber zu tun. Und, äh, da habt ihr fast alle Pokémon, also nicht alle. Er hat es richtig geschrieben! Ich bin so stolz auf ihn. Die Attacke kann nicht eingesetzt werden. Warum nicht? Weil du scheiße bist. Ach so, ach so, ja. Komm her, nullen wir. Oh, er hat es, genau. Alles zelebrieren! Äh... Aua. Oh. Ach, so ist es doch egal, wenn er nicht mal richtig schreiben kann. Ist so. Nebio... Alles zelebrieren ihn, Alter. Zu, er hat richtig geschrieben. Sollte wir auch mal ein PC. Und genau deswegen haben wir uns, äh, also ich zumindest, hatten wir früher auch nur ein PC geholt, weil... Ich sag euch ganz ehrlich, mit einem PC kannst du so viel machen. Du kannst auf dem PC kannst du PS1 spielen spielen, PS2, PS3 mittlerweile sogar schon. Ähm... Du kannst... Auf dem PC so viel spielen, es macht einfach lustig Leine. Und du kannst halt auch... Hast du auf jeden Fall auch Vorteile. Ich schlaf auf dem Boden. Das ist so gut. So wird's gemacht, Burka Alex, so ist richtig. Ich war gerade auf PC, hab schon 2500 Euro. Uh, das kann noch mal eigentlich ein bisschen dauern, aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und Erfolg, dass du den PC holen kannst. Was willst du denn, was willst du denn PC holen? Willst du... Willst du... Willst du... Ich hab zu Nase Alarm legen. Und für 2500 Euro kriegst du einen richtig guten PC. Ich hab... Das gemacht. Ach stimmt, nee, warte, stimmt. Ja, ich war gerade komplett lost. Ja, mit 2500 kannst du dir schon einen richtig guten holen. Nee, natürlich. Das ist klar, aber ich dachte, ich hätte schon so 10.000 Euro reichen. Ich bin ein Profi. Anni war exakt mit einem Follower. Tatsächlich breche ich jeden Tag die Nase ein, zu streamen. Äh, wie kommst du an Groudon? Äh, wir spielen über PC. Er hat sich das auf seine Nase gepohrt. Wer auch. Jetzt bist du am Arsch. Jetzt gewinn ich. Los, Groudon! Ja, bitte sag mir, das ist nicht feuer, bitte sag mir, das ist feuer, bitte sag mir, das ist feuer, das ist feuer. Oh. Es ist... Es hat jetzt einen hässlichen Pilz oder was auch immer was das ist, auf dem Kopf. Ich hab einen zusammengestellt, der kostet 3.100. Ah, okay, ja. Uh. Ab, okay. Boah. Hast du von Andrei wieder rüber getauscht? Nein. Ich sag ja... Ich hab's noch gefunden auf otto.de. Ey, jo, wir haben 13.300 erreicht. Dankeschön. Auf jeden Fall, ähm... Nein, wir spielen wie gesagt auf PC und über PC können wir uns halt alles in der Box legen lassen, wie wir lustig sind. Ich hasse das Spiel. Daneben. Daneben. Nein, 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 nein. Daneben. Äh, tausend, irgendwas mit tausend auch nicht weiter hoch, ich glaub 1300 oder so. Was hast du für ne Grafikkarte? Äh, Geforce RTX 2070, super. Kenn ich mich nicht nur aus. Warum fragst du dann? Einfach nur so? Muss bald gehen, wenn meine Mutter gesagt hat, nur um so einen Scheiß zu gucken. Legs da auf! Hahaha! Äh! Jetzt kommt dein schlimmster Albtraum. Ich hasse dieses Pokémon. Guck mal! Es ist gefährlich! Gemeingefährlich! Hahaha! Wird einfach so im Hintergrund noch lieb, wenn du mir den Arsch ins Gesicht zeigst. Du hast ja zwei Pokémon, ne? Ja! Den hab ich verloren. Ja, das letzte ist klar die Imperium. Ich hab noch Rakani. Ne, Hisulfan ist das, ne? Ja. Ist einfach wunderschön. Gutes Wasser-Pokémon suchen als System. Delfin-Man. Genau, dieses komische Delfin-Pokémon. Äh, Delfinator, Delfinator. Aber um das zu entwickeln musst du, äh, mit jemand anderem im Ding. Ihr müsst in einer Welt sein und dann Level up für das Ding. Oh, das Ding ist, das ist mittlerweile, äh, ja, okay, das ist schon länger. Aber es ist im Competitive-Spiel gebannt. Also, das ist sehr gut, ja. Ja. Wie lange hält denn so ein PC? Wenn ich meine, hab ich keine Seiten, weiß nicht, wie lange hab ich meinen. Dann hab ich ja zwei Jahre. Ich hatte meinen vorher, den hab ich fünf Jahre gehabt, den hab ich mir noch einen besten Kumpel verkauft. Und der hält jetzt auch noch. Also, das kommt drauf an, weil du kannst natürlich Glück haben, dass du dir 20 Jahre hält, 10 Jahre hält. Du kannst auch Pech haben, dass du dir übermorgen kaputt gehst. Ja, ja. Wenn du dich gut um ihn kümmertest, dann war dein Staub drin, also nicht immer, aber halt. Das mache ich auch nicht. Ja, ich mach's auch. Ich sag immer, okay, das mach ich diesen Monat, aber dann schieb ich das auch wieder hin. Und dann ist da so viel Staub, wenn ich das irgendwann mal mache. Eine boring Art lang, wenn er verloren. So, Leute, ihr könnt nochmal Pokémon reinschreiben. Ein paar Runden machen wir noch. Oder hast du noch Lust, hast du keine Lust mehr? Äh, doch, wir können noch ein, zwei Runden machen. Äh, es ist halt echt sehr viel wie die Pokémon-Spiele in Wiggler mehr. So richtig, ganz schlechte. Leta King ist einfach mein Schulleiter, wenn ich ihm erkläre, warum ich meine Hausaufgaben nicht habe. Hausaufgaben? Hab ich nie gemacht. Dachtara? Willst du Dachtara? Äh, ich hab schon ein Vollsteam. Ja, wie? Ja, wie, wie? Ich hab ein Vollsteam. Hast du wieder... Ich hab meinen eigenen Chat hier! Hast du wieder den Vollsteam? Sein? Ü flashy? Ach egal... Ne, warte genommen wird das andere lieber. Azuril? Gabst du Azumarel? Gibt es nicht Azuril, sondern nur Azumeril. Wie hat denn genau die Endentwicklung? die vorentwicklung weil sich der feinde herz keine ahnung wenn du im lpc wird einiges schon etwas länger halten vor allem wenn du so ein 3100 hast das macht er wenn du natürlich jetzt nicht denken großen unfall hast ist was ich habe ich leider gottes nicht wir haben alle pokémon in dem spiel bis bei mir der einen mann steht aber der eine mann der der stil und klasse soll ich auch reinkommen und auch stil und klasse ja von mir aus ich brauche die views ich bin aber immer noch geschockt ich verstehe es nicht du weißt ja noch meine infinite fusion stream meine allererste und er hat einfach 60 views am nächsten morgen das ist schon voll hat sich so einer dieses komische katja pokémon da gewünscht nehme ich das noch mit für ihn und mogelbaum wo ist denn warte mal wo ist mogelbaum da kommt kommt alle zu mir auf twitch also wenn ihr auf twitch kommen wollt da ist mein twitch name oder wenn ihr auf mein profil klickt ist da mein ist da der link zu meinem profil ich verstehe es nicht also ich hatte mogelbaum garantiert zu 100 prozent auf diesen chat hier aber warum finde ich das nicht ich habe dich doch immer mit mogelbaum geärgert du weißt du weißt du weißt du weißt du weißt du weißt du wie lange unter kam es in nur noch ultra sonne ultramond was einfach superior game ist sage ich auch schon vollsteam wer hat das bloß sagen können luxe ist in ordnung es hat nicht wirklich gute stats deswegen ja guckst du ja an ist das glaube ich scheine hey das kann ja was wäre denn eins weiter wo das bedroht pokémon lass mich kurz nachdenken ach kann ich glaube ich ja bald kommt natürlich davon was du suchst elie time dank für dein follow du heißt nicht elie ich kann heißen wie du möchtest nein das lassen wir jetzt das ist der pc geil schön dass du da bist jetzt hast du auch stil und klar philip macht eigentlich einer von uns beiden youtube selbst macht tatsächlich wie viele videos les am tag mal so mal so jaja lädt einiges hoch ich na scheiße ich editiere gerade ein paar meiner stream auch ab und ab und zu alleine da mache ich dann halt den pokémon infusion stream wenn ihr auch im profil sind glaube ich noch die stream aufzeiten könnt ihr kurz die schneide ich halt so ein kleiner best of zusammen aber wann die jetzt kommen weiß ich noch nicht weil ich habe gewahrt damit angefangen mit einem wenig mit dem v mal hier okay gute nacht hier der hat richtig schieben und das abgehauen na wie fühlt sich das einmal gegen die alger zu kämpfen ne wunderschön älter bist du nicht ach so steuer der herger der kolibere dann von follow Komm, jetzt freeze doch. Das war's. Das ist halt auch zurück. Das schiefe Dragoran. Es ist ein Dragoran. Lass es in Ruhe. Kann ich das dafür, dass wir wirklich ein Archiv hier reingemacht haben? Schneidest du denn noch unsere Clips zusammen? Wie lange streamen wir noch? Ich denke mal, wir machen noch ein, zwei Kämpfe und dann... Fünf. Morgen bis fünf? Okay, fünf machen wir halt. Also bis zwei Uhr morgens kann ich mir gut schon vorstellen, dass wir noch vielleicht streamen. Je nachdem. Äh, Ding. Aber morgen stream ich wahrscheinlich auch, oder? Du bist morgen erst sehr spät da. Ich bin morgen wahrscheinlich... Ja, lass mich lügen. Ja, lügt mal. Also ein Kumpel von mir hat morgen Geburtstag. Ich hab gesagt, ich komm morgen hin. Ich hab auch gedacht, so ein zu lange will ich ja nicht bleiben. Ja, ja. Und ich schätze, so Zähne weg zu Hause sein. Vielleicht schon vor, ja. Wenn du noch morgen lieber Dinge zerstremen möchtest. Ja, ich mein, wir können ja damit anfangen und dann, wenn du kommst, können wir ja Ding. Das kam ein bisschen nur noch purpur. Nico, ich sag dir ganz ehrlich, da ist kein Unterschied. Also wenn ihr morgen Lust habt, ich stream morgen Pokémon Infinite Fusion. Und da könnt ihr auch, äh, äh, jetzt hab ich vielleicht jetzt mal gesagt was. Ach so, ja, wenn, äh, da werdet ihr auch ein Pokémon verewigt, die ich da zusammenstelle. Die, meine weirden Gottesspielchen, die ich da treibe. Ja, ich wurde getauscht. Einfach getauscht wurde ich. Ich hab als nach ihm, ein Karpater nach ihm genannt. Aber das hab ich, äh, gegen ein, ähm, gegen ein Glumander getauscht, genau. Aber frag Thunder, uh, Thunder ist ganz böse geworden. Äh, morgen um 8 Uhr fang ich an zu streamen und dann wahrscheinlich bis, bis Sepp kommt, so gegen 10, äh, stream ich dann solo. Und dann machen wir vielleicht noch ein paar Kämpfe. Je nachdem, wie er dann natürlich auch will. Und das ist ein schlecht. Oder doch nicht. Ich spiele Pokémon, das wird hart, meine Gruppe nehmen, das ist, was sie sagt, yes. Annalena, Hase, der Karpater, Follower. Äh, abends war ich das abends. Wem kommt man die Alga? Gar nicht. Aktuell. Ich spiele um 8 Uhr abends dann Infinite Fusion Solo und dann, wenn er kommt, machen wir wahrscheinlich wieder zusammen. Äh, Pokémon Infinite Fusion ist quasi, äh, Pokémon Feuer Rot, Blatt, Grün mit Gen 5 Grafik, aber auch ein bisschen aufgewertetreten. Ein paar mehr Pokémon. Und die kannst du fusionieren, also dann hast, kannst du ein Glumanda und ein Shiggy fusionieren und dann hast du ein Wasser, äh, Feuer Pokémon und so. Und die, die Sprites sind dann auch fusioniert und all das. Und, äh, so kannst du dann schöne Teams bauen und all das. Also, ja. Das sind Pokémon mit Fusion. Da gibt es doch nur 172.000 oder 172.000 Pokémon. Oder 172.000 Pokémon gibt es insgesamt. Wenn man die fusionieren kann, habe ich auch. Ja, ich habe einen Ratz-Ratz und einen Sazenia fusioniert, das, äh, das hat sich nicht gut entwickelt. Ja, Kappa anscheinend ist, um eine Google zu benutzen. Die haben immer so einen Stern, also wenn du an einen kommt, dann ploppt da immer so einen Stern auf. Oder wenn du draußen in der Zone bist, da, äh, und dein Pokémon ist nicht angreifend. Wenn du zum Beispiel draußen hast und, äh, wild rumläuft, um alles anzugreifen für XP und all das. Dann halt, äh, auch, du weißt schon. Was ist das beste? Shiny Glorak oder Rayquaza? Äh, Rayquaza oder Shiny Gadoor, Mega Gadoor. Ja, Mewtwo plus Mew, das hatte ich auch im Gedanken, aber ich bin halt, wo, wo bin ich stehen geblieben? Ja, wir gehen, ich gehe auf die vierte Arena zu. Deswegen halt, bis die Legi-Fusion kommen. Ja, ich habe gleich das erste Pokémon besiegt. Nicht schlecht. Äh, der zweite ist ja, der zweite ist. Vom Ausdruck ja, Glorak oder Rayquaza. Ja, würde ich auch sagen, Mega Gadoor oder Mega Rayquaza. Also, also, äh, Mega Shiny Gadoor, Mega Shiny Gadoor. Vom Ausdruck, Brotow und Brotow sind auch richtig gut aus. Brotow und K.O. Kreuz, die sind beide richtig gut aus. Ja, ja. Upa. Aua. Was soll denn das? Hör auf. Ne. 10-Hits-Dürmer. Gewonnen. Gewonnen, Mann. Ich war hin. Was habe ich, ach stimmt, die letzte Fusion, die ich hatte, war ein Taubsee und ein Nachthader. Nimm das Attack-Pokémon. Nimm das Attacke in Pokémon oder was meinst du jetzt genau? Also, ich weiß jetzt nicht, was er meint. Rayquaza, wie schreibst du das so? Ähm, ja. Wollen wir jetzt einfach mal Teams, die in der wir Lust sind, haben? Äh, ich hab hier theoretisch noch einen, aber ich glaube, ich kann die nicht verkünden. Oder hast du Karpados? Echt? Nein. Naja, nee, dann geht's leider nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal Team, die wir lustig sind, okay? Äh, ich weiß nicht. Bin ich lustig? Ich bin eigentlich schon ziemlich lustig. Mhm, wenn du schläfst. Sag dir was? Ja. Ach, nein, ich will nicht den Box-Namen ändern. Wunder, möchtest du das mal? Nein, ich will wechseln, dabei Sonne, Mond ist es ja, dass du oben dran gehst, aber hier musst du runtergehen, deswegen. Äh, also bei mir trotzdem im Chat, also bei meinem Chat, nicht in deinem Chat, dein Chat ist mir egal. Oha. Also, wer in meinem Chat noch Wünsch hat, ihr könnt das gerne reinschreiben. Direkt abgehoben. Sehr schön. Äh. Einfach direkt abgehoben, ich glaube es nicht. Du bist, ich bin so ein lustiger Hacker, schreibt die Eli. Oder der Eli, oder... Eli oder Eli? Das Pokémon ist aus Karmeseen und Popol. Okay, wir sind fertig. Ey, ich will die Box nicht ändern. Doch, mach. Das du es. Äh, äh. Mal gucken, mal gucken. Elite, ach so. Ich soll es vielleicht einmal weiterlesen. Ja, äh, Elite halt. Ich glaube, das Ding Light, Tyler. Ein Pokémon, um Sepp zu nerven. Ah, nein, nicht Namen ändern. Gott, jetzt kriege ich gar nichts mehr. Sepp, was ist ein Pokémon, was dich nervt? Pikachu. 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 Das ist gelogen, das weiß ich ganz genau. Ich kenne perfekt das Pokémon, was dich nervt. Ich muss es nur finden. Da ist es. Zack. So, was nehmen wir noch mit? Komm, nehmen wir mein Linux-Evoli-Ding mit. Linux-Evoli. Äh, Evolution. Oh, den nehme ich auch mal mit. Den will ich mal nutzen. FANDA! Hm? Ich will rate mal, wer bei mir ein Shit ist und direkt mal wieder einen mega lustigen Kommentar daraus reinschreibt. Er geht mir einfach fremd, ich glaube es dir aber nicht. FANDA hat die richtige Entscheidung getroffen, ob du es willst oder nicht. Ach, du kannst jetzt die Legends-Tickets eintauschen gegen LF Kid Buu oder LF Future Gohan. Kid Buu würde ich gerne nehmen. Kid Buu ist meiner Meinung nach einer der Besten, damit er hat so wenig Verteidigung. Ich habe auch... Also, wenn der mal irgendwas sein Kalt bekommt, dann ui. Ja, jetzt kommen alle her, weil sie sich ja hier was wünschen dürfen. Tja, ich bin halt ein richtig cooler Hänger. Hä, bin... Ach, FANDA, du bist auch noch live. Lul, was machst du hier? Geh live. Ja, Taten... Ah, ich verstehe. FANDA will mir Schuldgefühle machen, dass er live ist und trotzdem noch bei mir reinkommt. Aber FANDA, das klappt nicht. Ich komme bestimmt nicht in deinem Verdammt. Jetzt habe ich Schuldgefühle. Wer sieht so schön aus? Stachler. So... Sie ergeben mir bestimmt fremd. Er freut sich, dass er coole Hänger ist. Ja, genau so. Nein, richtig coole Hänger. Na, warum machst du Hydro-Pumpe? Darf ich das denn nicht? Nein. Okay. Ich muss physisch angreifen, physisch. Dragon Ball Breakers ist wie Dead by Daylight. Nur mit Dragon Ball Charakteren. Und schlechter. Ja, das ist ein anderes Thema. Ich weiß ja nicht, ich habe ja Dead by Daylight auch noch nie gespielt. Das ist ja nicht. Aber wenn man sich so ansehen, was Dragon Ball von Animationen da gemacht hat, dann... Guck mal. Jetzt hast du, wie es normal ist, dass dieser Fisch eine Atomkraft... Äh, von Atomkraft hat. Nicht Atomkraft. Ja, der Fisch hat Atomkraft. Das ist ja weiter voraus als Deutschland. Atom... Wie macht er das denn? Der Pilz kann saugen. So witzig war das jetzt auch nicht. Also wenn jemand bei mir dran saugt, zieht mir das aber nicht so viel. Kein Humor, sag's doch. Aha, das ist eine Falschaussage. Ich zeige dir für die Falschaussage an. Was, welche Falschaussage? Nee, die erkennt mir gar nichts. Soul Goodman ist mein Anwalt. Ki-Heng Shang-Chi. Hast du recht. Hefe. Hefe ist für mich mein... Hefe ist mein Verteidiger. Hefe verteidige mich. Nein, die Hauenverbindung ist noch nicht drin. Du schaffst das, Durak. Sagst du, habe ich dir überhaupt viele Falschaussage getätigt? Ich sage nichts ohne Hefe. Aber nur mit das... Das Pipi-Hefe. Sonst... Das andere Hefe geht nicht. Okay. Hefe sagt Wang, Huang, Xing, Chong. Mal verstehen. Ich vertraue Hefe, mein komplett... Alle meine Ersparnisse an. Ja? Sag ich, wie es ist. Mir auch? Ja. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Sch... Nein. Oh, okay. Es geht um dich, Sepp. Es geht um dich, Sepp. Was geht um mich? Er hat gesagt, dass es schlechter als DBD ist und er hat gesagt, dass er es noch nie gespielt hat. Achso, ja. Aber ich habe schon Ausschnitte davon gesehen. Okay, Hefe, jetzt ist es ein bisschen rassistisch. Ich habe schon Ausschnitte von DBD gesehen. Ich sage mal so, was Dragon Ball da gemacht hat, das ist einfach unfassbar billig. Ja, das ist uns klar, DBD ist Dead by Daylight. Und du musst einfach nochmal sehen, wenn du den Dragon Ball, äh, Dragon Radar in der Hand hältst. Egal was du machst, ob du springst, ob du, was weiß ich, machst. Der hält einfach den Dragon Radar instant in der Hand. Als ob, als ob der festgefroren ist, du weißt. Ah, nee, nein, er hat noch nie DBD gespielt. Dragon Ball The Breakers hat er schon gespielt. Dragon Ball The Breakers? Ja. Absolut enttäuschend. Ah, ich habe, äh, ich habe Dead by Daylight von diesen... Epic bringt ja immer, jede Woche so ein kostenloses Spiel, da hatten die das mal, habe ich mir geholt, auch einmal gestartet. Ja, ja, Epic hat... Die Breakers gab schon Deutsch, äh, gab schon sonst? Nein, äh, Dead by Daylight. Achso. Oh, ey, lass das. Da gibt es Requaza in der Game, gibt es eigentlich nicht. Hier hast du Zarkin und Zama Center im Team. Obst du einfach rein? Obst du einfach rein? Obst du nicht. Ja, ist auch gut. Boah, jede einzelne Attacke ist nicht sehr effektiv. Ja, siehste. Deswegen ist Zarkin auch das beste Pokémon. So Kartoffelpflücker. Also man muss sich einfach nochmal wirklich... Dead by Daylight angucken, und ich habe das ja früher schon auf YouTube gesehen, ich habe das ja noch nie gespielt. Und man muss sich einfach nochmal das Gameplay von The Breakers angucken. Das The Breakers Gameplay ist absolut billig. Du kannst nicht mal vernünftig kämpfen. Kann man schon mit Home verbinden? Nein, kann man nicht. Ich bin nur beim PC-Flow. Ähm. Also nein, The Breakers Gameplay ist absolut nicht zu empfehlen. Dafür muss sich Dead by Daylight nicht gespielt haben, um das zu entscheiden. Du safft, Chris. Knirsch. Ich habe ein großes Problem. Die sich von Blitz zu treffen ist 1 zu 1 Million. Trifft zweimal mit Hydro-Pumpe, das ist 1 zu unendlich. True. Woher hast du gesagt, Jan? Wir spielen über PC. Ecke. Der Gott der Cheater. Yugi Moto? Dankeschön. Aber wir spielen kein Yu-Gi-Oh. Hä? Yami Yugi ist doch gar nicht da, Mensch. Wie kommst du in diese Pokémon? Ich bin über PC. Also ein bisschen darf ich hier nicht... Also bei mir ist es gerade im Chat ein bisschen, ähm... Wie sagt man? Überlebt. Tot. So würde ich es nicht sagen. Lustig. Toil. Rassistisch. Das ist mir egal. Ja, mir ja auch, aber trotzdem ist es ganz witzig. Ist ja dein Stream, der dann irgendwann gesperrt wird und nicht mal. Jetzt trafen wir doch ja alle rüber. Amen, irgendwann, ja. Wieso habt ihr Pokémon, die es in Spielen nicht kippt? Weil wir auf dem PC spielen und wir können uns alle lediglichen Pokémon geben, die lustig sind. Also alle, die es hier auf jeden Fall die Spieldaten gibt. Dann wirst du... Wie zum Beispiel ein... Also wie zum Beispiel ein... Wie zum Beispiel ein Celebi gibt es das zum Beispiel nicht. Ich dachte gerade dazu. Ach, Mann. Mal gewinnt, Mann, gewinnt, Mann. Das Zeichen heißt... Ah, okay. Ross. Natürlich ist es das richtige Spiel. Wir haben uns heute alle Pokémon, können wir uns heute geben. Wir können uns die in der Box legen lassen mit einem extra Programm. Und, äh, ja. So, Leute, ihr könnt wieder Pokémon reinschreiben. Welche sollen wir diesmal nehmen? Schreibt Pokémon rein. Jan, danke für den Follow. William, danke auch für den Follow. Ich freue mich schon, wenn man die Pokémon über Pokémon Home transportieren kann. Äh, lol. Hast du Paradox zu Ikun? Nein, alle nur, die es in der Daten gibt. Zu Ikun gibt es hier noch gar nicht. Also Thunder behauptet, er sei lustig. Peter lustig? Nee, nur lustig. Dragon Ball Breakers macht mir... Mir macht es Spaß und versuche etwas lustig zu machen. Gab es hier Katagami? Nee, oder? Nein. Nein. Also nein. Macht Tara, hatten wir letzte Runde. Ah, nee, hatten wir nicht. Sorry, dann habe ich das für nicht. Link hier gibt es auch nicht. Ich sagte, wir hätten wieder darüber wechseln sollen. Naja, ich wechsel auch nicht, worüber ich hier gleich schlafe ich mache. Kellogg Rock und für Nexus, oder ich für Nexus nehmen, du und für Kellogg Rock? Äh... Feuer startet dieser Gen. Ja. Bei mir im Chat auch irgendwelche Wünsche? Ja. Gibt nur falsche Antworten. Ich weiß nicht, was dieses dumme Kacki hier ist. Sergio, dank für einen Follow. Ente, dank für einen Follow. Ich hatte das doch gerade noch. Okay, ich habe hier ein paar Wünsche. Nein, ich will... Gott, bekannt. Naja, hier. So, warte, wir müssen jetzt... Die Monster hat dann verloren. Äh, Pike, ja. What? Okay, das wusste ich nicht. Ich hoffe, also... Ich weiß halt nicht, wie das funktioniert, aber... Geh, mal gucken. Ist das das Moveset, was ich brauche, oder? Ne, Cosma gibt's nicht. Epitaph. Das ist doch dieses komische, entwickelte Rassup. Ja, ja. Eins der schlechtesten Pokémon. Epitaph doch nicht. Natürlich, das ist so viel zu sprechen. Ultrabästien gibt's hier gar nicht. Phoenix, danke für den Follow. Also auch keine Cosma. Also keins der beiden. Da war doch noch nicht fertig. Ach, als Attacke, als Attacke. Also keins der beiden. Sorry. Sepp hat das nicht so mit den Dingern. Mit den Dingern. Ach, 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 ich lach mich tot. So, warte, hat Endina Lust. Oh, jetzt sehe ich vielleicht nicht... Du machst mich fertig. Total fertig. Wo hast du denn Endina Lust versteckt? Hast du schon gesehen? Du hast gesehen. Ach, nee, das ist nicht das. Egal, passt schon. Kommt auf jeden Fall ein neues Anime-Moba-Game. Und da sieht man zum Beispiel, wie es Zangoku an dem Kami abfeuert. Sieht ganz geil aus. Äh, wo hast du denn Endina Lust versteckt? Meine Güte. Endina Lust bei E. Ich kann nicht zählen. Gut. Ja, bei dir fängt es mit G an. Nee, E. Endina Lust ist E für Edeka. Ja, aber bei dir fängt es an bei G. Nein, Mew, also die erste ist die ganzen Legis. Na, kommt von A bis irgendwas. Du machst mich echt fertig, Alter. Das heißt, ja, hier ist es. Danke mal an drei Pokémon, wir sind drin in Christian Herz. Ja, kein Problem. Wer zu erschreibt, der gewinnt auch. Muss geben, muss geben. Meine Mutter eben so, wie kannst du dir so eine Scheiße geben und legst es dabei auf den Boden? Äh, warte, Hu. Okay, danke, dass du dabei warst. Würde ich sagen, nehmen wir noch das Hupa mit rein, würde ich einfach sagen, weil deine Taktik funktioniert ja nicht, Elite. Hupa, pupa. Möchtest du das klein oder das große? Das große. Ich lache mich tot. Ich. Du machst mich fertig. Total fertig. Was ist das? Das ist auch das. Egal, dann nehmen wir das Kleine. Pokémon kann man sehen, ist zwar richtig geil, was die Entwicklung des Spiels betrifft, aber was die... Was alles andere betrifft nicht. Die Animationen, Trash. Was? Was Grabweg angeht, das ist wirklich unterirdisch. Ich habe Wasserfälle gesehen in Online-Games, also die wirklich auf den Browser, auf Browser-Games habe ich Wasserfälle gesehen, die besser aussehen, als kamen sie in Purpur. Elite, du bist ja voll der Gemeine. Skellocroke. Hupa. Ich schaff das. Kann man eigentlich bei Terra Raids sehen, ob du shiny bist oder muss man das erst fahren? Meine Ahnung. Da fragst du vielleicht, ob das die Falschen. Du schaffst das. Jetzt bin ich enttäuscht und weine. Ach, Gott sei Dank. Ich liebe Tränen. Wie sagte der alte Dima mal, deine Tränen sind mein... Meine... deine... was? Was? Lass du. Ich habe nichts gesagt. Du sagst vieles, aber nichts davon ergibt Sinn. Ganz viel. Nicht wirklich. Halt auf. Du kannst ja noch Schaden machen. Der eine schreibt, man sieht, dass es da vorne ist. Der andere schreibt, man sieht, dass er es gefangen hat. Und kann ich nehmen. So eine Karte. Elite? Wie bitte? Also der Elite fragt mich, was ich von kleineren weiblichen Menschen finde. Ja, Luki, ich... Immer wenn man sagt, man kann die Grafik von Pokémon verbessern, kommen die und sagen, ja, aber ich will doch kein Pokémon, das aussieht wie God of War. Das will ich auch nicht. Ich will ein Pokémon, das so gut aussieht wie... Wann kommt Mario Odyssey raus? Das sieht immer noch besser aus als das Spiel. Ich will nicht mehr. Ja. Ja. Das macht mir nicht mehr Spaß. Na, warte mal, das war dumm. Ja, du wärst cute. Was war das? Ich hab das nicht gesagt. Ich hab das nicht gesagt. Das ist ja das ja gehört. Nice, Typ 80 hat das geschrieben. Oh, nee, du. Geh auch weg. Nö, 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 nö. Oh. Hiya, hallo. Ja, moin. Na, komm. Servus. Moin. Halt ja nur die Alga. Ganz klar die Alga. Elite. Wie bitte? Ja, ja, für mich auch, würde ich sagen, die Alga. Elite, das ist ein bisschen sehr sass. Was denn? Willst du auch wissen? Ja, aber wenn du in die Klasse kommst, haben deine Mitschüler auch die Hotte in der letzten Reihe nur drei FPS. Und nur eine Frage zuvor ging es um ein jüngere Mädchen. Oh. Darkfox, danke für den Follower. Oh mein Gott, was? Du bist ja so ein Opfer. Ich hab ja gerade mal schon Zahngegriffe gesenkt, die ich dir auch dachte. Team Karmazin oder Team Purpur? Karmazin. Also ich hab mir erst Purpur-Guard gegen Miraijdon. Ich liebe ja Miraijdon. Aber ich muss echt sagen, die Zukunftspokémon, die finde ich absolut hässlich. Aber man muss sagen, das ist absolut scheißegal. Es ist zweimal dasselbe Spiel. Nur rein theoretisch. Nein, theoretisch. Das ist genau das 1 zu 1 dasselbe Spiel, nur mit ein paar anderen Pokémon. Ich liebe ja Miraijdon. Miraijdon ist mein absolutstes Lieblings-Pokémon, also von dieser Generation. Ich fand Koraijdon sieht besser aus. Fuhren ich ganz ehrlich. Wie geht's? Gut um dir. A, A, 04, danke für den Follower. Oder A und 04, wie auch immer. Trickbetrug. Hör mal auf. Auch das ist schön. Ja. Ich bin sauer. Aua. Ach stimmt, du bist ja Geist. Das war, ich habe das, ich habe das, ich habe das, die Epitafels so neu, das habe ich noch gar nicht realisiert. Euch das Teil ist das, das ist Pokémon, Karmus, die nur Purpur. Wie lange streamst ihr noch? Schätze bis 2. Sieg, okay, nicht. Haben das überlebt du? Nicht. Verdammt. Komm, das überlebst du, das überlebst du. Mir kam es sehr gut, weil mich die sogenannten OZ-Pokémon generell mehr interessiert. Ja, finde ich auch, die sind echt gut. Volltreffer. Elite, hör einfach auf, hör einfach auf zu schreiben und zu denken, am besten auch. Ich will es gar nicht sehen, glaube ich. Lass es. Lass es. Okay, erzähl es mir. Erzähl es mir. Das willst du auch wissen. Aber in einer Stadt, ich glaube bei der Akademie, da war so ein Mopex-Laden, da sitzt ein Mädchen mit voll dem fetten Booty, die war safe. Oh Gott. Du weißt genau, warum Elite. Elite, warte, wie alt bist du? Ich hoffe nicht 33, wie es in deinem Namen besteht. Ich habe Angst. Also wenn du minder ehrlich bist, okay, okay, okay. Aber sobald du ab einer bestimmten Grenze, denkt man sich dann doch schon so... Oh, oh. Okay, oh mein Gott. Elite, ich hatte solche Art. Er ist 14, er ist 14. Alles gut. Alles in Ordnung. Oh Gott, okay, ja. Ich bin schon frustrieren, dass die alle Punkten am Schein gehabt. Der macht dir aber nichts draus. Die Glöpfigen, ja, meistens sind die alle gecheated oder gehackt oder wie auch immer. Oh Gott, Elite sagt das doch wenigstens vorher. Oh, ich bin doch schneller. Hätte ich gar nicht machen sollen. Wow. Aber du bist gestorben. Also das ist clever von dir. Also am Ende des Tages bist du doch... Cool. Ne, das wollte ich nicht sagen. Jetzt... Warum nicht? Und nochmal. Ja, das ist deine Sache, Elite, ob du das schon getan hast oder nicht. Das geht mir. Ich sage dir, wie es ist, das ist mir egal. Leben und leben lassen. Hakuna Matata. Und die Monster. Hakuna Matata. Diesen Spruch sage ich gern. Hakuna Matata. Geht stets als modern. Es gibt ganz... Und... Ich hatte zwei Autos, dass es geht. Bleib mein immer fern. Drei Kapitel, drei. Keiner nimmt uns die... Drei... Philosophie. Hakuna Matata. Einfach drei. Ich schaffe das, ich schaffe das. Ich habe das schon, du hast drei Kapitel. Habe ich auch. Ich runne drei Stunden vor ein Shiny, am Ende sehe ich so, ja PC anscheinend, ja. Ja, aber wir können das halt nicht benutzen. Wir können nur gegeneinander spielen. Und, äh, wir können weder tauschen, noch, äh, mit anderen Leuten. Elite, hör auf damit. Leuten zusammenspielen, noch sonst was. Ja. Weg damit. Nein, nicht Feli. Egal. Naja, die hat dir versprochen, habt ihr ja alle gehört, Chat. Wenn ich jetzt gewinne, 100k Rosen auf dem Nacken... Habe ich das? Hast du? Oder nicht? Na, das war ich dir am Ende des Kampfes. Ja, natürlich habe ich jetzt wieder Angst, Elite. Lass das. Lass das. Oh, scheiße, jetzt habe ich ja gesagt Angst. Ja. Oh, easy. Keine 100.000 Rosen für mich. Ah, sag das nicht so früh, ich bin immer noch ziemlich dämlich. Nee, vergiss das, das wird nichts. Wo ist der Pike-Gear her? Was höre ich da, Pfanda? Was tust du? Wir spielen auf dem PC. Heißt also, wir können uns jedes Pokémon geben. Aber nein, keine Sorge, wir können nicht online spielen, wir können nicht, äh, tauschen, wir können nichts. Pfanda, Pfanda ist nur hier drin, weil er noch aufs Matchmaking wartet. Wow. Und ich bin dabei zu warten, dass ich dich umbringen kann, aber irgendwie wird das nichts. Das wird wohl eigentlich nichts mehr. Heute ist der Stream, der lebt wieder echt gut. Also, guck mal, ich habe 77 neue Follower heute gemacht. Ich habe sieben. Das siehst du, du hast dann, äh, fast genauso viel wie ich. Okay, Alter, wir spielen seit 5 Stunden. Ja. Was für Pike, ja, ja, so, wird schon gut antwortet. Nippin, Shiny, äh, Durak oder Rayquaza? Äh, Mega God of War, Rayquaza. Also, wie gesagt, Leute, wenn ihr einen PC habt und ihr das Spiel auch eben so spielen möchtet, dann, äh, wie gesagt, eine Save, also die Save, die ihr hier seht von mir, die könnt ihr downloaden in meinem Discord. Wie es auch seht, ist ThunderCell? Ich hoffe, er war kackt. Ich habe gewonnen. So, Leute, ihr könnt jetzt noch mal reinschreiben, welches Pokémon wir nehmen sollen. Ich denke mal, letzter Kampf, oder? Hört sich gut an, hört sich gut an. Also, Leute, letzter Kampf. Schreibt rein, welches wir nehmen sollen. Und dann, äh, ja. Oh, das hört sich doch eigentlich nach einer ganz interessanten Erfahrung an Elite. Also, ich würde da nicht abneigend dazu stehen, wenn ich ehrlich bin. Aber fokussieren wir uns erstmal auf Pokémon-Ey, dann können wir ja darüber reden. Ja. Aber den hast du nicht. Den habe ich nicht. Silvaro, S. Zekrom gibt es ja leider Gottes nicht. Ich hätte das so gerne gehabt. Ich hätte das unbedingt gehabt, also, ja. Pokémon Battle Revolution, ist das nicht dieses Wii-Spiel gewesen? Äh, weiß ich gerade nicht. Thunder, äh, äh, Elite, halt die da raus. Na, komm, die Eige hatten wir bisher jede Runde. Die Eige hat nämlich diese Runde mal ausnahmsweise nicht. Ich liebe zwar die Eige, aber... Ich, 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 ich hab gar nichts. Elite, such dir ein Pokémon aus und diskutier nicht darüber bitte, ja. Und dann steigen wir das Wii-Spiel aus. Die haben aber nur Pad-Zeiten. Ja, du meinst aber, wenn man die Pokémon übertragen konnte. Und dann mit denen spielen konnte. Die fand ich, das Spiel fand ich richtig cool. Wie, du hast einen Clip? Wieso hast du einen Clip davon? Ich hab nicht einen Clip davon. Ich hab hier in der Wand geformt, okay. Hast du gesagt? Ich hab doch... Wann hab ich dir denn zugestimmt? Ich hab dir nicht zugestimmt. Elite, lass das. Doch, hab ich genau gehört. So. Du weißt nicht, worum es geht. Halt dich da raus. Ich sag einfach, ja, passt schon. Nein, eben nicht. Oh, God of War ist ganz gut. Also, du kannst mich natürlich bestechen, ne? Aber... Also, Leute, schreibt mal ein paar Pokémon rein. Alter, ja, aber das mit Cell. Das. Aber, nee, nicht sie. Nein, nein, ich meinte das mit Cell. Das danach, was er da gesagt hat, mit dem Vierer nicht. Schreibt Pokémon rein. Glurak. Mein Lieblings-Pokémon ist Glurak. Du hast Rex-Visar nicht, oder? Rex. Ich hab's gleich schwer wie du. Also, doch hab ich eigentlich, ja. Ja, deswegen frag ich doch. Rex-Visar müsste ich haben. Ja, ja, Box 26. Box 26. Zweitens, du dir, ich kann nicht traden. Wir spielen, wie gesagt, nur auf PC. Ich kann's bestätigen. Hallo, ich bin hier. Hi. So, Leute, schreibt ein paar Pokémon rein. Miright on Shiny. Ja, das hört sich super an. Miright on hab ich richtig Bock drauf. Blurak nehmen wir mit. Nein, 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 ich, 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 halt mich da raus. Halt mich da raus. So, eins brauchen wir noch. Ich brauch immer noch vier Pokémon, also. Jungs, kommt schon. Tortok gibt's ja nicht. Auch kein Bisa-Floor. Azo Meryl kannst du ja gerne nehmen. Gengar, Gengar hatten wir noch gar nicht. Das ist eine gute Idee. Ich nehm Azo Meryl, okay. Und Rotom nehm ich. Welches willst du sehen? Demeteros, schreibt noch einer rein. Demeteros, sag ich zwar das nochmal. Das war nochmal diese legendären, komischen Kackdinger da. Ach, genau. Wolltolos, Demeteros. Ja, ja. Oh, das ist jemand mit Bauchtrommel. Ist ja lächerlich. Alles klar. Bann? Ja, sitzt sofort. Okay, bann mich. Ich meine, als Ernst, das ist wirklich aus meinem Tramer-Profil. Echt? Poké-X, richtig. Genau so. Äh, was noch, was noch, was noch? Warte, wie viele? Zwei Filme noch. Okay, Leute, zwei Pokémon noch? Äh, äh, die Form war die, äh, Alola-Form. Also ist es normal oder Alola? Was? Ne, bei mir. Alola oder normal? Selbe Frisur mit dem selben Blick mit grünen Augen. Ach, nice. Hast du lieber Alola-Rai-Chu? Ja, natürlich. Ach ja, noch hast du genutzt, aber wo ist es denn? T-W-X-T-S-T-2-5-1, danke für den Follow. Gute Nacht, viel Spaß noch. Wir gehen auch gleich, alles klar. Ich nehme erst mal das. Wenn du dich umentscheidest, schreibst du einfach. Genau, kein Bann. Äh, Rin, Otaku, danke für den Follow. Bist du nicht 14, Elite? Ja, der andere soll Kramor. Kramor, okay. Warum ist Pyke hier in diesem Spiel? Poké X. Okay, bin bereit. Ja, was, ein PC? Yes. Oder das ist erst mal Pokémon Home Spiel, später das Jahr, ist kompatibel. Genau das. Genau so. Genau das. Genau das. Ach, du hast... Oh! Oh? Elite, du brichst mich hier in eine verzwickte Lage, in eine sehr verzwickte Lage. Okay, okay, ja. Wenn du... Die Kommentare, okay. Wenn du 21 bist, okay. Aber nicht das mit der. Nicht das mit der. Alter, Rektbus ist einfach in der Erde bei mir. Das ist Quality Content. Ja, alle deine Pokémon sind in der Erde bei mir. Okay, jetzt hoffen wir, dass ich schneller bin. Okay, jetzt ist es ab. Ciao, ihr nice Typ. Sehen uns. Äh, ihr hast Dank auf... Achso, ihr hast Dank auf das 2023. Nee, ich geh nicht auf... Ach, du dreckig. Entschuldigung. Elite, du bist eine Lizard. Ich sag's jetzt. Shit, ich kann nichts dagegen tun. Ich hab gerade irgendwie richtig Bock, Pokémon Battle Evolution zu spielen. Am Anfang hab ich das Spiel richtig kacke gefunden. Konntest du deine drei, vier Pokémon auswählen? Das war alles scheiße. Jetzt weiß ich, ob ich dann irgendwann rausbekommen hatte. Ich so, ach, da konntest du ja noch deine... Äh, von Platin die Pokémon rüberziehen. Die Dialga, Pyke, Geratina. Da wurde das Spiel richtig geil. Also, Lukis freut mich sehr für dich, dass du hier so deinen Spaß hast. Ich nicht. Ich ja definitiv nicht. Jedenfalls Pokémon-Spiel, Ultra-Sonne, Ultra-Mond. Also, und... Ja, und Smarag. Smarag. Und Pokémon Platin. Diamant Player Platin Gold-Silver-Remakes. Ja, also, die haben ja alle gesagt, dass... Äh... ...wahrscheinlich jetzt... ...irgendwann... ...ein, äh... ...Hardgold zu Silver-Remake kommen sollen. Ich hoffe, das machen die jetzt nicht zu schnell. Und ich schätze mal, das wird für Ho-O und Lugia auch wieder neue Formen geben. Das kann man... Davon kann man eigentlich von ausgehen. Das haben die ja bisher immer gemacht. Aber hoffentlich versauen die nicht Ho-O und Lugia wie, äh... ...die Eiger am Palkiel. Das hat mir in der Seele wehgetan, die in so einer Form zu sehen. Vorhin die Eiger. Das schönste, eines der besten Pokémon. Nicht wirklich. Doch. Nee. Wahrscheinlich kann man schwarz und weiß Remake als erstes raus. Meinst du echt? Wäre gut möglich, auf jeden Fall. Und von mir aus können sie den Ultra-Sonne-Ultra-Mund-Remake machen. Und das ist natürlich... Nein. Das Spiel ist... Das Spiel braucht keine Remake. Das Spiel ist gut, so wie es ist. Es braucht ein Remake, wenn wir... ...Playstation 6 haben. Ich will dir auf Pokémon GO. Ja, auch nur mit Cheats, ne? Ich schieße gar nicht mehr. Aber... Ach, bestimmt... Ja, ja, ja. Elite, lass es. Und dazu ist die Tatschmann zu kurz. Ja, aber schwarz und weiß. Ich denke mal, da werden die für Kyogre... Ach, Kyogre. Klar, weil... Da werden die, denke ich mal, für... ...Zekrom, Reshiram und Kyuron... ...wahrscheinlich auch wieder neue Formen rausbringen. Obwohl es die ja schon gibt. Die haben die halt genauso gut mit, äh... ...Ding, Po und Lugia auch noch. Oder als mit den... Oder die machen die drei, äh... ...Dinger. Du weißt schon. Äh, die drei, äh... ...Raubkatzen. Ja, so Ikun und sowas soll jetzt... ...die ist hier gekommen. Das ist ja schon beliebt. Ja, aber das ist dieses Paradox-Ding. Ich meine, so wie die, äh... ...Dinger. Du weißt schon. Ähm... Äh, die Vögel. Wie die Vögel. Weil die Paradox-Form kannst du ja nicht als... ...neue Dinger verkaufen, richtig. Bei denen. Da brauchst du schon so wirklich spezielle Form. Ah, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Okay. Okay, nein, Elite. Nein, nein, nein. Also, das sei ein 20 bist du okay. Aber das andere nicht okay. Klipp das. Ich mach dir nicht zu viel Aufmerkunft die Diamante Parry-Remix an. Ja, da gibt's ja auch die... ...gab's dann nicht auch, äh... ...Djallga und Palkia in der Urzeitform. Das weiß ich nicht. Ich hab die nie durchgespielt. Aber ich meine ja, dass die von Legends Azo supernommen haben. Ich glaube, es kam erst Legends... Nee, warte mal, es kam erst... ...Legends Azo und dann die 4 Remakes. Ah ja, guck mal, der genau. Und dann war ich, kamst du ja auch die Urzeitform von Diorga Palkia. Und die sind absolut trash. Vom Aussehen her. Nicht nur vom Aussehen her. Nein, gab's mal die, ... die haben immer zu pennen, ... die bessere Grafik. Nee, aber da gab's natürlich ... gab's doch die Urzeitform, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin ziemlich sicher eigentlich. Mal, Liberlo macht die grad fertig. Gut, ciao! Ja, ich hab die Schlag vergessen, Alter. Äh, also, ja, Ultra-Stand-Ultra-Mond ... waren ja schon die Remakes ... zu Sonne und Mond, also... ... da wüsste ich auch nicht, ... warum man da noch was machen sollte. ... und, ja, davor müsste auch noch ... ein Remake von XY kommen. Also ich denke, dass er, äh, ... die nächsten beiden Remakes sind, äh, halt, äh... ... Hard Gold zu Silver. Ja, Hard Gold zu Silver oder ... Schwarz-Weiß. Oh Gott. ... Elite, lass es, lass es, lass es. Lass es einfach. Ich bin wahrscheinlich bereit und sie ... den wirst du gleich noch. Keine Sorge. Die Remakes von Diamant und Perkampfer, ... Arzois. Echt? Ja, dann war es so. Ich hab das anders in Erinnerung gehabt, ... das ist ja auch egal. Ich kann auch kurz gucken, Uhrzeit, ... die Alga, äh, ... ja, gucken wir mal kurz, ... welches Spiel das alles gibt. Ich hab's doch auch ein Schatten, die Alga. Das sah geil aus. Seh ich jetzt gerade. Schatten, die Alga, das gab's doch in, äh, ... ja, Mr. Dungeon. Das sah auch richtig geil aus. Kennst du das Schatten, die Alga? Äh, kommt mir gerade nicht im Sinne. Das ist richtig geil, als ich das... ... ich schick das gleich mal. Ja, okay. Haben recht gehabt. Oder? Aber guck mal, die haben sogar... ... aber die haben sogar schon für die Alga und sowas, ... Infos, die Alga von der Urzeitfahrer ... haben dir schon Infos von Karmazino-Propor steht schon bei Poké-Wiki. Mystery Dungeon, Dunkelheit und Zeit war das. Laut Thunder. Ja, genau. Ich schick dir das gerade mal. Das Schatten, die Alga, ... auch ein mega geiles Pokémon. Es ist zwar nicht wirklich eine Veränderung, ... aber es sieht halt mega geil aus. Ja, so quasi wie das Sch... ... äh, Dunkel, äh... ... Luigi. Genau. Also wenn ihr mal sch... ... äh, wenn ihr auch einen Shiny Mirai dann auf eurer Version haben möchtet, ... kann ich euch empfehlen. Äh, guckt mal auf Ebay, ... da gibt es zum Beispiel welche, die verkaufen das. ... in Shiny. Elite? Nein. Nein. Einfach nur Nein. Du, du, du hast schon genug gesagt. Missgeil der Shiny. Ja, ihr könnt das in Ebay, könnt ihr was kaufen, ... das kostet glaube ich 15 Euro oder so. Fällig. Weil sonst ist der Shiny gelockt. Für ein Pokémon, was im nächsten Jahr schon wieder komplett irrelevant ist. Achso, warte mal, wir können jetzt doch was machen. Was denn? Ein Doppelkampf. Oder? Äh, von mir. Machen wir jetzt noch einen Doppelkampf. Das haben wir euch ja zugesagt, deswegen machen wir das jetzt auch noch. Nein, Elite? Nein, du kriegst... Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das hast du gesagt, das hat irgendwie... Nein. Einfach Nein. Und außerdem brauche ich momentan sowieso... ... Mods, also nimmst du nicht übel, aber Mods brauche ich gerade wahrscheinlich nicht wirklich welche. Ich meine, ich habe in der Regel immer nur drei Zuschauer. Also wenn es ein bisschen höher kommt, dann vielleicht, ziehe ich ein paar in Betracht, aber... Wahrscheinlich, das WB muss man aber auspassen. Manchmal sind das gecheatert und man wird dafür gebannt. Ja, das ist es ja. Äh, abstrakt Meister, danke für den Follow. Gehe weiter schon, streamen noch. Dankeschön. So Leute, dann schreibt mir jetzt noch ein paar Pokémon rein, die wir jetzt nehmen sollen. Ich habe schon. Wie? Ich habe schon. Ich habe was vorgehabt. Also ich wollte was ausprobieren quasi. Das kann sehr stark in die Hose gehen, aber... ... hat erstmal den Bericht. Okay Leute, schreibt mir noch schnell Pokémon rein. Und dann, äh... Auch das ist die Fähigkeit, warte, das recherchiere ich jetzt schnell. Galar, Arctos, Shiny. Bei mir könnt ihr noch reinschreiben, ich habe noch zwei Plätze frei. Okay, soll ich? Mach was du willst. Ob ich es mache, ist eine andere Frage. Eine Frage habe ich. Wie habt ihr die Hosei-Pokémon-Tschwür bekommen? Wir spielen über PC, denn wir können uns halt jedes Pokémon geben, das es auch in dem Spiel gibt. Akani, welches möchtest du denn, das Hosei-Akani oder das normale? Relaxo gibt es hier glaube ich gar nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es wird vielleicht... Ne, gibt es nicht. Elite braucht man schon sieben Fotos. Hä? Ne, ne, bei mir im Chat geht das halt. Galaxo gibt es für diese. Umso schön ist die Eiger. Ne, ne, die Eiger, habe ich gesagt, nehme ich heute nicht mehr mit. Hoffentlich ist das Pokémon ja auch wohl. Egal. Nein, Pikachu? Niemals. Sorry, aber ich hasse Pikachu. Also kommt schon bei mir im Chat. Ihr wollt zwei Pokémon, zwei Pokémon. Ich hasse Pikachu. Wer mag schon Pikachu? Du? Das ist dein Chat, nicht meiner. Lass mich in Ruhe. Okay, ich habe alle Pokémon. Ne, warte mal. Oh, was? Na, fahnd da ganz ruhig, ganz ruhig, Fahnd da. Wir arbeiten hier nur ein bisschen rum. Also Elite glaube ich nicht, Elite ist wirklich krank im Kopf. Wie, was, wie? Ich bin fertig. Ich nichts. Tja, Tadeus. Okay, dich nehme ich noch mit. Müsst du doch nicht mit, bitte? Ne, dich nehme ich doch nicht mit, du hast nicht das gute Mooset. Ach komm, wenn du unbedingt mit willst. Ja? Ja. Kann ich buchstabieren, wo bist du? Ja, da bist du und nehmen wir noch, was nehmen wir noch mit? Ah, oh, ja, das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit. Nimm mich mit. Ach, äh, okay, ne, ich habe doch noch eins, ich habe doch noch eins. Ich muss nur wieder herausfinden, welches das war. Ich bin so schlecht im Namen merken, ich spiele so oft auf Englisch und dann kommt es wieder Deutsch und all das. Du bist, ach, das Ding. Klar, auf Pokowiki müssen die noch die Dinger nutzen. Die japanischen Scans für die Bilder. Warte, das hast du hier, oder? Da bist du. Oder warte, hast du vielleicht auch noch ein besseres? Und weil ich davon ausgehe, dass ihr mir ein Switch-Emulator seid, dann ziemlich gut ein PC. Naja, es geht. Der muss nur besser sein als ein Switch und das ist jetzt nicht wirklich schwer. Ähm, also ja, wir spielen auf dem Emulator und auf dem PC. Warum heißt es gleich und sieht gleich aus? Also wir haben, ich sage euch, wenn ihr das Spiel auch spielen möchtet, auf meinem Discord habe ich eine Save von meinem Account. Die Pokémon habe ich alle selber draufgezogen. Und, äh, ja, dann könnt ihr damit auch spielen. Ich habe zwar noch nicht alle fertig, irgendwann werde ich mal weitermachen, wenn wir das Spiel öfter spielen sollten. Und, äh, ja, mal gucken. Okay. Aber diesmal ist wirklich letzter Kampf, deswegen Doppelkampf. Dann haben wir bis 2 Uhr, wie versprochen. Ja, dann mache ich jetzt ganz schnell den, äh, lieben Dima fertig. Ich bin gespannt, ob das Experiment funktioniert oder nicht. Was ist denn immer das Experiment? Es hat sich jetzt! Ja. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe es gegessen. Was bringt das? Was weiß ich nicht? Ah, alle meine Stats werden stark erhöht. Oh mein Gott. What the Herr. Der Pokémon ist aber noch am Leben, glaubt man. Ja, aber auch, wie funktioniert das? Das ist ja so cool. Ja, was ist denn jetzt, dass Pokémon angreifen sollte? Ich doch nicht. Okay. 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 Aufzüch macht es mehr Schaden. Er ist das, mir aber auch schon. Warte mal, wenn ich jetzt aber dein Kausches Kack... Wenn ich dann Heereshai angreife, kriegen jetzt beide Schaden. Ich hab keine Ahnung. Eisbeam! Das ist ja so cool. Ist das auch cool? Ich hasse dich. Ja, nein, dann, 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 was? Oh, nice. Wie unfair ist das denn? Das ist unfair? Der Ligiragi kriegt keinen Schaden. Ich dachte, der frisst ein nach dem anderen oder so, aber das ist ja noch geiler. Före auch damit. Du beschützt das Ding einfach. Das ist einfach eingefroren, ja. Das ist nicht fair. Ja. Findest du? Nö. Finde ich ganz gut. Wo wohne ich den Elita, kommt schon, sagst du mir. Ich hab's nämlich vergessen. Hallo, wie geht das mit der ganzen Pokémon? Du brauchst auf dem PC oder eine gehackte Switch. Ich hab's jetzt nicht mit dem Switch. Ah, ich hab's eigentlich nicht mit dem Switch. Wer's dann mit dem Switch? Ja. Ja, du bist jetzt der Beste. Das ist so unfair. Das ist unfair. Das ist so unfair. Das beschwert sich hier, dass ich sofort auftauche und freeze und paralysiert mich. Mit Attacken, nicht mit Spezialmus. Mach das Mew einfach nicht. Okay, komm, wir machen ja sowieso nur eins. Ach so, du möchtest von mir wissen. Ich wohne... Was passiert mit dein Dingens da? Kalifornien wohne ich. Ach, du auch? Ja. Hä, was ist das mit dein... Tatsächlich wohne ich nicht in einem Haus. Ah, das ist einfach wieder aufgeploppt. Interessant. Sehr gut, ignoriert mich. Ich habe gerade schon dreimal gesagt, wir spielen auf dem PC. Heißt also, du kannst diese Pokémon nur machen, sobald du auf dem PC spielst. Oder du brauchst ein gehacktes Switch. Luki-Dot, ich wohne tatsächlich nicht in einem Haus. Ich wohne in einem Wohnmobil. Hi, Silver. Du hast einfach meinen armen Diager getötet, du Schwein. Nein, nicht. Sonst hat er dir nichts getan. Nein, gar nichts. Nur ein wunderschönes Hiroshai. Alter, ich muss ein Team mit sechs Hiroshai... Äh, mit drei Hiroshai und drei Nicaragis machen. Das zahle ich dir heim. Ja, was meinst du? Was zahlst du mir heim? Alles. Einfach alles. Nö. Für das Diager... Achso. Hi, Lulac. Was? Bester Name. Elid, ich werde dich jetzt einfach ignorieren, okay? Ich werde dich einfach ignorieren. Ich mache die Augen zu. Halt meine Hand vorm Chat. Oh, komm, bist du wangert. Was? Ach, komm. Silver, danke für ein Follow. Why do you do this? Was hat dir mein Mew getan? Ich habe gesagt, ignoriere das Mew. Ignorier es doch einfach. Wieso sollte ich? Nein, es tut dir doch nichts. Mich würde gleich etwas tun und das würde mir nicht gefallen. Oh nein. Oh, na sehr nah. Sepp wird es gar nicht gut gehen, wenn er den Chat liest. Gar nicht gut. Physik, seine Pokémon rette die Frontalga. Das werden wir gleich machen. Ey. Pass auf. Meine Mew-Gara... Meine Mew-Kombination ist gleich fertig. Irgendwann. So nach 20 Runden. Boruto, danke für den Follow. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, 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 ja. Ah, warte, ja, das ist ja schlecht. Verdammt. Mew schläft dich ein. Also ihr werdet euch gleich noch wundern, was dieses Mew drauf hat. Mew ist in diesem Spiel, ich sage es so, wie es ist, Mew ist in diesem Spiel. Der stärkste Pokémon, in meiner Meinung nach. Und dann glaube ich, da lüge ich nicht rum, oder? Ich will nicht drüber reden. Ja. Mew ist unfassbar okay. Äh, 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 ein Moment. Wo sehe ich nochmal, wie meine Pokémon bisher geboostet sind? Äh, bei Ypsilon. Ja, wie. Ja, Ypsilon drücken, was versteht man daran nicht? Okay, einmal noch. Elite, mein voller Name ist... Jigumo Jigumo Gokonosukairi. Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Danke. Wie kennen die das alles, das ist ja mega hart. Jigumo Jigumo. Kokonosukairi, Kaji, Runei, Sogei... Ah, deka, näh. Luki, oh, 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 oh. Sehr ziemlich große Wundertüte, oh ja. Luki hat mich geheckt, er kennt meinen Namen. Okay, Leute, seid ihr jetzt gleich bereit? Dass er gar nicht stirbt? Seid ihr gleich bereit, jetzt seht ihr gleich die Mew Power. guckte man du hast meinen namen verraten ja du sebastian keine ahnung schreibt lukey und er kennt mein name und er kennt von dir ja siehst du die litte sollte das nicht erfahren jetzt habe ich angst um mein leben du bist ja auch der einzige die man im ganzen universum ja natürlich es kann nur einen geben könnte mir vorstellen dass platte hat es mir töten konnte wegen der ständigkeit im spezialangriff nicht wenn es vorher geboten gebootet ist so leute seid ihr bereit guckt ihr das wunderschöne kam auch dann wie es lebt und gedeiht dass das kam lasst dich ja nur lasst mich ja nur die bekommt man mir gar nicht nur durch cheats der seb ich kennst du wirklich einen menschen der seb heißt ja mit dem richtigen namen nicht als spitzname ich glaube kein wort ich glaube dir kein einziges wort allerlei dinge zu geben pokémon ja aber so kann es mal jetzt das pokémon gerne auch noch tötet ist das schon letztes kam ruft nein das ist ein dorn im auge dachte so wie es ist das ja das kam ruft ist dir ein dorn im auge und das nicht ist vor allem das hier nur legends benutzt also ich sehe nur auf meiner seite welche was siehst du ja nur das hat geschrieben das ist vor allem das hier nur legends benutzt da habe ich gesagt wir sehen nur auf meiner seite welche ich sehe attacken voraus ach das body press wie kann man gegen einen freund spielen du meinst auf emulator du lässt bei mir einfach wirklich in ruhe ja digga das new wird nicht sowieso gleich umbringen ich bringe so viel von dir um wie es geht ich kann nichts gegen dieses mir tun warte ich sag euch miu stärkstes pokémon du müsstest das ja wirklich so machen dass wir einfach mal so einen spaßkampf machen du nimmst sechs unfassbar starke pokémon ich werde mein miu voll boosten und dann äh musst du mich versuchen zu besiegen einfach nur so auf spaß das ist doch interessant da ist doch interessant dann ja dass die pokémon das pokémon nein das pokémon macht die augen zu dann sind sie nicht der titel genau einfach augen zu machen das ist alles nur in deiner fantasie in deiner fantasie ja genau pokémon mitkommt ist es ja irgendwann sagen wir ganz ehrlich miu mit dieser kombination unfassbar fucking perfektes pokémon und dann benutzt man arg ganz bunt schön wär's Luki schön wär's oh nein ach komm ich lass dir ne runde keine probleme ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich du hast für ganze ähm durchgelassen ist kaum egal hä ich hasse dich wieso bist du tot weißt euch denn das wissen ich hab mich auch gepasst ich auch nicht nächstes pokémon spiel ist das pokémon kam zu sehen pur pur ohja das miu möchte auch eins caroli danke für ne follow wollen wir noch ne runde nein komm schon aber diesmal nämlich ohne legis ja das ist mir egal komm schon eine geht noch ich hab dir keinen timeout gegeben du ich glaub du hast einfach zu schnell geschrieben elite also ich hab dir wirklich keinen timeout gegeben einer geht noch ok leute dann schreibt also auf jeden fall nochmal rein aber diesmal ohne legis bitte nimm du dann auch keine machen wir es fair ja ja aber ich hab ne idee ja ne ok egal mr krafts ich hab ne idee ne leberlo hatte ich jetzt schon 5 mal machen wir mal pokémon die ich noch gar nicht hatte so wie das was lulash reingeschrieben hat pokémon die ich noch gar nicht hatte bisher paraglyph paraglyphische zeichen wie auch immer keine legis hab ich gesagt diese runde und requasa hatte ich auch schon mindestens 5000 mal pokémon die ich noch überhaupt nicht hatte hatte ich auch schon ditto ditto hatte ich schon also pokémon die ich noch überhaupt nicht hatte ja ich glaub du ich glaub da hast du recht ich kenn auch ein perfektes dafür lorak hab ich schon raupi gibts ja nicht blitzer das ist ne gute idee so raupi gibts ja nicht und wenn dann würd ich auch keine raupi nehmen weil ich nur endentwicklungen habe das würd ich nochmal probieren das pokémon hört sich auch super an dann nehm ich ja auch noch eins von a mit ne doch nicht flampivian glaub das gibts ja nicht hab ich auch nie gehört auf jeden fall flampavian ja das ist dieser feueraffe die gibts ja nicht donnersekel hatte ich schon foegro foegro haben wir ne ja also das pokémon scheiße nimmst nicht ich will nicht dass du es nimmst ich hab schon zugegeist ne ich hab das gerade auch nicht dragoron hatte ich schon oh ja das stimmt tatsächlich wenn er das hat das moveset dafür wir haben ja so viele pokémon suck mamutli gibts ja leider gottes nicht so dann mamutli glaub ich nicht kann ich nicht erinnern das gesehen zu haben stami gibts ja auch nicht ach stimmt das ist ja immer noch ein doppelkampf gell ja nice ok ne dann 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 geht das doch noch ein bisschen auf wie alles prostät ja hatte ich heute noch gar nichts das ist eine gute idee der clip existiert nicht schnäppke weiterentwickel was dann nochmal weiterentwickelt wird schnäppke äh ich muss einfach erstmal wissen was schnäppke war ich weiß genau nicht mehr ja jeres heini regali kombi hatten wir grad schon die letzte entwicklung von rizzeros äh gibt es ja nicht ah das ist äh ding für nantor und frostetier so hatten wir ja schon so hatten wir ja schon simsala gibts ja auch nicht naja das kann ich auch mitnehmen aber wir haben so viele von egal 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 so wo ist das jetzt Florian dank für den hallo gardevoir ja gut ok den haben wir alle hast du dazu glades nicht doch aber es ist äh in der vorderen box noch vor dir so er machts mit mir das leben mal wieder schwerer als es sein muss gardevoir gar 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 ok ich bin ready im Moment ich such grad gardevoir ok dann bin ich auch fertig so leute das ist wirklich allerletzte runde dennoch hören wir wirklich auf guck mal kein einziges legendäres Pokémon ist das nicht mal schön für dich den Maul hast du es dir schon vor zwei Runden gesagt? richtig aber diese runde wirklich aber heute lebe ich das Stream wieder echt gut unfassbar gut aber ich will einfach nur hinlegen und schlafen na das wird es glaube ich nicht na das gleich brauche ich nicht ein paar energies rein und dann passt das schon so 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 dann wird es mich nach dem Kampf gehe ich wirklich ääh schlafen nein 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 das machen wir nicht das mach ich nicht das mach ich nicht die ersten sind schon da beim letzten mal hast du gesagt dass das letzte campus haben wir noch eine stunde weiter gestreamt ja stimmt war ja nur spaß alles gut ey lass mich weitermachen verdammt Friedwurf ey das hab ich auch gemacht ja Elite der Stream läuft bestimmt deswegen so gut ganz bestimmt weil du da bist das ist ein bisschen nervig bei uns gerade hier danke jetzt weiß ich auch für dieser Pokémon hat dieses Geisterhund ja ja Friedwurf Friedwurf oh man ich hab Kamesin Elite aber nicht ähh Ding nur hier halt wer sagt dir ich sag dir ehrlich ist die Pok- ich will Gamefig überhaupt kein Geld mehr irgendwie geben von mir auf irgendeine Haut und Weiße Hi Tim Flauschigkeit von Gardevoir das ist gerade raus das ist flauschig ey wow können wir tauschen leider Gottes kann ich nicht tauschen ich bin auf dem PC Tim danke für dein Follower ich finde auch dass die Pokémon Spiele in den letzten Jahren ziemlich abgebaut haben da musste ich dir leider recht geben da musste ich dir leider recht geben ein Spaltest du ey ja Hilfe wir sind immer noch dabei noch du 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 aber laut Depp ist das der letzte ja schon wirklich aber für mich auch der letzte also selbst wenn er sagen würde noch ein Kampf würde ich einfach ablehnen ne das stimmt gar nicht doch du hast schon seit den Hackertypen da ich jetzt brauchen wir den Kommentar aus Pokémon Stadion das habe ich mir gerade auch gesagt der Trainer schläft ach komm Denzen danke für den Follower ihr würdet es auch richtig feiern wenn ihr so ein Pokémon ein Pokémon wenn wir so ein Pokémon ein Stadion Teil rausbringen würden nochmal natürlich nochmal geupdateter Grafik und ein Quatsch ja ja natürlich natürlich ja da ging dann neben ach Booty ist unser Verhelmsklave das weißt du doch ich dachte da hat der Tag gegeben im Lebensjahr nicht geweint gut an der tauschen versuchst du auch im Discord bei mir Tim den Link findest du auf jeden Fall auf meinem Profil TikTok Profil Hilfe der King Hilfe sowieso der King ich meine guck dir seinen Typ Pokémon an da kann ja nur der King sein sagst du wie es ist ich will seinen Schlagring und seinen Steinaugenbraun mit deinen Augenbraun ja aber im Pokémon Battle Revolution kann man ja sowas meine ich ja im Pokémon Battle Revolution ist ja so ähnlich wie Pokémon Stadion äh und dann sowas nur mit den ganzen aktuellen Pokémon das wird tausendmal geiler als das hier das wird tausendmal geiler als das hier oh ist da jemand vergiftet ja du schwarz und weiß neuer Flachen werden hoffentlich weht ja I hope I hope I hope ich will direkt in den nächsten Laden rein uns kaufen ja ich liebe die Pokémon Battle Teile DONNER ausgedonnert was da verliert einige K.P. hier Volkergeist es ist fehlgeschlagen dann scheiß abzuglebit das hat kein Item warte mal das hätte ich ja auch selber erraten können ich hab ja dieses Pokémon auch jetzt wurde durch Gift verletzt der hat hier wurde durch Gift verletzt ich kommentiere dieses Battle bis zum Ende Das ist mir egal. Bist du denn einverstanden? Ich hab nicht zugehört, ich bin schon wirklich... ... in Gedanken irgendwo auf Ibiza. Und dann bist du in Gedanken schon wieder auf morgen Pokémon Fusions zu spielen. Endlich den Sepp nicht mal im Ort zu haben. Ah, Chainsaw Man. Habide Ureshtete, rest in peace, Mahani doze. Bitte tut das. Ja, was denn? Du kannst dich glaube ich sogar noch... Nee, warte. War er schon ein Pixie oder ist er immer noch ein Pipi-Hefe? Also du kannst dich noch einmal zu Ding verwandeln? Zu... Pixie. Und Geowatz. Geowatz, genau, Geowatz. Aber ich glaube, er war schon Pixie, oder? Nee, nee, nee. Doch, du kannst dich noch in deinen Pixie... ... und... oder nee, hab ich nicht den Mondstein... Oh, please, Kel. Okay. Sorry, Hilfe, ich weiß das glaube ich nicht. Ach, du bist so ein Sohn. Du hast noch Weißkrieg eine Neuauflage? Nee, der ist nur geschätzt. Weiß noch keiner. Aber so wie wir Pokémon kennen, bringen die höchstenfalls Ende des Jahres wieder ein neues Pokémon. Mach was. Chainsaw Man wird das für mich carryen, ich sag dir wie es ist. Ja, bestimmt. Der Trainer setzt einen Flammar rein. Oh, hallo Sahnecremchen. Was soll denn das? Kaum fehlt man schon, zocken sie bis zwei Uhr. So läuft das. Man kann jetzt in einer Hand abzählen, dass wir vielleicht ein Schwarz-Weiß-Remake pokern. Ja, oder ein Hard Gold zu Silver. Man weiß das halt nicht, was die sich da ausdenken. Wahrscheinlich nichts Gutes. Haben die doch schon mit Schwarz und Weiß 2. Ja aber es kam ja zu der ES-Zeit. Letzt mich kaputt noch, das ist zwei. Drei KP habe ich noch. Das sind schneller. jetzt habe ich blitzer selber umgebracht der pizza ist gestorben durch selbsttötung oder städte in dem jahr das problem ist halt wenn den hat gold zu silber machen muss muss man natürlich angst haben dass die luggie und hoho versauen so wie sie es bei die algon parker gemacht haben was die können luggie nicht versauen natürlich kann das siehst du doch bei die algon parker nicht luggie sagt ich selber schaden gemacht genauso wenn wir noch alles online und nein er kann das noch der delphi mann ist der einzige noch ja auch gewinnen leute drückt mir die daumen delphi mann delphi mann delphi mann delphi mann ich schaffe das wenn ich das schaffe dann spendet ihm eine million rosen durch nicht doch zusammen nein durch nicht doch nein wieso ist flammblitz sehr effektiv fragen für freund das leben weil wir doppelkampf waren der wird noch auf den anderen auf change the mann wird dann noch was das ja auch damit ist gleich glaube ich auch noch ich glaube doch schon nicht gemacht der film macht das noch der film macht das noch ich sag dir wie es ist hydropompe weißt du übermächtig der film mann ist das ist ja ich habe angst davor die story ist sehr gut ja ich habe die früher auch gespielt aber ich denke mal die weltzeit kommen und das wird natürlich dann auch nicht wieder schön mein ganzer mein ganzer stelle feuer die mann aller let's go ich bin und nein jetzt habe ich die karte wasser auch das ist es ja los delphi mann was denkt ihr was denkt ihr wer gewinnt aquana oder delfinator ja er hat uns alle passt er hat uns alle hops genommen das ist noch zu gewinnen das ist noch zu gewinnen aquana macht das kommen alle schreiben in meinem chat die sind wie das aquana so was machst du jetzt das war's nein der film man wie kassel irgendwo hoffnung hoffnung aquana scheiße aquana for the win der film man hat alles gegeben ja alles gegeben und trotzdem nicht geheilt ein f in den chat für aquana warte 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 das mache ich jetzt momente aber man gibt eine sekunde nicht auflaufen gehen warte kurz ich bin doch noch da noch du hast sogar sechs leute im chat ich bin gerade bescheiße Los Giratina, komm! Ist das so schön? Ist das nicht. Guck, aber Ren Otaku hat auch reingeschrieben und danke für die Rose. Solltest du ein Wesen überprüfen. Hätte ich das eine mal nicht gemacht, dann hätte ich noch gewonnen. Hätte ich da nicht geheilt, hätte ich so viel Schaden auch wieder bekommen. Ja, das ist das schönste Pokémon. Ja gut, Marvin, Moin. Ich würde es richtig feiern, Popo zu spinnen. So Leute, aber wir sind von heute weg, also ich zumindest. Vielleicht sehen wir uns morgen Abend wieder, sonst Sonntag schätze ich. Ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke heute für den bombastisch coolen Stream. Ja, und ich bin morgen live auf Twitch um 8 Uhr mit Pokémon Infinite Fusion, wenn ihr auch Lust habt, gerade im Mein Chat. Nein, Johnny, tu das nicht. Doch, Johnny, tu das schon. Darf ich es jetzt zerstören? Versuch's. Ja, um 8 Uhr abends, also um 20 Uhr, stream ich auf Twitch im Pokémon Infinite Fusion, wer dabei sein will. Weißt du, was das ist bei dir? Was? Du hast mehr Aufrufe in deinem Live, so wie ich es noch nie hatte auf Twitch. Illeschu. Und ihr beide habt dann auch euren Spaß, wie ich sehe. Und ihr beide habt dann auch, wie ich sehe.